Elftes Kapitel Eine Reise nach New Hampshire Detective Mercedes Barron fuhr forscht zwischen den graugrünen schimmernden Autobahnlaternen entlang, die gegen die spätnächtliche Dunkelheit ankämpften. Es war kurz vor drei Uhr und sie hatte die Straße fast für sich allein. Gelegentlich schlingerte in der Ferne ein Sattelzug vorbei und jaulte herzerweichend auf, wie ein angeschlagenes Tier, bevor er aus dem Lichtschleier in die schwarze Nacht verschwand. Sie trat fest aufs Gas, als könnte sie aus dem Schub der Motorleistung eigene Kraftreserven schöpfen. Sie war erschöpft, doch nicht in der Lage, Schlaf zu finden. Sie wusste, dass die Bilder, die ihr im Gedächtnis brannten und die sie so achtlos in einer Papiertüte auf den Beifahrersitz geworfen hatte, sie eine Zeit lang am Schlafen hindern würden. Der Wagen dröhnte und sie versuchte, sich ganz auf das Geräusch zu konzentrieren, um die Schrecken der letzten Stunden zu verdrängen. Sie wies den Gedanken an Douglas Jeffers Wohnung zurück, auch wenn sich ein letzter Anblick nicht aus ihrem Gedächtnis vertreiben ließ. Sie sah Glasscherben und dutzende zerbrochene oder verbogene Bilderrahmen auf dem Boden verstreut. Vor lauter Panik und Entsetzen hatte sie auf ihrer Suche nach den versteckten Horrorvisionen die vorderen Bilder schließlich einfach zerrissen. Die Überreste von Jeffers Kunst lagen haufenweise im Wohnzimmer herum, sodass ihr von allen Seiten abgetrennte Gesichter oder Teile von Szenen entgegenstarrten. Sie hatte die Lebensmitteltüte genommen, mit der sie den neugierigen Türsteher getäuscht hatte, und sie auf dem Boden ausgekippt. Dann hatte sie den Papierbeutel mit den versteckten Fotos neu gefüllt, die sie in ihrer Ungeduld geknickt oder beschädigt hatte. Als sie die Wohnungstür hinter sich abgeschlossen hatte, war es ihr vorgekommen, als erwachte sie aus einem Albtraum, nur um der noch entsetzlicheren Wirklichkeit ins Auge zu sehen. So ähnlich musste es sein, wenn man aus einem unangenehmen Traum erwachte, weil um Mitternacht ein Einbrecher klirrend ein Fenster einschlägt oder in einem anderen Zimmer ein Feuer knistert. Der Turnpike führte eine Anhöhe hinauf. Rechts von ihr erhob sich mit heulenden Triebwerken ein Frachtjet vom Flughafen Newark, deren zu ihrer Linken die riesigen weißen Öltanks des Hafens in den Flutlichtern glitzerten. Die Industrielandschaft schien ihr unpassend, fremdartig zu sein. Als der Highway von der Küste ins dunkle Landesinnere schwenkte, fühlte sie sich getröstet. Sie beugte sich vor und blickte in den schwarzen Himmel, um ein Schimmer mondlich zu erhaschen, das matt über verstreuten Gebäuden und Bäumen hing. »Gute Nacht, lieber Mond«, brach es aus einem hintersten Winkel ihres Bewusstseins hervor, der hell am Himmel thront. »Gute Nacht, Bärchen«, »erzählt mir ein Märchen«, »Gute Nacht, Haus« und »Gute Nacht, Maus«, »Gute Nacht dem alten Mann, der nicht schlafen kann«, »Gute Nacht allen«, das wird ihnen gefallen. Sie versuchte, sich die anderen Gute-Nacht-Faser aus dem alten Kinderbuch ins Gedächtnis zu rufen, doch nach so vielen Jahren war sie sich nicht sicher. »Mätzchen und Kätzchen«? Sie dachte daran, wie ihre kleine Nichte in ihren Armen gelegen hatte, wie ihr Kopf heruntergesackt und die Flasche ihr aus dem Mund gerutscht war, wenn sie in tiefen, kindlichen Schlaf verfiel. Sie erinnerte sich daran, wie die Worte aus dem Buch immer ihre Wirkung taten. Sie brach nie vorher ab. Falls Susan einschlief, bevor sie fertig war, las sie trotzdem weiter. »Gute Nacht, lieber Mond«, sagte sie noch einmal. Das Bild ihrer Nichte hatte sie hinter der Profil an sich dreier verhungernder afrikanischer Kinder gefunden, deren aufgerissene Augen und aufgedunsene Bäuche von ihren Qualen sprachen. Es war vielleicht das fünfzehnte oder zwanzigste Foto, das sie in ihrer verzweifelten Suche zerrissen hatte. Als sie den Rahmen mit bloßen Händen zerbrach, hatte sie die letzten Reste Selbstbeherrschung verloren. Dabei war ein Stück Glas abgesplittert und sie hatte sich in den Daumen geschnitten. Nicht tief, aber doch genug, um frisches Blut auf dem Bild zu hinterlassen. Zuerst hatte sie ihre Nichte gar nicht erkannt. Sie hatte in Jeffers Wohnung zu viele brutal zugerichtete Leichen gesehen, als dass ihr der Unterschied gleich ins Auge gesprungen wäre. Doch dann hatte die Form der Gliedmaßen sie aufgestört. Und der Schopf stroblondes Haar, der selbst auf dem Schwarz-Weiß-Bild deutlich ins Auge fiel, war ihr irgendwie vertraut erschienen. Die Züge wirkten ruhig. Die Aufnahme war aus einem niedrigen Winkel und von der Seite gemacht, sodass der Horror der Fundortfotos, die sie sich immer und immer wieder angesehen hatte, etwas abgemildert schien. Der Unterschied zwischen dem zwar hastigen, doch beinahe liebevollen Schnappschuss von Jeffers und den klinisch ungeschönten, grellen Aufnahmen der Gerichtsmedizin oder ihrer Kollegen von der Spurensuche sprang ins Auge. Auf dem Foto, das sie in Händen gehalten hatte, schien Susan nur zu schlafen. Und für dieses Detail war sie dankbar. Sie hatte das Foto wie gebannt angestarrt. Sie wusste nicht, wie lange. Sie hatte nicht geweint, doch es schien ihr die Seele auszusaugen. Dann hatte sie es behutsam, fast zärtlich beiseitegelegt und sich wieder ihrer unsäglichen Aufgabe zugewandt, die anderen gerammten Bilder zu überprüfen. Dabei hatte sie sich für ruhig und selbstbeherrscht gehalten. Doch als sie schließlich das Foto ihrer Nichte auf den wachsenden Stapel der anderen ermordeten Mädchen legte und gehen wollte, hatten ihre Hände gezittert. Auf ihrer Fahrt durch die Dunkelheit versprach sie stumm, »Ich weiß nicht, wer ihr alle seid, aber ich bin jetzt für euch da. Ich bin da. Ich bin da, ich weiß es. Jetzt weiß ich alles. Und ich werde es in Ordnung bringen.« Sie grub die Finger ins Lenkrad und fuhr zügig in den Morgen. Martin Jeffers konnte nicht schlafen. Und er wollte es auch nicht. Er saß genau in der Mitte seiner Wohnung beim spärlichen Licht einer kleinen Schreibtischlampe in der Ecke. Er wog das Für und Wider einer einzigen Frage ab. Ob es besser war, es zu wissen oder nicht. Konnte er, falls die Polizistin, wie er annahm, verschwunden war, und wenn sein Bruder, wie er ebenfalls vermutete, bald wieder mit seiner Klugscheißerei und seinem ominösen Gehabe bei ihm aufkreuzen würde, zum Status Quo zurückkehren, dem prekären Frieden unter Brüdern? Er wusste nicht, ob er die Kraft besaß, sich zu dieser Normalität zu zwingen. Er versuchte, sich das Wiedersehen mit seinem Bruder vorzustellen. In seiner Fantasie war er ein strenger, unbeugsamer Richter, von einer Überlegenheit, die eigentlich dem Erstgeborenen zukommt. Diesmal würde er sich nicht auf die Späße und Spiegelfechtereien seines Bruders einlassen, und Douglas Jeffers würde schließlich einknicken und ihm die Wahrheit sagen. Und was dann? Martin Jeffers vergrub das Gesicht in den Händen und versuchte sich vor den Visionen, die er heraufbeschworen hatte, zu verstecken. Was würde er sagen? Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Bruder sich unter Tränen zu dem Verbrechen bekennen würde, mit dem sich die Polizistin in ihr Leben drängte. Was würde er sagen? Es tut mir leid, Marty, aber ich habe dieses Mädchen aufgerissen, und es lief alles bestens, bis sie Nein gesagt hat. Es ist wohl ein bisschen mit mir durchgegangen, weißt du, und vielleicht habe ich sie etwas zu hart rangenommen. Ich bin stark, Marty, und manchmal vergesse ich das, und auf einmal hat sie nicht mehr geatmet. Ich konnte nichts dafür. Es ist im Grunde ihre Schuld, und überhaupt jemand anders ist für dieses Verbrechen ins Kittchen gewandert. Weshalb sollen wir also etwas unternehmen? Es ist passiert. Es ist vorbei. Es ist, wenn du noch einmal darüber nachdenkst, nie passiert. Er stand auf und wanderte durch das dunkle Zimmer. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Er war schon immer wild. Er dachte schon immer, er könne tun, was er will. Er war nicht wie ich. Er war nicht diszipliniert, geduldig. Und er hat nie, nie, nie auf mich gehört. Er hat dieses Mädchen getötet, verdammt. Er musste dafür bezahlen. Martin Jeffers setzte sich wieder. Wieso? Was würde das bringen? Wieder stand er auf, um im nächsten Moment erneut in den Sessel zu sinken. Weshalb siehst du vor, schnelle Schlüsse? Die Ermittlerin war verschwunden. Die hatte sowieso eine Schraube locker. Wieso lässt du dich so schnell dazu hinreißen, das Schlimmste von Duck anzunehmen? Du warst zu lange mit den Jungs in der Therapiegruppe zusammen. Du hast zu viele Lügen gehört. Zu viele Autos. Wieder stand er auf, um im nächsten Moment erneut in den Sessel zu sinken. Weshalb siehst du vor, schnelle Schlüsse? Die Ermittlerin war verschwunden. Die hatte sowieso eine Schraube locker. Wieso lässt du dich so schnell dazu hinreißen, das Schlimmste von Duck anzunehmen? Du warst zu lange mit den Jungs in der Therapiegruppe zusammen. Du hast zu viele Lügen gehört. Zu viele Ausflüchte. Zu viele geschönte Versionen. Du bist zu sehr daran gewöhnt, dass immer die anderen schuld sind. Nie derjenige, der es getan hat. Jahr um Jahr hast du dir all diese Horrorgeschichten anhören müssen, bis du nicht mehr klar denken konntest. Und jetzt bist du bereit, die aberwitzigsten Schlüsse zu ziehen. Geh ins Bett. Sieh zu, dass du ein bisschen Schlaf bekommst. Es wird sich alles klären. Er lächelte. Die Einstellung wird wohl kaum den vier Jahren Medizinstudium und vier weiteren Jahren als Assistenz- und Oberarzt an der Heilanstalt gerecht. Hat Freud vielleicht irgendwo geschrieben, das wird sich alles klären? Was für eine Neo-Jungsche Theorie soll das sein? Passt wohl eher in die Ratgeberkolumne Dear Abby oder zur Briefkastentante Ann Landers. Wann hätten sich die Dinge je von selbst geklärt? Er hörte sein eigenes trockenes Lachen, das durch die leere Wohnung halte. Dennoch gehörte es zu den Grundsätzen seiner Zunft, den Dingen nicht vorzugreifen, und daran gab es nichts auszusetzen. »Wir werden sehen«, sagte er sich. »Wir werden sehen, was Detective Barron zu sagen hat, falls er sich je wieder blicken lässt. Wir werden sehen, was Duck zu sagen hat, und dann werden wir entscheiden, was zu tun ist.« Für ihn kam die Entscheidung abzuwarten, was als nächstes passierte, einem Aktionsplan nahe. Das tat ihm gut, und er spürte plötzlich, dass er müde war. »Verflucht noch mal, wie kannst du bei diesem ganzen Schlamassel je zu vernünftigen Schlüssen kommen, wenn du keinen Schlaf bekommst?« Wieder stand er auf und sah auf eine kleine Digitaluhr, auf der die Ziffern rot leuchteten. Es war vier Uhr morgens. Er regelte sich und gähnte. »Geh ins Bett«, befahl er sich, und die Antwort kam prompt. »Jawoll, Herr Oberst!« Er machte drei Schritte Richtung Schlafzimmer. »Die Dinge werden sich klären.« Da klingelte es an der Tür. Das schrille Geräusch fuhr ihm in die Glieder, und er zuckte heftig zusammen. Er holte Tiefluft. »Wer kann das sein?«, dachte er. »Mein Gott!« Er atmete noch einmal tief durch. »Was zum Teufel soll das werden? Es ist vier Uhr morgens!« Es klingelte wieder, ein paar Mal hintereinander. Ihm drehte sich alles im Kopf, als er an die Tür trat. Er sah durch den kleinen, runden Spion. Draußen stand die Polizistin. Sein Herz rutschte in die Magengegend, und er hätte sich am liebsten übergeben. Er kämpfte das Gefühl herunter und griff nach dem Türknauf. Kaum hörte sie, wie jemand sich anschickte, die Tür zu öffnen, fasste sich Detective Barron an den Rücken, wo sie die neun Millimeter zwischen Bluse und Gürtel gesteckt hatte. Sie verbarg die Waffe unter der Papiertüte im anderen Arm und hielt sie in Augenhöhe, sobald die Tür aufging. Dann hielt sie Martin Jeffers den Lauf direkt vor die Nase. Sie sah, dass er blass wurde und einen erstaunten Schritt nach hinten machte. »Keine Bewegung!«, befahl sie in eiskaltem, ungerührtem Ton. »Ist er hier?« »Wenn Sie mich belügen, bringe ich Sie um.« Martin Jeffers schüttelte den Kopf. Sie machte ihm mit der Waffe ein Zeichen und schlüpfte in die Wohnung. Sie sah sich schnell um. Sie spürte, dass Sie alleine waren, doch sie war nicht bereit, Ihren Gefühlen zu trauen. »Detective, bitte stecken Sie diese Waffe weg! Er ist nicht da, und ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Davon möchte ich mich lieber selbst überzeugen.« Vorsichtig lief sie gerade mal so weit, dass sie einen Blick in die anderen Zimmer werfen konnte. Dabei bewegte sie den Lauf der Pistole nur wenig, damit sie ihn jederzeit auf Martin Jeffers richten konnte. Nach einer kurzen Inspektion kehrte sie ins Wohnzimmer zurück und machte dem Doktor Zeichen, sich zu setzen. »Ich fasse es nicht, das...«, fing Martin Jeffers an, doch sie unterbrach ihn. »Mir ist es egal, was Sie fassen oder nicht.« Sie schwiegen beide. Nach einer Weile ergriff er das Wort. »Wir waren gestern Vormittag verabredet. Nicht hier, nicht um diese Zeit. Was soll das Ganze? Und stecken Sie endlich diese Kanone weg, die macht mir Angst.« »Genau das ist auch meine Absicht. Und ich stecke sie weg, wenn es mir passt.« Sie starrten einander weiter an. »Wo ist er?«, fragte sie. »Ich sagte Ihnen bereits, ich weiß es nicht.« »Können Sie ihn finden?« »Ich weiß nicht. Nein, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber bestimmt nicht...« »Ich hab nicht allzu viel Zeit. Keiner von uns.« Martin Jeffers fasste sich. Er ignorierte Ihre rätselhafte Bemerkung. »Hören Sie, Detective, was haben Sie hier mitten in der Nacht zu suchen? Wir hatten eine Verabredung, und Sie lassen sich einfach nicht blicken. Und dann schneien Sie mir nichts, dir nichts um vier Uhr morgens hier herein und bedrohen mich mit einer Waffe. Was soll das zum Teufel?« Detective Barron setzte sich ihm gegenüber. Die Pistole hing immer noch zwischen ihnen in der Luft. Sie zog den Briefumschlag mit Douglas Jeffers Wohnungsschlüssel aus der Tasche und warf ihn dem Bruder hin. Er starrte ihn an. »Wo zum Teufel haben Sie den her?« »Von Ihrem Schreibtisch.« »Sie sind bei mir eingebrochen? Gott im Himmel, was für eine Polizistin sind Sie eigentlich?« »Hätten Sie ihn mir gegeben?« »Nie im Leben!« Jeffers kochte vor Wut und wollte aus dem Sessel springen. Sie hob die Waffe. Er starrte sie an und sackte zurück. »Drohn ist kindisch«, meinte er. »Ich war in der Wohnung Ihres Bruders«, erklärte sie. »Und?« Sie hatte die Papiertüte vor Ihre Füße gelegt. Sie fasste hinein und zog das Foto von Susan heraus. »Das ist meine Nichte«, erklärte sie bitter. »Ja, aber das habe ich in der Wohnung Ihres Bruders gefunden.« Martin Jeffers drehte sich der Kopf. Er atmete schwer. »Dann muss es irgendeine Erklärung dafür geben«, brachte er heraus. Ihre Stimme klang wie ein frostiger Morgen. »Die gibt es auch.« »Ich meine, er muss«, sie unterbrach ihn. »Eersparen Sie mir irgendwelche dämlichen Entschuldigungen.« »Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, wie er an dieses Bild herangekommen sein könnte. Immerhin ist der Fotograf!« Sie sagte nichts, sondern griff erneut in die Tüte und zog ein weiteres Bild heraus. Das warf sie Martin Jeffers hin. Wieder betrachtete er die beiden Fotos intensiv. »Aber das ist nicht dieselbe Frau«, sagte er nach einer Weile. Sie warf ihm noch eine Aufnahme hin. Er legte die drei nebeneinander und sah sie sich eingehend an. »Ich kapier das nicht. Auch die hier ist...« Sie schleuderte ihm das nächste Bild hin. Er schaute es an und lehnte sich langsam zurück. Sie keuchte wie auf den letzten Metern eines Dauerlaufs. Wieder knallte sie ein Foto hin. Dann noch eins. Und noch eins. Bis sie dem Bruder den gesamten Stapel auf den Schoß geworfen hatte. »Sie kapieren nicht. Sie kapieren nicht. Sie kapieren nicht!« Wiederholte sie bei jedem neuen Bild. Martin Jeffers sah sich mit wilden Blicken um, als suchte er verzweifelt nach einem Halt. »Und jetzt noch einmal!« befahl sie und legte ihre ganze aufgestaute Wut in ihre Worte. »Wo ist er? Wo ist ihr Bruder? Wo? 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 Martin Jeffers legte den Kopf in die Hände. Sie sprang zu ihm und riss ihn unsanft an der Schulter zurück. »Wenn Sie heulen, bringe ich Sie um!« drohte sie böse. Sie wusste nicht, ob sie es ernst meinte oder nicht. Sie wusste nur, dass sie die Vorstellung nicht ertrug, dass der Bruder auch nur eine Träne für sich selbst, für Douglas Jeffers, oder für irgendjemanden sonst vergoss, außer für die Menschen, deren letzte Zeugnisse sie auf seinem Schoß gestapelt hatte. »Ich weiß es nicht«, stöhnte er mit einer Stimme, die unter dem Stress nachgab. »Sie wissen es!« »Nein!« Sie starrte ihn an. Er starrte die Fotos an. In ihrem Ton schwang mühsam beherrschter Zorn. »Werden Sie ihn suchen?« Jeffers zögerte, während ihm zwei Antworten im Kopf wiederhalten. »Ja«, sagte er schließlich. »Vielleicht. Ich kann es versuchen.« Sie sagte in den Sessel. In dem Moment hätte sie am liebsten selbst geweint. Stattdessen saßen sie einander einfach nur gegenüber und starrten auf eine Stelle zwischen ihnen. Als das erste Morgenlicht ins Zimmer drang, hockten sie immer noch stumm inmitten der Fotostapel. Martin Jeffers fand, obwohl am Boden zerstört, als erster Worte. »Ich nehme an, Sie werden jetzt Ihre Vorgesetzten anrufen und Ihnen sagen, womit Sie es Ihrer Meinung nach zu tun haben.« »Nein«, widersprach Detective Barron. »Nun ja, vielleicht sollten wir uns an das FBI wenden.« fuhr Jeffers fort, als hätte er ihre Weigerung nicht gehört. »Die haben eine Dienststelle in Trenton, und ich kenne ein paar von ihren Agenten. Ich denke, die sind in der Lage, bei der Suche zu helfen.« »Nein«, wiederholte sie. Jeffers sah sie an. In ihm stieg blanke Wut auf. Er versuchte, sich eine Bemerkung zu verkneifen, doch Erschöpfung und Angst lösten seine Zunge. »Hören Sie, Detective, falls Sie glauben, ich würde Ihnen dabei helfen, meinen Bruder zu jagen, damit Sie Ihre persönliche Vendetta bekommen, haben Sie sich getäuscht. Schlimmer noch, dann sind Sie verrückt. Vergessen Sie es, und machen Sie, dass Sie rauskommen.« Detective Barron sah Martin Jeffers an. »Sie verstehen nicht«, entgegnete sie ruhig. »Nun, Detective, wie es aussieht, sind Sie ganz groß darin, mir mit dieser Scheißwaffe im Gesicht rumzufuchteln.« Er war selbst überrascht, diese Worte aus seinem Mund zu hören. »Aber Sie sind nicht gerade mitteilsam, wenn es um Einzelheiten geht. Falls mein Bruder Verbrechen begangen hat, dann gibt es klare Verfahrensweisen, um Sie zu untersuchen.« Er hatte das unheimliche Gefühl, als hätte er diese Worte schon einmal gesagt und ebenso vergeblich wie jetzt. »Es geht nicht«, gab sie zurück. Ihre Niederlage war der blanke Hohn. »Und wieso verdammt noch mal nicht?« »Wegen mir.« Sie seufzte tief und fühlte sich plötzlich körperlich wie geistig vollkommen am Ende. Martin Jeffers beobachtete sie und begriff sofort, dass etwas in Schieflage geraten war. Etwas war anders, als es sein sollte. Mühelos wechselte er in seine berufliche Rolle und wartete geduldig und stumm in der Gewissheit, dass die Erklärung irgendwann folgen würde. Das erste blasse Morgenlicht sickerte herein. »Wegen mir«, wiederholte die Polizistin. Sie holte Tiefluft. »Ich bin die Beste, wissen Sie? Immer gewesen. Ein einziges Mal habe ich einen Fehler gemacht und davon eine Narbe als Andenken zurückbehalten. Aber das war alles. Ich hab's überlebt. Ich bin wieder gesund geworden. Danach habe ich keine Fehler mehr gemacht. Egal bei welchem Fall, ich war immer die Beste. Ob es um Informationsbeschaffung ging, um Beweismaterial, um Verhaftung, einfach alles. Ich lag immer richtig. Es hat immer gestimmt, hieb- und stichfest. Wenn ich auf einen Fall angesetzt wurde, gab es nur einen Schluss. Die Bösen flogen auf. Sie kamen hinter Gitter. Mir war völlig egal, welche Anwälte sie sich leisten konnten, was die Verteidigung vorzubringen hatte. Ein Alibi? Vergiss es. Ich hab sie aus dem Verkehr gezogen. Alle. Ich war ausgeglichen, wissen Sie? Musste ich auch sein. Mein ganzes Leben lang haben mir Menschen etwas gestohlen und ich war dagegen machtlos. Aber nicht als Kopf. Ich hatte Recht. Immer. Ich hatte immer Recht. Sie warf den Kopf zurück und sah zur Decke. Nach einer Weile richtete sie den Blick auf Martin Jeffers. Sie müssen begreifen. Es gibt keine Beweise. Martin Jeffers schüttelte den Kopf. Was sagen Sie da? Sehen Sie sich die Fotos an? Die existieren nicht. Was reden Sie da? Er nahm eine Hand voll Bilder und hielt sie ihr vor Augen. Sie platzen hier rein und erzählen mir, mein Bruder hätte diese... diese... Er stolperte über das Wort und hastete am Ende einfach weiter. Und jetzt behaupten Sie, die existieren nicht? Was soll das? Sie existieren nicht. Jeffers lehnte sich zurück und faltete ärgerlich die Hände vor der Brust. Ich bin gespannt auf Ihre Erklärung. Ich hab's immer richtig gemacht, wissen Sie? Bis jetzt. In dem Moment, in dem ich zum ersten Mal einen Fall bearbeite, der mir etwas bedeutet, alles bedeutet, da hab ich es vermasselt. Völlig versaut. Sie streckte die Hand aus und griff sich wahllos ein paar Fotos. Ich bin bei Ihnen eingebrochen. Ich hab den Schlüssel gestohlen. Ich bin dort eingebrochen. Das geht über das, was man eine widerrechtliche Untersuchung nennt, entschieden hinaus. Formsache! Nein! schrie sie. So sind nun mal die Regeln. Was sag ich? So ist nun mal die Realität. Also, erwiderte er und versuchte, ruhig und analytisch zu bleiben. Wieso gehen wir da nicht zum FBI? Wir können Ihnen wenigstens die Fotos zeigen. Sie verstehen noch immer nicht, antwortete sie. Wir spazieren da beim FBI rein und ich sage, Hören Sie, Mr. Agent, ich möchte Ihnen Fotos von Mordfällen zeigen, die ich im Zuge einer Ermittlung sichergestellt habe. Deren erste Frage lautet, Was für eine Ermittlung? Und dann sage ich, Nun, eigentlich bin ich auf Genesungsurlaub. Dann klingelt es bei denen und sie rufen meinen Chef an. Und der erzählt ihnen, ich wäre verzweifelt und besessen und, Mein Gott, ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Und dann rufen sie beim Morddizernat des Bezirks an und da wird man ihnen sagen, Klar, seit ihre Nichte ermordet wurde, ist sie nicht mehr dieselbe. Wir haben den Fall gelöst und den Karl eingebuchtet und jetzt schmort er bis in alle Ewigkeit in Einzelhaft. Und dann wird Mr. Agent erfahren, dass ich hunderte solcher Fotos in meinem Besitz habe. Nicht genau wie diese, aber doch ziemlich ähnlich. Und dann zieht er den Schluss, ich sei verrückt. Ende der Geschichte. Und wenn ich nun sagen würde, Was? Sie hat mich von der Sache mit meinem Bruder überzeugt? Dann wird Mr. Agent sich denken, wir wären eben beide wahnsinnig. Aber selbst für den Fall, dass er doch denkt, da sei etwas dran. Das könnte immerhin sein. Ich meine, könnte. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Dann wird er eine Art Computercheck zu ihrem Bruder machen. Ergebnis gleich Null. Naja, nicht gerade Null. Als erstes findet er heraus, dass ihr Bruder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Weißen Haus hat. Mit Stempel des Secret Service. Das haben nämlich meine Recherchen ergeben. Und wissen Sie, was er dann tut? Ich will's Ihnen sagen. Er wird ein nettes, kleines Memo schreiben und unter Wirrköpfe abheften. Mit anderen Worten, nichts. Naja, können Sie nicht Ihre eigenen Leute überzeugen? Die denken auch, ich sei verzweifelt und verrückt. Sie kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. Natürlich haben Sie recht. Martin Jeffers sah sich um und fragte sich, was jetzt kommen würde. Was wollen Sie also tun? Erkundigte er sich. Ihn finden. Damit Sie ihn umbringen können? Detective Barron zögerte. Ja, antwortete sie. Vergessen Sie es. Ich hätte Sie anlügen und Nein sagen können. Stimmt, hätten Sie gekonnt. Sie kriegen einen Punkt für Ehrlichkeit. Er starrte sie bitter an und sie erwiderte den Blick mit gleicher Intensität. Na schön, meinte sie. Sehen Sie sich diese Fotos noch mal an. Und diesmal richtig gründlich. Dann denken Sie eine Weile darüber nach und schlagen mir einen Kompromiss vor. Er antwortete prompt. Wir finden ihn, nehmen ihn gefangen, konfrontieren ihn damit und erzwingen ein Geständnis. Ein Teufel werden wir tun! Detective, ich habe einige Erfahrungen mit Menschen, die Serienverbrechen begehen. Fast ausnahmslos wollen Sie sich mit dem, was Sie getan haben, brüsten. Er verstummte plötzlich. Mein Gott, dachte er, die Rede ist von Duck. Er stand auf und taumelte durchs Zimmer, als sei er von der Erinnerung betrunken. Das ist verrückt, wissen Sie. Ich glaube, das hatte ich bereits eingestanden, sagte sie. Ich meine, es geht hier immerhin um meinen Bruder. Er ist einer der Besten seiner Zunft. Er ist Fotojournalist, er ist Künstler. Er kann das unmöglich getan haben. Das sieht ihm nicht ähnlich. Er war nie gewalttätig. Wirklich nicht? Sie sahen einander an. Beide wussten, dass sich Verleugnung, Unglaube, Angst und Verwirrung über den Raum gebreitet hatten. Detective Mercedes Baron kam ein Gedanke. Das hier ist meine einzige Chance. Er wird nie in seine Wohnung zurückkehren. Er wird verschwinden. Er wird irgendwo wie vom Erdboden verschluckt sein und nie wieder auftauchen. Wenn mir der Bruder nicht hilft, finde ich ihn nie. Sie schluckte schwer und zwang sich dazu, die Verzweiflung und Empörung zu verbergen, die er in den Adern pochte. Martin Jeffers sah Detective Baron an und versuchte ebenfalls, seine Gefühle hinter einer Maske zu verstecken. »Ich muss diese Frau im Auge behalten«, überlegte er, »sonst begibt sie sich auf ihren eigenen mörderischen Kriegspfad.« Und dann kam ihm ein noch schlimmerer Gedanke. »Ich muss selbst herausfinden, was Doug getan hat.« Er fühlte sich plötzlich auf Gedeih und Verdarb mit dieser Kriminalistin zusammengeschweißt, auch wenn sie sein Bruder aus gänzlich anderen Motiven jagen würde als er. Schließlich sagte er brüsk, »Falls ich ihn helfe, ihn zu finden, damit wir die Sache auf vernünftige Weise aufklären, müssen Sie mir etwas versprechen.« Was? Martin Jeffers setzte an, überlegte es sich aber. Er war sich nicht sicher. Er holte Tiefluft. »Versprechen Sie mir, nicht als Erste zu schießen. Versprechen Sie mir, dass Sie sich anhören werden, was er zu sagen hat. Versprechen Sie mir einfach verdammt nochmal, dass Sie ihn nicht erschießen werden. Er ist mein Bruder. Vergessen Sie das nicht. Andernfalls vergessen Sie es.« Sie ließ sich mit der Antwort Zeit. Statt hastig zuzustimmen, wollte sie den Eindruck erwecken, als dächte sie ernsthaft darüber nach. »Also so viel kann ich Ihnen versprechen. Ich gebe zuerst Ihnen eine Chance. Danach... Nun ja, was immer danach geschehen mag.« Sie sagte das in festem, selbstbewusstem Ton. Es war, wie sie sehr wohl wusste, von vorne bis hinten gelogen. »Meinetwegen«, stimmte er in verhalten dankbarem Ton zu. »Das scheint mir fair.« Er traute ihr keine Sekunde. Sie waren nicht so törig, den tödlichen Deal, auf den Sie sich eingelassen hatten, mit Handschlag zu besiegeln. Stattdessen verharrten Sie beide in Ihren Sesseln, starrten geradeaus und harrten der Dinge, die da kommen mochten. Das helle Morgenlicht brachte etwas Vernunft und Klarheit in Ihre Gedanken. Detective Barron brach schließlich das Schweigen mit einer Frage zum weiteren Vorgehen. »Also«, begann sie ohne Umschweife. »Wo fangen wir an? Was hat er Ihnen über das gesagt, was er vorhat?« »Er hat mir nicht viel verraten. Er hat nur erzählt, er ginge auf eine empfindsame Reise.« »So hat er sich ausgedrückt.« »Ich habe daraufhin gesagt, dass wir eigentlich nicht viel Grund hätten, über irgendetwas empfindungsreich zu werden.« »Er muss noch mehr gesagt haben.« Martin Jeffers schloss für einen Moment die Augen und rief sich seinen Bruder ins Gedächtnis, wie er grinsend in der Anstaltskantine saß. Er wollte alten Erinnerungen nachgehen. »Was für welche hat er nicht erwähnt?« »Und? Was glauben Sie?« »Ich bin nicht sicher.« »Wissen Sie auch nicht.« Jeffers schwieg und überlegte. »Nun ja, wenn wir annehmen, dass alles hier wahr wäre«, er deutete mit einer vagen Handbewegung auf die Fotos. Dann könnte er zweierlei Erinnerungen im Auge gehabt haben. Die ersten wären offensichtlich die Erinnerungen aus unserer Kindheit. Die zweite Gruppe bezöge sich natürlich auf diese... Er wusste nicht weiter. Ereignisse. Jeffers hatte das Gefühl, ruhig und vernünftig zu klingen. Er hasste seine Stimme. Oder höchstwahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Detective Barron fühlte sich plötzlich gestärkt, als wiche die Erschöpfung mit einem Schlag. Sie stand auf und schritt im Zimmer auf und ab, während sie unentwegt mit der Faust in den offenen Handteller schlug und angestrengt überlegte. »Normalerweise«, meinte sie, »gehen Polizisten deduktiv vor, um logisch zu erfassen, wieso etwas passiert ist und wie. Beides hängt miteinander zusammen.« In diesem Moment wurde ihr bewusst, dass sie fast den dozierenden Tonfall von Martin Jeffers angenommen hatte. Doch sie fuhr ungerührt fort. »Es kommt nicht oft vor, dass wir etwas vorhersagen müssen.« »Das ist in meinem Beruf nicht anders«, bemerkte Martin Jeffers. Sie nickte. »Jetzt aber müssen wir genau das.« Sie sah in seinen Augen, dass er ihr Recht gab. »Vermutlich würde es uns Monate kosten, herauszufinden, welches Foto wo gemacht wurde.« »Ich stimme Ihnen zu. Außerdem wissen wir nicht, welche Rangordnung er dafür hat, was seine Reiseroute beeinflussen durfte.« »Warf Jeffers ein.« Folglich konzentrieren wir uns auf die andere Art von Erinnerungen, die persönliche Geschichte. »Na ja, da haben wir es fast mit dem gleichen Problem zu tun. Wir haben keine Ahnung, was für ihn Priorität besitzt. Ebenso wenig wissen wir, in welcher Reihenfolge er die Stationen abklappern würde.« »Zumindest können Sie Vermutungen anstellen.« »Aber mehr auch nicht reine Vermutungen.« »Das genügt fürs Erste. Zumindest haben wir dann etwas in der Hand.« Jeffers nickte. »Na ja, wir wurden damals in New Hampshire ausgesetzt. Das liegt bestimmt auf seiner Reiseroute.« »Wie meinen Sie das, ausgesetzt?« Martin Jeffers' Antwort war schroff. »Aufgegeben! Tritt in den Hintern! Rausgeschmissen! Da ist die Tür! Was zum Teufel denken Sie denn?« »Tut mir leid«, entschuldigte sie sich von seinem heftigen Wutausbruch verblüfft. »Ich wusste wirklich nicht, was Sie meinen.« »Hören Sie«, lenkte er in festem Ton ein. »So ungewöhnlich ist das nicht. Unsere Mutter war das schwarze Schaf in der Familie. Sie ist mit einem Typen durchgebrannt, der gerade aus dem Kriegsdienst entlassen worden war. Sie sind in einer Jahrmarktsnummer aufgetreten. Sie wissen schon. Kirmesschausteller, die quer durchs Land tingeln. Sie hat den Karl nie geheiratet, jedenfalls soweit wir wissen. Schließlich kam Doug auf die Welt. Dann ich. Ich glaube, keiner von beiden hat sich allzu viel aus Kindern gemacht. »Zuerst ist er abgehauen, dann hat sie dafür gesorgt, dass wir von Verwandten adoptiert wurden. Sie sollten uns hierher nach New Jersey bringen, aber vermutlich war das zu mühselig, denn sie hat uns in New Hampshire zurückgelassen. In Manchester, genauer gesagt.« Er zögerte. »Ich entsinne mich ganz genau an die verdammte Polizeiwache, in der wir warten mussten. Es war schummrig, und die Wände waren voller Kritzeleien, die ich nicht entziffern konnte, die aber irgendwie nicht dahin gehörten, und alle waren so riesig groß. Sie kennen sicher das Gefühl, wenn man klein ist, als ob die ganze Welt nur für die Großen gemacht wäre. »Und ihr Bruder?« »Der hat mich durchgebracht, er hat für mich gesorgt.« »Wie hat er reagiert?« Jeffers holte Tiefluft. »Er hat sie dafür gehasst, dass sie uns verlassen hat. Er hat sie dafür gehasst, dass sie uns nicht geliebt hat. Unsere neuen Eltern hat er genauso gehasst. Falsche Eltern, hat er immer gesagt. Und Sie? »Ich auch, aber nicht so sehr wie er.« In dem Moment fragte er sich, ob er log. »Wo sind Sie gelandet?« »Hier?« »Nein, ich meine, ich weiß, was Sie meinen. Hier ist die richtige Antwort. Die Verwandten, die uns adoptiert haben, wohnten in Rocky Hill auf der anderen Seite von Princeton. Er war Drogist, eigentlich war Geschäftsmann und ein verdammt guter. Ihm gehörte ein Drugstore in der Nassau Street, den er irgendwann für einen Haufen Geld an eine Kette verkauft hat. Er hat klug investiert. Er war solider, Mittelschicht. Sie klingen nicht, Sue. Hab ich auch nicht. Doug hasste ihn mehr. Der Mistcarl hat uns nach der Adoption noch nicht mal seinen Namen gegeben. Jeffers ist der Name unserer leiblichen Mutter. Wissen Sie, wie das ist, als Kind und als Jugendlicher? Sie müssen immer wieder alles erklären. Jedes Mal, wenn Sie in eine neue Schule kommen, wenn Sie sich mit jemandem anfreunden oder was weiß ich. Bei jeder Gelegenheit. Was immer wir von ihm bekamen, das mussten wir uns vorher hart erarbeiten. Sie haben es geschafft? Meinen Sie? Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Jeffers Stimme klang zunehmend wütend und verbittert. Sie fragte sich, wie er mit all der Wut fertig wurde, die er aufgestaut hatte. Wie es sein Bruder machte, wusste sie. Wie wäre es, wenn wir mit Manchester anfangen würden, schlug sie vor. Was versprechen Sie sich davon? fragte er schroff zurück. Ich weiß nicht, antwortete sie in gleichmütigem Ton, obwohl sie ärgerlich wurde. Zumindest besser, als rumzusitzen und zu warten, dass er sie anruft, was er bisher nicht getan hat. Noch nicht. Glauben Sie, er meldet sich noch? Jeffers zögerte. Ja? Wieso? Wenn er gemeinsam Erinnerungen nachgeht, dann kommen zwangsläufig Dinge hoch, die er mir mitteilen will. Oder er besucht einen Ort, der in ihm den Wunsch weckt, etwas auszudrücken, und ich bin der einzige logische Ansprechpartner. Außer diesen... Er deutete auf die Fotos. So funktioniert die Psyche nun mal. Ich kann für nichts garantieren, aber die Vermutung liegt nahe. Sie ist begründet. Sie überlegte einen Moment. Ich hab keine Lust, Däumchen zu drehen. Er nickte. Heute ist Samstag, meinte er. Ich muss erst am Montag wieder in die Anstalt. Sie stand auf. New Hampshire, sagte sie. Wir können den Leuten sein Foto zeigen, uns umhören. Sie überlegte einen Moment, bevor sie fragte. Wo lebt Ihre Familie jetzt? Sie sah, wie Martin Jeffers tief Luft holte, als müsse er sein Zorn in eine geordnete Schlachtenreihe zurückdringen. Detective Barron war völlig verblüfft. Sie fröstelte. Sie setzte sich in ihren Sessel und beobachtete, wie Jeffers mit seinen Emotionen kämpfte, und sie musste sich in Erinnerung rufen, wer er war. Denk dran, sie sind Brüder. Als er endlich antwortete, sprach er mit leiser, nur mühsam beherrschter Stimme. Adoptiveltern. Beide tot, sagte Martin Jeffers knapp. Leiblicher Vater? Wer weiß. Wahrscheinlich tot, oder er treibt sich irgendwo herum. Leibliche Mutter Dito. Es sei denn... Er schwieg einen Moment. Es sei denn, Doug hätte es geschafft, sie umzubringen. Zuerst fuhr er mit ihr an der Drogerie vorbei, indem er im Schritttempo die Nassau Street in Princeton entlang schlich. Die Universität lag mit ihren efeu bewachsenen Gebäuden auf der anderen Straßenseite. Friedlich und still. Als wartete sie hinter dem hohen, schwarzen Eisenzaun und den weitläufigen Rasenflächen geduldig auf das emsige Treiben im Herbst. Martin Jeffers wies darauf hin, dass es wenige Wochen vor Semesterbeginn war. Es dauerte noch etwas, bis die ganze Stadt zu neuem Leben erwachte. Das wusste sie. Sie verriet ihm nicht, wie vertraut sie mit der ganzen Gegend war. Er sollte nicht mehr als unbedingt notwendig von ihr erfahren. Sie sah die steinernen Seminargebäude und Studentenwohnheime und erinnerte sich an ihren Mann. Sie lächelte, wenn sie daran dachte, wie wohl er sich am College gefühlt hatte und wie seltsam es für ihn gewesen sein musste, zur Armee zu gehen. Er hatte den Universitätsbetrieb geliebt. Er hatte sich von einer anderen Gesellschaft mitreißen lassen, die Wert auf Bücher und Gedanken legte und Leistung nach wissenschaftlichen Aufsätzen und gekonnten Vorträgen bemaß. Worüber? Über Literatur, Mathematik, Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften. Auch die Welt meines Vaters, dachte sie. Meine nicht. Während Martin Jeffers draußen in seinem Wagen wartete, hatte sie in ihrem Hotel eine Dusche genommen. Wäsche und Jeans gewechselt, war sich mit dem Kamm einmal durchs Haar gefahren und hatte keinen Gedanken an den Schlafmangel verschwendet. Sie war hellwach und aufgeregt. Das Einzige, was für sie zählte, war die Tatsache, dass sie ihre Kreise um Douglas Jeffers immer enger zog. Am Ende würde es für ihn nur noch sie und ihre Pistole geben. Dieser Gedanke hatte ein bitteres Lächeln auf ihre Lippen gebracht. Sie hatte in den Spiegel gesehen, doch statt ihr Äußeres darin zu überprüfen, hatte sie ihre Waffe gehoben und auf ihr Ebenbild gerichtet. So wird es aussehen, hatte sie laut gesagt. Sie erstarrte in dieser Stellung und ließ das Gefühl einsinken. Dann hatte sie sich eine kleine Reisetasche geschnappt und die neun Millimeter hineingesteckt. Zum Schluss hatte sie das Selbstporträt genommen, das Douglas Jeffers im Dschungel gemacht hatte, und zwei zusätzliche Ladestreifen eingesteckt. Martin Jeffers hatte darauf bestanden, dass sie mit seinem Wagen fuhren, was ihr Recht sein sollte. Vermutlich ging es ihm um das illusorische Gefühl, Herr der Lage zu sein, als ob er diese Exkursion leitete, nur weil er am Steuer saß. Sie erklärte sich augenblicklich einverstanden und sah darin die Chance, ein wenig zu entspannen, Kräfte zu sammeln und vielleicht sogar zu schlafen, während er durch das Fahren weiter ermüdet würde. Nach dem Wiedersehen mit der alten Drogerie ließen sie die Stadt hinter sich, und das dauerte nicht lange, bis sie über schmale, gewundene, von Bäumen gesäumte Landstraßen fuhren. Nach einer Weile kam sie zu einer kleinen Häusergruppe, die zwischen den Farmen ringsum unpassend wirkte. Er hielt an und zeigte mit dem Finger darauf. »Von hier aus das dritte. Der Familiensitz. Bin seit zehn Jahren nicht mehr hier gewesen.« Sie blickte auf ein bescheidenes, propperes, dreistöckiges Holzständerhaus in grau-weiß mit einem gepflegten, saftig-grünen Rasen, einer Garage und einem ausländischen Wagen davor. »Als wir hier wohnten,« fuhr Martin Jeffers fort, »war es braungestrichen, ein stumpfes, hässliches Dunkelbraun. Innen war es nicht besser als außen. Es war fantasielos. Es war nie behaglich, offen und gastfreundlich, so wie es sich Kinder wünschen. Es war immer unfreundlich und düster. Aber es war immerhin ein Zuhause. Sie standen nicht wie andere Kinder auf der Straße.« Er zuckte die Achseln. »Die äußeren Faktoren werden häufig überschätzt. Das Entscheidende für Kinder sind die inneren Faktoren.« »Wie meinen Sie das?« »Liebe, lebendiger Umgang, Zuneigung, Stolz, Rückhalt. Damit kann man sogar unter den widrigsten Umständen überleben. Ja, sogar gut gedeihen. Ohne diese Voraussetzung nützen Familie, Geld, Bildung und Kinderbetreuung herzlich wenig. Das Ghetto-Kind, das Schule und Universität schafft und es zum Anwalt bringt. Das Kennedy-Kind, das an einer Überdosis Drogen stirbt. »Verstehen Sie, was ich meine?« »Ja«, erwiderte sie. Sie dachte an ihre Nichte und eine Sekunde lang verkrampfte sich ihr das Herz. Sie schüttelte das Gefühl ab, indem sie eine Frage stellte. »Sie sagten, Ihre beiden Adoptiveltern wären tot.« »Ja«, antwortete Martin Jaffers, »unser Adoptivvater starb bei einem Unfall, als wir Teenager waren, und unsere Adoptivmutter starb vor drei Jahren, eines natürlichen Todes, wie es so schön heißt, worunter in Ihrem Fall Alkohol, zu viele Beruhigungsmittel, Fastfood, Rauchen und Bewegungsmangel zu verstehen sind, und ein Herz, das von all diesem Mist zu belastet war, um ihn länger zu verkraften. In Wahrheit also ein ganz und gar unnatürlicher Tod. Wo sind Sie begraben? Sie wurden beide eingeäschert. Leuten wie Ihnen errichtet man kein Denkmal. Es sei denn, man hätte völlig den Verstand verloren. Er verstummte bei dem Gedanken, dass sein Bruder auf eine verquere, psychisch kranke Art und Weise genau das tat. Detective Barron nahm diese Information zur Kenntnis und speicherte sie ab, während sie das Haus betrachtete. »Da haben wir ein Denkmal«, dachte sie. »Und ihr kam eine Idee.« »Warten Sie einen Moment«, bat sie. »Vergessen Sie es«, gab er zurück. Sie stiegen beide aus und gingen zur Haustür. Detective Barron klingelte. Nach wenigen Sekunden hörte sie drinnen Schritte und eine Kinderstimme. »Ich geh schon, ich geh schon, das ist bestimmt Jimmy!« Die Tür flog auf, und sie hatte einen flachsblonden, fünf oder sechs Jahre alten Jungen vor sich. Er warf einen enttäuschten Blick auf sie und Martin Jeffers, drehte sich um und brüllte, »Mom, das sind Erwachsene!« Es klang, als fühlte er sich betrogen. Dann wandte er sich wieder den Fremden zu und sagte, »Hi!« »Ist deine Mom oder dein Dad zu Hause?«, fragte Detective Barron. Bevor das Kind antworten konnte, hörte sie hastige Schritte und eine Frau, etwa in ihrem Alter, erschien verlegen in Jeans und mit einem Spaten in der Hand. »Tut mir leid,« entschuldigte sie sich und wischte sich über die Stirn. »Ich war hinten im Garten, und wir erwarten einen Spielkameraden. Was kann ich für Sie tun?« »Hallo,« begrüßte Detective Barron sie und hielt ihre goldene Dienstmarke hoch. »Ich bin Detective Mercedes Barron. Wir ermitteln im Fall dieses Mannes, der vermisst wird.« Sie zeigte ihr das Bild von Douglas Jeffers. »Wir wüssten gerne, ob Sie ihn vielleicht gesehen haben.« Die Frau war sichtlich überrascht, an einem heißen Samstagvormittag eine Kripobeamtin vor sich zu haben. »Nein,« antwortete sie. »Wieso? Wieso sollte ich den gesehen haben? Ist das passiert?« »Nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssten,« log Detective Barron. »Der Herr, der mit meinem Partner hier verwandt ist, hat einmal in dieser Gegend gewohnt. Da er vermisst wird, hatten wir gedacht, dass es ihn vielleicht dorthin gezogen hat, wo er aufgewachsen ist. Weiter nichts. Kein Grund zur Sorge. Und es war auch nur eine vage Vermutung. »Ach so«, meinte die Frau, als sei Detective Barrons Mischung aus Wahrheit und Lüge eine befriedigende Antwort auf ihre Frage, statt Anlass für tausend neue Fragen. »Ach so«, wiederholte sie. Sie warf einen zweiten Blick auf das Foto. »Tut mir leid, den haben wir nicht gesehen.« »Lass mal sehen«, rief der Junge. »Nein«, entgegnete die Mutter. »Billy, lass das bitte.« »Ich will es aber sehen«, quengelte das Kind. Die Mutter sah Detective Barron an. »Wird Zeit, dass ein Spielkamerad kommt«, sagte sie. Die Polizistin beugte sich zu Billy herab und zeigte ihm die Aufnahme. »Hast du den schon mal gesehen?«, fragte sie. Das Kind betrachtete das Foto eingehend. »Ja, der könnte hier gewesen sein.« Detective Barron spannte sämtliche Muskeln an und merkte, wie Martin Jeffers unwillkürlich einen Schritt näher kam. »Billy«, bieß ihn die Mutter zurecht. »Das ist eine ernste Angelegenheit, das ist kein Spiel.« »Vielleicht habe ich ihn gesehen«, beharrte das Kind. »Vielleicht war der hier.« »Billy«, Detective Barron blieb ruhig und freundlich. »Wo hast du den gesehen?« Das Kind wedelte mit der Hand Richtung Straße. »Hat er etwas gesagt? Was hat er getan?« Augenblicklich war der Junge schüchtern. »Nichts. Hast du einen Wagen gesehen oder war jemand bei ihm?« »Nö.« »Wann war das?« »Nur Weile her.« »Und was passierte dann?« »Nix. Vielleicht habe ich ihn gesehen. Weiter nix.« Detective Barron hörte das Knirschen von Reifen auf dem Kies hinter ihr. Sie sah das Leuchten in den Kinderaugen. »Sie sind da!« rief Billy seiner Mutter zu. »Sie sind da! Kann ich bitte raus?« Die Mutter sah Detective Barron an, die sich aufgerichtet hatte und nickte. »Sicher«, meinte die Frau. Das Kind stürzte an Detective Barron und Martin Jeffers vorbei aus dem Haus. Seine Mutter trat ebenfalls aus der Tür und sah ihrem Kind und seinem Freund dabei zu, wie sie anfingen zu spielen. Sie winkte der anderen Mutter am Steuer des Allerwelts Kombis zu. »Ich weiß nicht, ob Sie das unbedingt für bare Münze nehmen sollten«, fing sie an. »Keine Sorge«, unterbrach sie Detective Barron. »Das tue ich nicht. Ich glaube nicht, dass er jemanden gesehen hat.« »Ich auch nicht«, stimmte die Mutter zu. »Danke für Ihre Hilfe«, sagte Detective Barron. Sie und Martin Jeffers gingen zu seinem Wagen zurück. Sie blieb noch einmal stehen und winkte dem Jungen zu, der jedoch so sehr in das Spiel mit seinem Freund vertieft war, dass er sie nicht sah. Im Wagen hakte Martin Jeffers nach. »Was glauben Sie wirklich?« Sie zögerte einen Moment. »Ich glaube nicht, dass er hier gewesen ist.« »Ich auch nicht«, meinte er. Beide schwiegen. »Vielleicht doch«, räumte er ein. »Vielleicht.« »Wiederschweigen.« »Ich glaube, er war hier«, sagte er. »Ich auch«, bestätigte Detective Barron. Martin Jeffers nickte und legte den Gang ein. Er hatte durchaus registriert, wie sie, ohne mit der Wimper zu zucken, die Mutter belogen hatte. Dann wendete er behutsam und ließ das Haus und den möglichen Besuch des Gejagten zusammen mitsamt den unausgesprochenen Erinnerungen hinter sich. Auf ihrem weiteren Weg nach New Hampshire schwiegen sie die meiste Zeit, und nur die Geräusche von der Straße drangen in ihre Gedanken. Sie machten ein paar Anläufe, Konversation zu treiben. Kurz hinter New Haven fragte Martin Jeffers, »Sind Sie verheiratet, Detective?« Sie überlegte, ob sie lügen und ihn im Dunkeln belassen sollte. Dann zuckte sie innerlich die Achseln und kam zu dem Schluss, es sei nicht der Mühe wert. »Nein, verwitwet.« »Oh, tut mir leid.« Das entsprach dem Gebot der Höflichkeit. »Ist schon lange her, ich hab jung geheiratet und er ist im Krieg gefallen. Auf die eine oder andere Weise ist keiner verschont geblieben.« »Hat es Sie erwischt?« »Nein, als ich soweit war, gab es bereits die Einberufung nach Losverfahren, und ich hab die Losnummer 347 gezogen. Normalerweise hab ich nicht sonderlich viel Glück, aber da schon. Es hat nie jemand bei mir angeklopft. Und Ihr Bruder? Das war seltsam. Er war ein paar Mal da, aber immer im Auftrag irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung. Er hat auch das College geschmissen. Er wäre eigentlich prädestiniert gewesen, aber Sie haben ihn nie geholt. Und keine Ahnung warum. Er schwieg, bevor er sagte, »Sie sind offenbar noch jung, aber Sie haben nie wieder geheiratet?« Sie musste gegen Ihren Willen lächeln. »Die erste große Liebe schon an der Highschool. Gegen die glühenden jugendlichen Gefühle und die Erinnerungen, die man davon zurückbehält, kommt so schnell keiner an.« Martin Jeffers lachte leise. »Wie wahr?«, sagte er und fragte als nächstes, »wieso sind Sie zur Polizei gegangen? Mehr oder weniger Zufall nehme ich an. In Miami gab es ziemlich genau zu der Zeit, als ich dort hingezogen war, ein Gleichstellungsverfahren. Ich sah die Anzeige in der Zeitung. Ich las, dass die Polizei per Gerichtsverfügung dazu verdonnert worden war, mehr Frauen- und Minderheitenvertreter einzustellen, und dachte, es ist den Versuch wert.« Wieder lächelte sie. »Ist das nicht typisch amerikanisch? Ich habe mich auf die Annonce gemeldet, im Grunde nur aus Spaß. Dann habe ich gemerkt, dass ich gut war. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich das besser als irgendetwas anderes konnte. Und Sie?« Psychiatrie? Naja, aus zweierlei Gründen wohl. Zum einen konnte ich kein Blut sehen, und wenn Sie ein erfolgreicher Arzt sein wollen, müssen Sie mit dem Saft ziemlich unbeschwert umgehen können. Zum anderen hasste ich den Gedanken, Patienten zu verlieren. Das schloss eine ganze Reihe Sparten meiner Zunft aus. Vermutlich gibt es noch ein drittes. Es wird nie langweilig. Die Menschen finden immer wieder neue Varianten für eine Handvoll ähnlich gelagerter Themen. »Das stimmt«, bestätigte sie. »Sehen Sie, wir klingen schon wieder ähnlich.« Sie nickte. Sie dachte an den Brief, den sie in seinen Unterlagen gefunden hatte, den Laufpass einer ehemaligen Freundin. »Niemand, mit dem Sie alles teilen?« Sie sah, wie er seine Gedanken ordnete, bevor er den Mund öffnete. »Nein, nicht wirklich. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe mich an ein ziemlich zurückgezogenes Leben gewöhnt, besonders, da die Arbeit in der Klinik so viel Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem muss man sich in diesem Fachbereich wie vermutlich in jedem anderen ständig weiterbilden und auf dem Laufenden sein. Das ist auch ziemlich zeitaufwendig. Also, nein, im Grunde niemand.« Sie nickte und dachte, »Und du hast panische Angst.« »Vor dir selbst.« Die Unterhaltung veräppte im rhythmischen Geräusch der Reifen auf dem Teer und dem stetigen Dröhnen des Motors. Detective Barron fand, dass sie sich bis jetzt einen guten Schlagabtausch geliefert hatten. Der Doktor rang ihr eine gewisse Achtung ab. Er steht unter erheblichem Stress, dachte sie, und trotzdem hat er seine Zunge unter Kontrolle. Sie hatte schon mit vielen gebildeten Männern zu tun gehabt, vor allem Kriminellen, die unter weit weniger Stress zu den reinsten Plaudertaschen wurden. Sie fragte sich, ob er hinsichtlich seines Bruders richtig lag, ob er tatsächlich ein Geständnis ablegen würde, wenn man ihn mit der Wahrheit und den Beweisen konfrontierte. Sie sah darin ein Problem. Einerseits konnte ein Geständnis, selbst eines, bei dem er mit seinen Taten prallte, ausreichen, um ihn zu überführen. Sie stellte sich ihre Nichte vor, wie sie unter dem Farn im Schatten der dunklen Palmen lag. Vielleicht würde sie ihm nicht alle nachweisen können, doch einige mit Sicherheit. Die Polizeiakten wimmelten von Beispielen, dass Verbrecher plötzlich Serienmorde gestanden, nachdem sie dabei erwischt worden waren, bei Rot über die Kreuzung zu gehen. Sie musste an den Mann in Texas denken, der sich zu zwei oder dreihundert Morden bekannte. Ein Gammler mit einer eigentümlichen, mörderischen Neigung. Lucas. Sie wusste sogar noch den Namen. Sie hatte das Foto aus einem Nachrichtenmagazin vor Augen, auf dem er neben einem Detective mit breitkrempigem Cowboyhut vor einer Landkarte der südöstlichen USA stand. Der Hut war weiß, was wohl den üblichen Gepflogenheiten in Texas entsprach. Vielleicht mussten die Bösen dort Schwarze tragen. Die Karte an der Wand hinter den beiden Männern war mit kleinen bunten Stecknadeln übersät, und sie hatte einen Moment gebraucht, bis der Groschen fiel und sie begriff, was die Nadeln mit dem Mann zu tun hatten, der so schamlos in die Kamera grenzte. Alle Künstler sind Egoisten, dachte sie. Alle Mörder auch. Sie stellte sich Douglas Jeffers vor. Vielleicht hat sein Bruder recht. Vielleicht will er sich zu seinen Verbrechen bekennen. Vielleicht gibt es ihm eine gewisse Befriedigung, im Rampenlicht zu stehen. Sie sah ihn vor sich, wie er lächelnd posierte und sich in dieser perversen, typisch amerikanischen öffentlichen Aufmerksamkeit sonnte, die zwangsläufig mit jedem sensationellen Verbrechen einherging. Er würde es genießen. Bilder und Szenen bestürmten sie. Charlie Manson, wie er vor Gericht plötzlich den Geschworenen die Los Angeles Times entgegenhält, mit der Schlagzeile »Manson ist schuldig«, sagt Nixon. David Berkowitz, wie er sich zu seiner eigenen Urteilsverkündung in den Gerichtssaal schleicht und plötzlich singt »Stacey war eine Hure«, »Stacey war eine Hure«, wobei er das »U« wie ein irres Mantra dehnt und die arme Familie des Opfers in ohnmächtiger Wut auf den Peiniger loszugehen versucht. Die New York Times hatte am nächsten Tag eine bemerkenswerte Federzeichnung davon gebracht. Sie und die Kollegen in ihrer Dienststelle hatten fassungslos darauf gestarrt. Oder Dr. Jeffrey MacDonald, der einem Moderator von Sixty Minutes erzählte, er hätte seine Frau und die zwei kleinen Kinder nicht umgebracht und schon gar nicht in einer Art psychotischem Anfall. Seine Verurteilung wegen Mordes sei daher ein vollkommener Irrtum oder schlimmer noch, eine Verschwörung. Die Reihe der Verbrecher, die es durch eine Straftat und einen Prozess über Nacht in die Schlagzeilen brachten, riss in ihrem Kopf nicht ab. Sie sah den aristokratischen Klaus von Bülow, wie er in schwarzer Lederkluft in Begleitung seiner Geliebten mit selbstzufriedenem, suffisantem Lächeln in die Kamera eines Fotografen von Vanity Fair blickte, nachdem er von der Anklage freigesprochen worden war, seiner Frau Insulin gespritzt und sie in ein irreversibles Koma gestürzt zu haben. Da war Bernhard Götz von einer Verlangsmikrofone mit dem freundlichen Blick über den Brillenrand, während er unter Blitzlichtgewitter und dem Knistern der Notizblöcke in die Kameras der Sechs-Uhr-Nachrichten erklärte, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, als er die vier Teenager erschoss, die ihn in der U-Bahn angesprochen hatten. In ihrem Kopf fügte sich Douglas Jeffers nahtlos in diese Parade ein, und bei dem Gedanken wurde ihr schlecht. Sie kurbelte das Fenster herunter und atmete tief durch. »Alles in Ordnung?« erkundigte sich Martin Jeffers. »Ja,« antwortete sie. »Ich brauche nur ein bisschen frische Luft.« »Sollen wir eine kurze Pause einlegen?« »Nein,« sagte sie entschlossen, »erst wenn wir da sind.« Sie fuhren weiter. Es war schon lange dunkel, als sie die Ausläufe von Manchester erreichten. Sie hatten einmal zum Tanken gehalten, und Detective Barron war in die angrenzende Raststätte gegangen. Sie hatte Kaffee, ein paar Flaschen Limonade und zwei Sandwiches gekauft, eins mit Thunfisch und eins mit Schinken und Käse. Das Brot war schwammig, weiß und in Plastikboxen versiegelt. Als sie wieder im Auto saß, hatte sie Jeffers beide hingehalten. »Suchen Sie sich eins aus.« »Sagen Sie lieber, Sie dürfen das Gift selbst wählen,« hatte er beim Anblick der Brote geantwortet. Er hatte sich für Schinken und Käse entschieden und rasch hineingebissen. »Ich liebe Thunfisch,« hatte er gesäufzt. Sie hatte mitgelacht. Er fragte sich plötzlich, wie lange es her war, dass er zuletzt eine Frau ungehemmt hatte lachen hören. Er glaubte nicht, dass er sie noch einmal zum Lachen bringen könnte. Er rief sich ins Gedächtnis, weshalb sie neben ihm saß und was sie tun würde, wenn sich ihr die Gelegenheit dazu bot. Also mahnte er sich zur Vorsicht, auch wenn er es sich nicht anmerken lassen durfte. »Lass dich nicht einwickeln,« schwor er sich. »Verwechsle ein Lachen nicht mit Vertrauen oder ein Lächeln mit Zuneigung. Vertraue nichts und niemandem. Bleib wachsam.« Er stellte sich gegen die Erschöpfung und fuhr weiter in die tiefe Nacht. Als sie den Stadtrand von Manchester erreichten, entdeckte er das Schild eines Holiday Inn, das sich grell vom Dunkel der New Hampshire Nacht absetzte. Er deutete in die Richtung und fragte, »Wie wär's damit?« »Heute Abend können wir sowieso nichts mehr machen, und wir sind beide schon viel zu lange auf.« Sie nickte. Während ein Teil von ihr die Müdigkeit nicht wahrhaben wollte, verlangte ein anderer, dass sie sich fügte. »In Ordnung.« Jeder füllte sein eigenes Meldeformular aus und zahlte mit eigener Kreditkarte, was den Nachtconcierge zu verwundern schien. Als er ihnen die Schlüssel reichte, zog Detective Barron plötzlich das Foto von Douglas Jeffers heraus und hielt es dem Mann unter die Nase. »Den schon mal gesehen?«, fragte sie. »Ist er irgendwann in den letzten Wochen hier abgestiegen?« »Nicht, dass ich wüsste. Das Gesicht sagt mir nichts«, erklärte der Mann. »Sehen Sie mal in Ihrem Gästeverzeichnis nach«, forderte Martin Jeffers hinauf. »Und der Douglas Jeffers, das ist mein Bruder.« »Das darf ich nicht«, wandte der Angestellte ein. Detective Barron zückte ihre Marke. »Doch, dürfen Sie«, erklärte sie. Er warf einen Blick auf die Marke. »Wir haben kein Verzeichnis«, sagte er. »Ist alles auf Computer und die Namen werden jede Woche gelöscht.« »Versuchen Sie es trotzdem«, drängte Martin Jeffers. Der Mann nickte und tippte etwas ein. »Fehlanzeige«, meinte er. »Ist er mit anderen Holiday Inn-Computern vernetzt?«, fragte Detective Barron. »Ja, ist er«, bestätigte der Hotelangestellte. »Allerdings nur mit den dreien in dieser Gegend.« »Dann versuchen Sie es da mal«, forderte sie ihn auf. »Also«, zögerte er, »ich bin nicht sicher, ob ich weiß, wie das geht, aber ich will's gern versuchen.« Er betätigte die Tastatur und machte einen klickenden Lärm, indem er eine Reihe Buchstaben- und Ziffernkombinationen ausprobierte. »Hey«, rief er plötzlich. »Der Name«, schlussfolgerte Martin Jeffers. »Nein, nein, nein, tut mir leid«, wehrte der Concierge ab. »Ich hab nur rausgefunden, wie es geht. Jetzt überprüfe ich die Namen.« Wieder tippte er einige Tasten. »Nicht in den letzten acht Tagen«, erklärte er. »Danke, dass Sie es versucht haben«, meinte Detective Barron. »Steckt der Kerl in Schwierigkeiten?«, wollte der Mann hinter der Theke wissen. »Könnte man so sagen«, antwortete Detective Barron. »Aber im Moment gilt er nur als vermisst.« Der Mann nickte. Martin Jeffers trug ihr die Reisetasche ins Zimmer. Sie ließ es zu, damit er glaubte, es handele sich um harmloses Gepäck. Hätte sie darauf bestanden, es selbst zu tragen, hätte er daraus geschlossen, dass sie darin ihre Waffen aufbewahrte. Wahrscheinlich war es auch so nicht schwer zu erraten. Vielleicht ahnte er aber auch nichts, und sie hatte einen Vorsprung gewahrt. An der Tür zu ihren Zimmern sahen sie einander an. »Wollen Sie sehen, ob Sie was zu essen finden?«, fragte Martin Jeffers. Sie schüttelte den Kopf. »Gut«, sie standen schweigend da. »Ich muss Ihr Wort haben«, sagte er. »Was denn? Versprechen Sie mir, dass Sie nicht ohne mich losfahren, sobald ich über diese Schwelle trete.« Sie musste schmunzeln. Genau das hatte sie befürchtet. »Wenn Sie mir dasselbe versprechen«, er nickte. »Dann sind wir uns einig.« Auch sie nickte. »Was halten Sie davon, um neun zu starten?«, schlug er vor. »Und den Empfang, um einen Weckanruf zu bitten.« »Für acht«, legte sie fest. »Bis dann.« Wie auf Kommando öffneten beide ihre Türen und traten in ihre Zimmer. Es war ein seltsames Ballett, bei dem sich die Partner nicht sehen, wohl aber dank der dünnen Wände hören konnten. Sie verharrten beide und horchten angestrengt auf Geräusche von nebenan. Dann postierte sich jeder von ihnen in der Mitte des Zimmers. Jeder lauschte misstrauisch auf die Geräusche des anderen, lief noch ein paar Mal lautstark und geschäftig hin und her, dann sanken beide in ihre Betten. Manchester war einmal eine florierende Industriestadt gewesen, die sich immer noch etwas von ihrem rauen, schweißgetränkten Flair erhalten hatte, und die wuchtigen Fabriken sowie andere Ziegelbauten verschwanden nur zum Teil hinter dem üppigen, spätsommerlichen Grün. Detective Mercedes Barron und Martin Jeffers frühstückten schweigend zusammen, bevor sie sich bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg durch die Stadt begaben. Sie redeten wenig und folgten keinem Plan. Sie fuhren einfach durch die Straßen und machten an Fastfood-Restaurants, Tankstellen oder Motelzeit, überall dort, wo Douglas Jeffers vorbeigekommen oder kurz eingekehrt sein könnte, so dass ihn möglicherweise jemand auf dem Foto wiedererkannte. Sie bezweifelte allerdings, ob jemand in diesem Fall irgendetwas wusste, was ihnen weiterhelf. Immerhin hatte Martin Jeffers recht, wenn er sagte, dass sie zumindest die grobe Richtung abschätzen konnten, wenn auch nur ein einziger Zeuge bestätigte, dass Douglas da gewesen sei. Sie war skeptisch. Er war skeptisch. Doch beide räumten sie insgeheim ein, dass sie sich viel besser fühlten, wenn sie etwas unternahmen, selbst wenn es nahezu sinnlos war, statt da zu sitzen und zu warten. Und beide wünschten sich nur eines. Irgendein noch so dürftiges Verbindungsglied, das sie Douglas Jeffers näher brachte. Wenn sie an den gleichen Ort gelangten wie zuvor der Gejagte, so war es, als nehmen sie Witterung auf. Trotzdem kam sich Detective Barron ein wenig albern vor. Die Erfolgsaussichten, das wusste sie, waren minimal. Andererseits war ihr dieser Teil der Polizeiarbeit nie unangenehm gewesen. Einige Kollegen hassten es, mühselig immer und immer wieder dieselben Fragen zu stellen, um irgendwo im Heuhaufen die Nadel zu finden, statt einfach voranzupreschen. Sie dagegen unterschätzte nicht, wie sehr sie ihren Erfolg genau dieser Hartnäckigkeit verdankte. Und ihr machte es nicht das Geringste aus, eine Frage nach der anderen zu stellen. Bei Martin Jeffers lag der Fall ähnlich. Ein Großteil seiner Arbeit bestand darin, unendlich oft dieselben Erinnerungen, dieselben Umstände, dieselben Fakten durchzukauen, bis sie dank seiner schieren Ausdauer ihre unheilvolle Macht verloren. Es war bereits später Nachmittag, als Jeffers fragte, »Wie wär's, wenn wir's beim Polizeirevier versuchten? Nur mal sehen, ob er da reingegangen ist.« »Das hab ich mir für zuletzt aufgehoben«, antwortete sie. »Wir sind durch«, entgegnete er. »Falls er hier gewesen ist, dann hat er offensichtlich keinen Wirbel gemacht.« »Ich glaube nicht, dass er hier war«, gab sie zu, »womit natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass er jederzeit noch auftauchen kann.« Jeffers nickte. »Aber ich hab immer noch einen Beruf und Patiententermine, wenn ich nach der achtstündigen Fahrt wieder in New Jersey bin. Wenn Sie noch länger bleiben wollen...« »Nein«, wehrte sie ab. »Wir ziehen das zusammen durch«, dachte sie. »Nein, wir bleiben zusammen, bis...« »Er fiel ihr ins Wort.« »Bis wir die Sache geklärt haben.« »Richtig.« »Gut, dann zum Polizeirevier.« Martin Jeffers suchte die Adresse des Präsidiums heraus, während Detective Barron das Foto nach einem letzten Tankwart zeigte. Einmal mehr ohne Erfolg. Sie ließen sich von dem Mann den Weg beschreiben und fuhren durch eine Reihe deprimierender Straßen, eine so heruntergekommen wie die andere. Das Polizeipräsidium befand sich im schmutzigsten Teil der Stadt. Detective Barron merkte, dass viele Streifenwagen in der Gegend unterwegs waren und schloss daraus, dass es nicht mehr weit sein konnte. Auf der linken Seite entdeckte sie ein großes, rotes Klinkergebäude. »Da«, meinte sie und zeigte mit dem Finger darauf. Martin Jeffers zögerte. »Das ist es nicht«, erklärte er. »Das ist neu, ich meine, relativ neu. Der Bau, den ich in Erinnerung habe, war alt.« Er parkte vor dem Gebäude. »Sehen Sie sich den Eckstein an!« Sie drehte sich um und folgte seinem Blick. Errichtet 1973, stand auf dem grauen Stein an der Ecke. »Gehen wir rein und fragen«, schlug er vor. Drinnen erstrahlte die moderne, wenn auch schon ein wenig abgenutzte Einrichtung unter der hellen Neonbeleuchtung. Sie wandten sich an einen diensthabenden Sergeant und Detective Barron zückte ihre Marke. Der Sergeant war ein korpulenter Mann, der wahrscheinlich gerne Innendienst schob und ebenso geübt Konflikten wie einem Straßeneinsatz aus dem Weg ging. »Miami«, sagte der Mann recht freundlich. »Mein Schwager betreibt in Fort Lauderdale eine Bar. Hab ihn mal besucht, aber zu viel junges Gemüse da unten, wenn Sie mich fragen. Puh, und heiß. Also, Detective aus Miami, was kann ich für Sie tun?« »Was hat Manchester, das Sie interessieren könnte?« Dabei dehnte er den Vokal zu einem so breiten »Ö«, dass Detective Barron schmunzeln musste. »Zweierlei«, antwortete sie. »Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Und hat es im Stadtzentrum von Manchester nicht mal eine alte Polizeiwache gegeben?« Der Sergeant sah sich das Bild an. »Nein, wüsste nicht, dass ich den schon mal gesehen hätte. Soll ich Kopien machen und sie bei der Diensteinsatzbesprechung verteilen lassen? Wenn der Kerl gesucht wird, sollten wir das wissen. Was meinen Sie?« Detective Barron dachte fieberhaft über das Angebot nach. »Nein«, beschloss sie. »Der gehört mir.« »Nicht nötig«, versicherte sie laut. »Im Moment brauchen wir ihn nur für eine Befragung, und ich hab nicht genug gegen ihn in der Hand, um ihn zu verhaften. Ich bin noch bei den Befragungen, wissen Sie?« Der Sergeant nickte. »Ganz wie Sie wollen«, meinte er. »War nur ein Angebot.« »Das ich zu schätzen weiß«, erwiderte sie. Er lächelte. »Und jetzt«, fuhr der Sergeant fort, »zu dieser alten Wache. Es hat sogar mehrere gegeben. Bis in die Sechziger hinein waren wir sowas wie mehrere kleine Städte nebeneinander. Es wimmelte von Revieren. Dann wurden sie in diesem neuen Prachtbau hier zusammengefasst. Er machte eine ausladende Handbewegung, bevor er weitersprach. »Die meisten hat man abgerissen. Eins wurde zu einem Gebäude mit Anwaltskanzleien umfunktioniert. Die Wache in der Nähe des Gerichts. Ich glaube, aus einer haben sie Eigentumswohnungen gemacht. Die liegen am anderen Ende der Stadt auf der vornehmen Seite.« Er lachte. »Manchmal denke ich, das ist unser aller Los. Wenn wir mal nicht mehr sind, wir werden in Eigentumswohnungen umgewandelt. Irgendwo im Himmel.« Er lachte wieder. Und Jeffers wie Detective Barron grinsten. »Vielleicht war da etwas dran.« »Welche war denn die Hauptwache? Die größte?« Wollte Jeffers wissen. »Das war die gegenüber vom Gericht.« »Und wie kommen wir da hin?« »Übertreten Sie das Gesetz.« »Wie bitte?« »Nur ein kleiner Scherz. Wie Sie vor Gericht kommen, indem Sie das Gesetz übertreten.« »Wie gesagt, war nur ein kleiner Scherz.« »Diese Straße sechs Häuserblocks weiter, dann rechts auf den Washington-Bulbar. Dann sind Sie schon fast da.« Sie bedankten sich und gingen. »Fahren wir erst mal langsam daran vorbei,« schlug Detective Barron vor. Jeffers nickte zustimmend. »Anwaltskanzlein. Passt irgendwie. So was wie Recycling.« Sie lächelte. »Noch ein kleiner Scherz,« grinste er. Sie fanden das Gebäude mühelos. Jeffers schwieg einen Moment, als er es vor Augen hatte. »Die Fassade scheint unverändert zu sein,« meinte er schließlich. Sie hatte das Gefühl, dass sein Ton plötzlich aufgesetzt entschlossen klang, als könnte eine feste Stimme ihm Kraft verleihen. Er parkte vor dem Gebäude und starrte durch die Scheibe. »Es war windig und dunkel, und es hat geregnet.« entsann er sich. »In meiner Erinnerung sah es damals bedrohlich und hoffnungslos aus, so als müsste es eine Inschrift über dem Eingang geben. »Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!« Ohne auf Detective Barron zu warten, sprang er mit einem Satz aus dem Wagen und marschierte die breite Eingangstreppe hoch. Er stand an der Tür und zog am Knopf. »Abgeschlossen. Wir haben Sonntag, und die Büros sind geschlossen.« Sie sah ihn an. »Gott sei Dank,« seufzte er. Er zitterte ein wenig. »Wissen Sie, was das für ein Gefühl ist, als Kind ganz allein zu sein? Kinder haben eine wunderbare Anpassungsfähigkeit, wenn es um konkrete Ängste geht. Zum Beispiel Schmerzen, eine Krankheit oder einen Todesfall. Wirklich beängstigend ist nur das Unbekannte für sie. Sie verfügen über keinen Erfahrungsschatz, sie wissen nicht, wie die Dinge laufen, und so fühlen sie sich vollkommen ausgeliefert. Wissen Sie, was ich von der Nacht noch in Erinnerung habe? Im Prinzip alles. Und das erschreckend deutlich. Ich weiß noch, dass meine Schuhe zu eng waren und ich ein neues Paar brauchte. Ich dachte, ich würde es nie bekommen. Wie sollte ich ohne Schuhe jemals groß werden? Ich weiß, wie ich da saß und dringend aufs Klo musste, so sehr, dass es wehtat, aber ich hatte zu große Angst, es jemandem zu sagen. Ich begriff nur, dass ich nicht von dieser Bank aufstehen durfte, wo wir warten sollten. Duck hat sich um mich gekümmert. Irgendwie wusste er Bescheid. Als ich klein war, hatte ich immer das Gefühl, als wüsste er, was in meinem Kopf vorgeht, bevor ich es selbst ahnte. Vermutlich schreiben alle jüngeren Geschwister dem großen Bruder solch magische Fähigkeiten zu. Wahrscheinlich konnte ich nur nicht still sitzen. Jedenfalls ist er mit mir zur Toilette gegangen. Und er hat gesagt, er würde sich um mich kümmern. Keine Sorge. Er wäre immer für mich da. Ich weiß nicht, wie ernst er das meinte, aber seine Worte klangen wunderbar beruhigend. Ich glaube, in der Nacht hatte ich Angst, ich würde sterben, bis er mich bei der Hand nahm. Die Sonne verblasste und die abendlichen Schatten legten sich über Martin Jeffers Erinnerung. Das bedeutet Kindheit, dachte Detective Barron. Man sucht Zuflucht vor einer Angst nach der anderen, bis man stark, alt und klug genug ist, um aus eigener Kraft gegen die Ängste anzugehen. Aber einige davon wird man nie los. Sie betrachtete Martin Jeffers. Er starrte an dem Gebäude hoch. Er ist mein Bruder, bekräftigte er. Jetzt sind wir erwachsen, und er tut diese schrecklichen Dinge, und ich muss dafür sorgen, dass er aufhört. Aber in der Nacht damals hat er mir das Leben gerettet. Ich weiß es. Martin Jeffers drehte sich um. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen, drängte er. Bloß weg. Er packte sie am Arm und zog sie die Treppenstufen herunter. Sie leistete keinen Widerstand. Fahren wir nach New Jersey zurück, jetzt, fügte er hinzu. Sie sagte nichts, sondern nickte nur stumm. Sie sah, wie sein Gesicht erneut von Schmerz und Gewissensqualen zermatert wurde. Ein Moment lang wurde sie doppelt traurig. Aus Mitleid mit dem im Stich gelassenen Kind, das für den Rest seines Lebens die verlorene Mutter suchte, und aus Mitleid mit dem erwachsenen Mann, den die schreckliche Erkenntnis fast zerriss. In diesem Moment bedauerte sie, dass sie Martin Jeffers unter so fürchterlichen Umständen kennengelernt hatte. Unter anderen Umständen hätte sie ihn früher oder später gern gehabt. Für einen Augenblick bemitleidete sie sich selbst. Doch sie schüttelte die Empfindung ab und nahm ihren Platz am Wagen ein. »Es tut mir leid, Martin Jeffers«, dachte sie im Stillen. »Es tut mir schrecklich leid, aber du führst. Ich folge dir. Du führst mich zu deinem Bruder.« Das würde er tun, da war sie sicher. Doch im selben Moment, als Jeffers sich von dem Gebäude abwandte und den Kopf schief hielt, damit sie seine Tränen nicht sah und sich hinters Lenkrad warf, wusste sie auch, dass er seinen Bruder nie verraten würde. Kurz vor Mitternacht, gegen Ende einer weiteren wortlosen Fahrt, überquerten sie die George Washington Bridge und ließen New York City mit dem nie erlöschenden Lichtermeer links liegen. Detective Barron hatte die Augen geschlossen und Martin Jeffers glaubte, dass sie schlief. Er manövrierte sich durch den immer noch dichten nächtlichen Verkehr. Vor ihm tauchte eine ganze Verlangs grüner Schilder aus dem Dunkel auf, die in ein Dutzend verschiedener Richtungen wiesen, und er musste daran denken, wie viele Menschen, Maschinen und Autobahnen auf diese Brücke zustrebten. Route 4, 46 und 9W, der Palisades Parkway und das breite Band der Interstate 95 in nord-südlicher Richtung, sowie das ebenso starke schwarze Band der Interstate 80 von Ost nach West. Die Lichter der entgegenkommenden Fahrzeuge blendeten ihn. Ein kurzes Aufblitzen, dann waren sie verschwunden. Wenn er auf die Spuren der entgegengesetzten Fahrbahn schaute, konnte er die Autos kaum erkennen, und plötzlich kam ihm der seltsame Gedanke, dass sein Bruder irgendwo da draußen war. Er kann überall sein, aber ich weiß, dass er hier ist. Er könnte eins von den Lampenpaaren sein, an denen er vorüberkam. Das da, oder das, oder das. Aber eins davon ist er. Er hätte ihm am liebsten etwas zugerufen, konnte es aber nicht. Ich weiß es. Bitte. Dann schüttelte er den Kopf, um den Gedanken abzuschütteln. Er machte sich klar, wie lächerlich die Vorstellung war, und dass er zu müde und zu erschöpft war, um klar zu denken. Zwölftes Kapitel Noch eine Fahrt nach New Hampshire Er hatte die Stricke zu fest geschnürt, und das Nylon schnitt ihr äußerst schmerzhaft in die Handgelenke. Nachdem sie gemerkt hatte, dass der Strick ihr jedes Mal, wenn sie daran zog oder die Hände verdrehte, das rohe Fleisch wundrieb, hatte sie es aufgegeben, dagegen anzukämpfen. Sie versuchte, das Pochen bis in die Arme hinauf zu ignorieren und etwas Schlaf zu finden. Doch immer, wenn sie die Lieder schloss, sah sie nur den rotglühenden Schmerz, vor dem es keinen drinnen gab. Und so blieb sie hellwach, obwohl sie die Grenze der völligen physischen und psychischen Erschöpfung weit hinter sich gelassen hatte. Auch der Knebel in ihrem Mund bereitete ihr Probleme. Sie konnte nur durch die Nase atmen, die er blutig geschlagen hatte, so daß ihr bei jedem Atemzug geronnenes Blut und Schleim die größten Schwierigkeiten machten. Zuerst hatte er sie geknebelt, dann ihren Kopf heftig zurückgezogen und das Tuch in ihrem Nacken fest verknotet, ohne darauf zu achten, was er tat. Dann hatte er ihr ein graues Klebeband quer über den Mund geklebt. Es stank nach Chemie und sie hatte Angst, sich zu übergeben. Sie wußte, das konnte ihr Ende bedeuten. Wenn sie sich vor Schmerz, Angst und Panik erbrach, dann konnte sie daran ersticken. Sie war verblüfft, als ihr klar wurde, daß sie die Gefahr, in der sie sich befand, sehr genau einschätzen konnte. Und trotz der Nebelschleier, die die Qual über ihr Bewusstsein legte, mußte sie daran denken, welche Wegstrecke sie schon zurückgelegt hatten und wie viel mehr sie begriff. Bei dem Gedanken kroch ihr erneut Angst den Rücken hoch. Nachdem sie diesen Albtraum bis hierher überlebt hatte, fühlte sie sich äußerst verletzlich. Sie wies den Gedanken, daß er sie jetzt töten wollte, energisch zurück. Anne Hampton wußte nicht, weshalb Douglas Jeffers sie in dieser Nacht geschlagen und gefesselt hatte. Doch wirklich überrascht war sie nicht. Vermutlich lag es daran, daß ihm die Ermordung der beiden jungen Frauen vereitelt worden war. Doch sie hatte ihn nicht wiedererkannt. Er hatte der blanken Wut freien Lauf gelassen. Irgendwie hatte sie gewusst, was kommen würde. Er war mürrisch und ohne ein Wort von der Rennbahn weggefahren. Und sein Schweigen war schlimmer gewesen, als sein übliches Monologisieren. Trotz der Dunkelheit war er an New York vorbeigefahren, bis sie um Mitternacht die Gegend von Bridgeport, Connecticut erreichten. Dort hatte er ein mieses Quartier wie üblich gefunden, sich bei einem unrasierten Nachtconcierge eingetragen, kaum ein Wort mit ihm gewechselt und wie immer bar bezahlt. Kaum war die Tür hinter ihm geschlossen, hatte er sich auf sie gestürzt und sie mit der flachen Hand geschlagen, so daß sie quer durchs Zimmer flog. Bei den ersten Hieben hatte sie schützend die Arme hochgehoben, doch schließlich hatte sie sich gefügt und die Prügel eingesteckt, die er austeilen wollte. Ihre Passivität hatte ihn vielleicht enttäuscht, doch fast so schnell, wie sie seine Schläge trafen, durchfuhr sie der Gedanke, daß sie die Stelle der beiden Frauen einnehmen könnte, falls sie sich wehrte. Sie waren mit dem Leben davongekommen, und sie wollte nicht hier und jetzt deren Glück mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Und so sang sie zu Boden, hielt nur zaghaft die Arme vor sich und ließ sich von ihm verprügeln. Es war wie ein Anfall gewesen, ein Krampf, kurz und entsetzlich, doch schnell vorbei. Dann hatte er sie verächtlich in eine Ecke geschleift, wo sie zwischen der Wand und den durchgelegenen Betten des Motelzimmers kauerte. Sie hatte nicht gesehen, wie er die Strecke geholt hatte, doch plötzlich hatte er sie niedergeworfen, und sie hatte gespürt, wie sich die Fesseln schlangen gleich fest um sie legten. Gleich darauf folgte der Knebel. Sie hatte hochgeschaut und versucht, seine Augen zu sehen, um zu begreifen, was passierte, doch vergeblich. Er hatte ihr einen letzten gereizten Stoß versetzt und ohne eine Erklärung mit der wagen Versprechung »Ich komme wieder« das Motel verlassen. Die meiste Angst machte ihr der Strick. Seit ihrem ersten Tag hatte er ihn nicht mehr benutzt, und sie fürchtete, dass dies eine schreckliche Veränderung in ihrer Beziehung signalisierte. Sie war wieder sein Besitz und nicht mehr. So seltsam das auch klang, so etwas wie seine Partnerin. Sie hatte ihre Identität, ihre Bedeutung verloren. Wenn sie für ihn nicht mehr wichtig war, dann würde er sich ihrer entledigen, und ihr war sehr wohl bewusst, dass der Euphemismus für etwas anderes stand. Sie erkannte, dass die Situation äußerst gefährlich für sie geworden war. Boswell würde er nicht so schnell töten. Eine namenlose, gesichtslose, gefesselte und geknebelte Frau, die ihm lästig fiel und ihn an einen Fehlschlag erinnerte, dagegen schon, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Sie suchte so gut sie konnte das Zimmer mit ihren Augen ab. Sie sah eine alte Frisierkommode, einen Spiegel und zwei Betten mit billigen, verblichenen, braunen Kortdecken darauf, und sie musste daran denken, dass es ein erbärmlicher Ort zum Sterben war. Sie hatte Vicky und Sandy vor Augen, die sich nur widerstrebend wieder angezogen hatten. Sie war verwirrt gewesen. Jeffers war lächelnd, witzelnd und in übermütiger Stimmung aus dem Wald getreten, als sei alles in bester Ordnung. Doch sie wusste, dass ihm irgendetwas einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, was sie nur umso mehr alarmierte. Er hatte den beiden wegen ihres guten Aussehens geschmeichelt und ihnen eine echte Chance auf die sagenumwobene Doppelseite versprochen. Sie erinnerte sich, dass sie das alles wie aus der Ferne mitbekam. Sie war in böser Erwartung wie gelähmt gewesen. Sie hatte ein Dutzend Mal aufgeschaut und die Waffe in seiner Hand gesehen, bevor sie erkannte, dass es nur die Kamera war. Nachdem er noch ein paar Aufnahmen gemacht hatte, hatte er sie alle durch den Wald wieder zurück zum Wagen gedrängt. Auf der Fahrt zur Rennbahn hatte er die beiden kiechernden Mädchen immer noch geneckt, während Sandy und Vicky immer wieder beteuerten, »Nicht zu fassen, was wir für Glück gehabt haben!« Wäre es nicht zum Weinen gewesen, hätte sie gelacht. Für sie war die Tatsache, dass der Mord ausgeblieben war, doppelt so beängstigend gewesen wie der Akt selbst. Sie wusste nicht, was vorgefallen war, welcher Zufall oder glückliche Umstand den beiden Frauen das Leben gerettet hatte. Sie wusste nur, dass er sie wieder an der Haupttribüne abgesetzt und den beiden lachend hinterhergewinkt hatte, bevor er aufs Gas getreten und Richtung Highway gefahren war. Nach diesem falschen Lachen hatte sie bei Douglas Jeffers nur noch stetig anschwellenden Zorn beobachtet. Anne Hampton schaffte es, sich trotz des brennenden Schmerzes an den Handgelenken zu entspannen und sich darüber Klarheit zu verschaffen, was geschehen war. Wenn er zurückkam, schwor sie sich, würde sie ihn dazu bringen, sie zu befreien. Sie konzentrierte sich darauf und schärfte sich ein, nichts anderes zählt. Nichts anderes ist wichtig. Du musst erreichen, dass er anerkennt, wer du bist, und das wird er erst tun, wenn er mir die Fesseln abnimmt. Sie schluckte schwer und merkte, dass ihr Magen auf und nieder ging wie ein Boot im Sturm. Sie kämpfte gegen die Übelkeit an, die ihr die schiere Angst bereitete. Ich bin im Moment dem Tode näher als zu irgendeinem Zeitpunkt seit den ersten Minuten. Mach dich unverzichtbar. Er muss dich brauchen. Er muss. Er muss. Zwing ihn dazu. Während sie auf seine Rückkehr wartete, wiederholte sie die Worte immer und immer wieder, wie ein schreckliches Wiegenlied. Douglas Jeffers fuhr ziellos durch die dunklen Straßen, einzig auf der Suche nach einem Ventil für seine Frustration. Ein Moment lang dachte er daran, in die Innenstadt zu fahren und einfach einen Pechvogel auf der Straße hinzurichten. Er überlegte, ob er eine Prostituierte finden sollte. Die Boten das leichteste Ziel, sie leisteten ihrer Ermordung geradezu Vorschub. Auch der Gedanke, bei irgendeiner rund um die Uhr geöffneten Tankstelle vorzufahren und einfach den Angestellten wegzupusten, hatte etwas für sich. Das lief unter Berufsrisiko, wenn man nachts für Benzingeld kassierte. Immer wieder war jemand anders an dem Geld interessiert und bereit, dafür zu töten. Für Douglas Jeffers hatten all diese verschiedenen Möglichkeiten ihren Reiz. Das war der Stoff der allnächtlichen Polizeiberichte. Diese Fälle bekamen am nächsten Morgen höchstens ein paar Zeilen in der Zeitung. Im städtischen Leben waren sie der ganz normale Standard, gerade zur Routine. Es war nur wenig von Belang, dass ein Leben endete, eine Begleiterscheinung der Nacht, die mit der ersten Morgendämmerung verblasst. An diese Art Verbrechen würde ein Experte von seinem Format nicht mehr als ein paar Sekunden verschwenden, und der Fall wäre klar. Er schüttelte den Kopf. Ein anderes Mal, dachte er, werde ich es tun. Vielleicht eine Spirituosenhandlung, die ein bisschen zu lange geöffnet hat. Eine Skimütze und eine große Knarre. Ein wahrhaft amerikanischer Augenblick. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor dem Ende. Nicht noch alles vermasseln. Er wünschte sich abwechselnd, er hätte den jungen Ranger getötet, oder die zwei jungen Frauen. Doch vor allem war er auf sich selbst wütend, weil er die Probleme nicht vorhergesehen hatte, die sich an das geplante Verbrechen knüpften. Er ging in Gedanken noch einmal die Einzelheiten durch und machte sich bittere Vorwürfe. Ich war doch immer auf jede Eventualität gefasst. Ich habe bisher immer jedes Dilemma vorhergesehen. Ich hätte ein besseres Versteck finden müssen. Er haderte mit sich wegen der Wahl der Lichtung. Mir gefiel das verdammte Licht und der Hintergrund. Ich habe wie ein Fotograf und nicht wie ein Mörder gedacht. Die ganze Arbeit war also umsonst. Umsonst! Verdammt, verdammt, verdammt! Er versuchte, seine Wut zu besänftigen, indem er sich sagte, dass mit dem Auftauchen des Rangers nicht zu rechnen gewesen war. Doch das waren faule Ausreden. Und die waren erbärmlich. Ich bekomme doch sonst, was ich will, sagte er sich. Und zwar immer! Er trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad, warf sich heftig auf seinem Sitz hin und her, so dass er selbst bei langsamem Tempo kaum noch Kontrolle über das Fahrzeug hatte. Er hätte schreien können, tat es aber nicht. Dann fiel ihm Anne Hampton im Hotelzimmer ein. Lass sie schmoren, sagte er sich wütend. Lass sie Angst ausstehen. Lass sie leiden. Lass sie sterben. Er holte Tiefluft und hielt sie einen Moment an. Er war erstaunt, dass diese Überlegungen ihm ein etwas unbehagliches Gefühl bereiteten. In einer verlassenen Straße in einer Lagerhausgegend fuhr er rechts heran. Er legte den Kopf zurück und war plötzlich müde. Es war verdammt noch mal nicht ihre Schuld. Es war deine. Sie hat getan, worum du sie gebeten hast. Er machte die Augen zu. Verdammt! Der Plan war fehlerhaft. Er seufzte. Nun ja, womit lediglich bewiesen wäre, nobody is perfect. Seine Wut verflog mit einem Schlag und er kurbelte die Scheibe herunter, so dass sich die abgestandene Luft im Wagen mit der dunklen, kühlen der Nacht vermischte. Er lachte laut auf. Das Lachen verwandelte sich in ein kindisches Kichern. Nobody is perfect, dachte er. Stimmt. Aber du bist verdammt nah dran. Er dachte an die beiden nackt posierenden Frauen. Du musstest sie gar nicht töten, wurde ihm klar. Die sterben vermutlich früher oder später an Langeweile und Dummheit, sowie einem öden Leben, das wenig verspricht und noch weniger hält. Das Aberwitzigste, wurde ihm in diesem Moment bewusst, war die Tatsache, dass sie soeben die einzigartigsten, aufregendsten und gefährlichsten Minuten hinter sich hatten, die sie je erleben würden, egal wie alt sie würden. Einen erhabenen Nachmittag lang waren sie mit wahrer Genialität in Berührung gekommen und hatten es geschafft, ihn zu überleben. Und die blöden Kühe wussten es nicht einmal. Wieder musste er lachen. Die Erschöpfung machte sich in ihm breit und er räumte ein, dass er unbedingt schlafen musste. Nun ja, dachte er, wir sind durchaus noch im Zeitplan. Eine nette kleine Fahrt nach New Hampshire am nächsten Morgen. Er überlegte, ob er sie, bevor es Abend wurde, noch auf den Mount Monadnock oder an den Lake Winnipe Sorki oder sonst ein hübsches Fläckchen mitnehmen sollte. An irgendeinen ruhigen, entspannenden Ort. Er dachte an eine Stadt, die er in Vermont kannte. Ziemlich abgelegen, aber schön und zugleich nicht weit von ihrer Verabredung in New Hampshire. Dann noch der geschäftliche Teil, bevor sie zum Cape aufbrachen. Plötzlich dröhnte ihm schwere, hämmernder, anschwellende, synthetische Musik im Kopf und er sah den grinsenden Schauspieler in weißem Overall, schwarzer Melone auf dem Kopf und Pappnase im Gesicht sowie Springerstiefeln an den Füßen vor Augen. Ein bisschen von der alten, radikalen Gewalt, sagte er sich. Eine richtige Horror-Show. Und dann die Freiheit. Wieder dachte er an Anne Hampton. Wahrscheinlich ist Boswell halb wahnsinnig vor Angst. Er zuckte die Achseln. So schlimm war das schließlich nicht. Es war klug, sie aus der Fassung zu bringen. Dennoch hatte er einen Anflug von schlechtem Gewissen. Gib ihr eine Verschnaufpause, dachte er. Sie ist nach wie vor unverzichtbar. Der Gedanke hatte etwas Zielgerichtetes. Er ging einen Moment in sich, bekam wieder Boden unter den Füßen und war bereit, sofort ins Motel zurückzukehren. Er machte sich die ersten Gedanken darüber, wie er sich bei ihr entschuldigen sollte. Als er gerade den Gang einlegen wollte, um loszufahren, entdeckte er den Lieferwagen, der zweihundert Meter vor ihm parkte. Er wusste augenblicklich, was es war. Warenhaus. Außerhalb der Gegenden mit regelmäßiger Polizeipatrouille. Nach Mitternacht. Ein Lieferwagen. Eine einfache Gleichung. Einbruch. Ihm kam eine Idee und er schmunzelte. Nein, hielt er sich in Gedanken zurück. Und dann... Wieso nicht? Er hätte losprusten können, doch er ermahnte sich zur Vorsicht. Ohne das Licht einzuschalten, ließ er das Auto so leise wie möglich an den Lieferwagen heranrollen. Dieser hatte eine undefinierbare helle Farbe und wirkte etwas ramponiert. Es bewegte sich offenbar nichts, doch vorsichtshalber behielt Jeffers die Pistole in der Hand. Als er kurz hinter dem Wagen hielt, konnte er im spärlichen Licht der Straßenlaterne gerade noch das Kennzeichen entziffern. Er wartete einen Moment und registrierte, dass der Pfosten an der Tür zum Warenhaus offenbar aufgesplittert war, auch wenn er es nicht mit Sicherheit sagen konnte, ohne auszusteigen. Das unterließ er tunlichst. Nicht, dass er den Mann oder die Männer im Innern fürchtete, er wollte nur nicht auf das Überraschungsmoment verzichten. Er rollte vorbei, ohne seine Scheinwaffe anzumachen, bis er ein paar Häuserblocks weiter war. Er hielt an der erstbesten Tankstelle mit Münztelefon und wählte die Notrufzentrale. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Bridgeport, meldete sich eine teilnahmslose Stimme. Ich möchte einen Einbruch melden, der gerade passiert, sagte Douglas Jeffers. Gerade jetzt? Genau das hatte ich gesagt, bekräftigte Jeffers eine Spur ungehalten. In diesem Moment. Er gab dem Polizisten die Anschrift und eine Beschreibung des Lieferwagens sowie des Nummernschilds. Danke, schon unterwegs. Würden Sie mir für unsere Unterlagen wohl Ihren Namen geben? Nein, lehnte Douglas Jeffers ab. Betrachten Sie mich einfacher als einen besorgten Bürger. Damit legte er auf. Ein besorgter Bürger. Das gefiel ihm. Wenn die wüssten, dachte er. Er stellte sich vor, wie ein Einbrecherpärchen, ganz in schwarz gekleidet, plötzlich von den Scheinwaffern einer Polizeistreife überrascht wurde. Wahrscheinlich würden Sie Ihr Pech verfluchen und frustriert an den Handschellen zerren, während die Polizisten den Erfolg meldeten und sich zu der ordentlichen Festnahme beglückwünschen ließen. Wenn Sie nur den blassesten Schimmer hätten, von wem der Tipp stammte. Die Bösen wie die Guten, wie die aus der Wäsche gucken würden. Dann lachte er über den schieren Aberwitz lauthalslos. Ein Hemden hörte den Schlüssel im Schloss und spannte die Muskeln gegen die Stricke. Von der Stelle aus an der sie lag, konnte sie die Tür nicht sehen, sondern sie nur Knarren hören, als sie aufging. Als die Tür sich schloss und Schritte auf sie zukam, gab sie durch den Knebel und das Klebeband einen erstickten Laut von sich. Sie hob den Kopf, um Douglas Jeffers direkt in die Augen zu sehen. Sie hatte sich mit aller Macht darauf konzentriert, die ungehaltene Angst aus ihrem Gesicht zu verbannen und eine trotzige, fordernde Miene aufzusetzen. Boswell scheint verärgert. Er beugte sich herunter und riss ihr das Klebeband vom Mund. Bei dem lauten Reißen glaubte sie, ihre Lippen und Wangen wären aufgeplatzt. Sie bewegte sich nicht, während er ihr den Knebel lockerte. »Besser?« fragte er. »Entschieden, danke.« Sie sprach in gemäßigtem, doch leicht gereiztem Ton. Douglas Jeffers lachte. »Boswell ist böse.« »Nein,« entgegnete sie, »Nur angespannt.« »Das ist nicht verwunderlich. Bist du verletzt?« Sie schüttelte den Kopf. »Nur steif.« »Dagegen sollten wir etwas tun.« Mäßigtem, doch leicht gereiztem Ton. Douglas Jeffers lachte. »Boswell ist böse.« »Nein,« entgegnete sie, »nur angespannt.« »Das ist nicht verwunderlich. Bist du verletzt?« Sie schüttelte den Kopf. »Nur steif.« »Dagegen sollten wir etwas tun.« Douglas Jeffers zog ein Messer heraus. Sie sah, wie das Licht von der Nachteschlampe sich in der Klinge spiegelte. Sie holte Tiefluft und dachte, »Boswell, Boswell, er hat dich Boswell genannt, du hast nichts zu befürchten. Noch nicht, noch nicht.« Er legte ihr die Klinge flach an die Wange. Ist dir schon mal aufgefallen, wie schwer man unterscheiden kann, ob ein Messer heiß oder kalt ist? Es hängt davon ab, wovor man gerade Angst hat. Je nachdem, was für ein Gefühl man gerade in der Magen- oder Herzgegend hat, kommt einem die Berührung glühend heiß oder eiskalt vor. Sie rührte sich nicht, sondern starrte gerade aus. Nach einer Weile zog er die Klinge weg. Er machte sich daran, die Stricke zu zerschneiden, und ihre Hände waren frei. »Ich hätte dich nicht schlagen sollen,« stellte er entsachlich im Ton fest. »Es war nicht deine Schuld.« Sie antwortete nicht. »Nenn es einen Moment der Schwäche.« Er schwieg. Einen seltenen Moment. Er half ihr auf die Beine. »So ist's gut. Ein bisschen wackelig, aber nicht allzu schlimm. Du kannst dich im Badezimmer waschen.« Sie machte ein paar unsichere Schritte und hielt sich dafür an der Wand fest. Im Spiegel sah sie, dass sich um Mund und Nase Blut verkrustet hatte, dass sie aber wegbekam, als sie energisch genug daran schrubbte. Sie spürte, wie sie mit einem Schlag die Erschöpfung überwältigte und musste sich am Waschbecken Rand festhalten, um nicht zu fallen. Als sie wieder ins Zimmer trat, sah sie, dass Douglas Jeffers das Bett für sie aufgeschlagen hatte. Sie ließ die Jeans zu Boden gleiten und kroch dankbar hinein. Er verschwand ins Bad und sie hörte Wasser laufen, dann die Toilettenspülung. Er kam heraus und stieg ins andere Bett. Er schaltete das Licht aus und die Dunkelheit schwappte über sie wie eine Welle am Strand. Eine Weile schwieg er, dann sagte er, Boswell, hast du je darüber nachgedacht, wie gefährdet das Leben ist? Sie antwortete nicht. Nicht nur die täglichen Gefahren, sondern das Leben als solches hängt an einem seidenen Faden. Denk mal an die Mutter, die ihrem Kind einen Moment den Rücken kehrt und es läuft prompt auf die Straße. Oder den Vater, der nur dieses eine Mal zu faul ist, sich auf dem Weg zur Arbeit anzuschneiden. Unfälle, Krankheiten, Pech, den aus dem Gleichgewicht, aus der Bahn. Sie verlieren ihre Mitte. Denk nur mal an all die Menschen, die du gekannt hast und die dich geliebt haben. Stell dir nur mal einen Augenblick lang vor, was dein Tod für sie bedeuten wird. Sie schloss die Augen. All ihre tapferen Vorsätze waren verflogen und sie wollte nur noch weinen. Oder was ihr Tod für dich bedeuten würde. Leere, vielleicht irgendwo ein Fotoalbum, ein Grab, das man einmal im Jahr besucht. Wir sind alle auf so vielfältige Weise miteinander verbunden. Unser seelisches Gleichgewicht hängt von anderen Menschen ab. Söhne und Väter, Töchter und Mütter, Brüder, Schwestern. Alles ein brüchiges Beziehungsgeflecht. Zu eng verwoben und alles so zerbrechlich wie Porzellan. Er schwieg einen Moment und wiederholte dann mit Nachdruck, zerbrechlich, zerbrechlich, zerbrechlich. Wieder zögerte er. Ich hasse das mehr als irgendetwas sonst, gab er zu. Seine Stimme war nur noch mühsam beherrscht und voller Bitterkeit. Ich hasse es, dass wir nicht selbst bestimmen können, wer wir sind. Ich hasse es, keine Wahl zu haben. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, hasse, hasse, hasse. In der Dunkelheit konnte Ann Hampton sehen, dass Douglas Jeffers auf dem Rücken lag und beide Hände in der Luft zu Fäusten ballte. Er atmete heftig aus. Alle sind Opfer, stellte er fest. Alle. Nur ich nicht. Dann hörte sie, wie er sich auf die Seite rollte und dem Schlaf überließ. Am Morgen fuhren sie Richtung Norden und stießen in New Haven auf die Route 91, die in Hartford vorbei nach Massachusetts führt. Sie hatte den Eindruck, dass Jeffers wie der Herr über sich war. Er sah auf die Uhr, schätzte Entfernungen, achtete auf die Zeit. Das beruhigte und entspannte sie, zumindest bis etwas Neues geschah. Sie erreichten den südlichen Zipfel von Vermont am frühen Nachmittag und fuhren in gemächlichem Tempo weiter nach Norden. Fast wie nebenbei fragte sich Ann Hampton, ob es nach Kanada gehen würde. Sie versuchte sich, irgendwelche Verbrechen in Erinnerung zu rufen, die dort passiert waren, und spekulierte, was er ihr dort wohl zeigen wollte. Ihr fiel nichts ein. Sie war jedoch davon überzeugt, dass sich auch dort Menschen gegenseitig umbrachten. Es ist kalt, dachte sie. Es herrschen Frost und Dunkelheit, und die langen Winter können nichts Gutes bedeuten. Bevor sie den Gedanken weiterspinnen konnte, sagte Douglas Jeffers, »Hier oben gibt es eine kleine Stadt, die du sehen solltest.« Das war alles, was er über Woodstock verriet, und für Stunden schwieg er sich aus. »Sie wird schon sehen«, dachte er. Im Geist gingen noch einmal die verbleibenden Punkte seiner Planung durch. Er wollte in seiner Aktentasche den Brief der Bank in New Hampshire hervorsuchen, doch er wusste, dass das nicht nötig war. »Sie erwarten dich morgen früh«, beruhigte er sich. »Es wird schnell und zügig vonstatten gehen, ganz nach meinen Wünschen.« Als er von der Durchgangsstraße in Richtung der Kleinstadt abbog, fragte er, »Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass fast jeder dieser alten Bundesstaaten in New England sein eigenes Woodstock hat? Vermont, New Hampshire, Massachusetts, vermutlich sogar Rhode Island, wenn sie es reinquetschen können. Die sprechen es Rhode Island aus und New Hampshire. Das historische Woodstock ist natürlich in New York, auch wenn sie das Festival in Wirklichkeit woanders abgehalten haben. »Erinnerst du dich?« »Da war ich noch ein Kind«, antwortete sie. »Ich wusste nichts davon.« »Ich war da«, erwiderte Jeffers. »Tatsächlich? War es so groß, wie die Literatur behauptet?« Er lachte. »Eigentlich war ich nicht da.« Sie sah ihn verwirrt an. Bestimmte öffentliche Ereignisse graben sich dank der Popkultur ins kollektive Gedächtnis ein. Woodstock ist ein Ereignis. Ich kannte mal einen Mann aus dem Zeitungsgeschäft, der war der Urheber des Woodstock-Mythos. Er fing gerade erst an als College-Korrespondent bei der New York Daily News. Es war Sommer, also fragten sie ihn, ob er zum Festival gehen wollte, nur für den Fall, dass da was Ungewöhnliches passierte. Sie hatten keine Ahnung, welche Menschenmassen zusammenkommen würden. Na jedenfalls fuhr er einen Tag vorher hin, um sich die Vorbereitung zum Festival anzusehen, und das war sein Glück. Denn bis zum nächsten Vormittag bildete sich ein zehn bis zwanzig Meilen langer Stau. Die Leute kamen scharenweise. Langmähnige, Hippies, Biker, College-Studenten. Du hast sicher den Film gesehen. Na jedenfalls wurde daraus diese geballte Massenveranstaltung, dieses einmalige Musik-Event. Und plötzlich war es auf den Titelseiten. Mein Kumpel sitzt also hinter der Bühne am Telefon und hat die Lokalredaktion der News in der Leitung. Und dieser Redakteur brüllt am anderen Ende, »Wie viele Leute sind da? Wie viele Leute?« Und natürlich hatte der Karl keinen blassen Schimmer. Ich meine, so weit das Auge reichte, sah er ein einziges Meer aus Menschen, Trucks und Hubschraubern, die darüber dröhnten, und Bands, die die Lautstärke voll auftreten und was weiß ich. Und der Redakteur fordert, »Wir brauchen eine offizielle polizeiliche Schätzung.« Also läuft unser Freund zum nächstbesten Kopf und fragt ihn, wie ihre Schätzungen liegen. Und natürlich sieht der Karl ihn an, als hätte er nicht mal alle Tassen im Schrank. Woher er das wissen sollte? Mein Kumpel läuft zum Telefon zurück, und der Redakteur merkt plötzlich, dass es hier um seinen eigenen Arsch geht, weil sie es mit der größten Nummer auf lange Zeit zu tun haben und er so dämlich war, einen College-Teilzeit-Korrespondenten darauf anzusetzen. Und jetzt sind die Straßen verstopft und sämtliche Helikopter durch die Fernsehsender ausgebucht. Also keine Chance, einen richtigen Reporter hinzuschicken. Und da kommt meinem Kumpel die richtige Eingebung. Er beschließt zu lügen. Also brüllt er ins Telefon, »Die Polizei schätzt, dass über eine halbe Million Menschen in dieses verschlafenen Nest eingefallen sind.« Mit einem Schlag ist Woodstock die drittgrößte Stadt im Staate New York. Und das ist so recht nach dem Geschmack des Redakteurs. Er lässt es sich auf der Zunge zergehen. Am nächsten Tag ist es der Aufmacher auf der Titelseite. Nachdem die News mit der Zahl getitelt hat, greift die Times hier auf, dann die Associated Press und damit die ganze Welt. »Und schwupp ist die Lüge meines Kumpels ein historisches Faktum.« Er schnippte mit den Fingern. »Einfach so. Alle sind zufrieden und alle sind überzeugt. Genauso viele Menschen wären da gewesen. Nur weil mein Kumpel den richtigen Instinkt hatte, jemandem eine Lüge aufzutischen, der nach einer Lüge lächzte.« Douglas Jeffers schwieg. Wie schon so oft schien sein Ton zwischen der kindlichen Freude am Geschichten erzählen und einem diffusen Hass hin und her zu wechseln. »Also lüge ich jetzt auch.« Er grinste. Dann schnitt er eine Grimasse. »Ich behaupte einfach, ich war da. Ich meine, wer will das nachprüfen?« Douglas Jeffers verstummte, und Anne Hampton sah, dass sich in die unbekümmerte Erzählfreude ein düsterer Gedanke eingeschlichen hatte. Sie schnappte sich eins der Notizbücher und machte sich eilig eine Reihe von Notizen über Woodstock und eine halbe Million Besucher, über einen Kerl in ihrem Alter, der sich eine Ziffer aus den Fingern gesogen hatte. »Siehst du, das beschreibt ziemlich genau, was wir bei der Zeitung machen. Wir schaffen einen gemeinsamen Erfahrungsschatz. Wer könnte von sich sagen, er wäre nicht in Vietnam gewesen?« Wir wurden mit Bildern überflutet. Und der Aufstand von Watts, oder ein bisschen aktueller, Beirut, das Erdbeben von Mexico City, die Entführung des TWA-Flugs, die haben doch wahrhaftig eine Pressekonferenz abgehalten. Ist das zu fassen? Absurder geht's nicht. Kriminelle, die das Licht der Öffentlichkeit suchen, noch während des Verbrechen im Gange ist und es auch bekommen. Und wir waren hautnah dabei. Allein darauf kommt es an. Wieder zögerte er. Das Nachrichtengeschäft läuft auf die alte Volksweisheit vom Fällen eines Baumes im Wald hinaus. Wenn der Baum mit Getöse herunterkracht und es dennoch keiner hört, hat es dann ein Geräusch gegeben oder nicht? Wenn tausend Indianer im Regenwald starben und wir nicht darüber berichten, hat es dann stattgefunden oder nicht? Jeffers lachte laut auf. Zunächst klang es wütend, dann befreit. Ich bin manchmal so öde, dass du mich eigentlich längst dafür hättest umbringen müssen. Wieder lachte er. Sie wusste, dass sie ein niedergeschlagenes Gesicht machte. Guck mich so trübselig, Boswell. Wir sind bald am Ende. Das war ein Witz. Er lächelte. Oder nicht? Armer Boswell. Manchmal kann sie meine Witze überhaupt nicht komisch finden. Und ich kann es ihr nicht verübeln, aber tu mir einen Gefallen und schenk mir ein kleines Lächeln. Ein klitzekleines Lachen. Letzteres war ein Befehl. Sie gehorchte auf der Stelle und fand den Laut, den sie herausbrachte, widerwärtig. Nicht sehr überzeugend, Boswell, aber ich weiß es trotzdem zu schätzen. Er verstummte. Arbeite dran, Boswell. Arbeite an all den kleinen Dingen im Leben, die uns daran erinnern, wer wir sind. Konzentrier dich, Boswell. Ich denke, also bin ich. Ich lache, also bin ich. Wenn ich lache, atme ich. Wenn ich lächle, empfinde ich. Wenn ich denke, existiere ich. Er richtete den Blick auf die Straße. Boswell lebt fort, sagte er. Sie merkte, wie sich ihr vor Verzweiflung das Herz zusammenzog. Aber Douglas Jeffers auch. Er blickte aufmerksam durch die Windschutzscheibe und bog in eine kleine, zweispurige Straße ab. Der Abend legte sich über die warmen, grünen und braunen Töne der Berge von Vermont, die an ihn vorüberflogen, und nur gelegentlich durchdrang ein blasser, letzter Lichtstrahl die Dämmerung. Sie ließen die Kachyschlucht hinter sich, die auf der Straße nach Woodstock liegt, und er sah, wie Anne Hampton sich den Hals verrenkte, um vom Auto aus den Steilhang zu sehen. Er fuhr durch die stillen Straßen. Anne Hampton sah adrette weiße Holzschindelhäuser hinter weitläufigen Rasenflächen mit weinbewachsenen Gartenlauben inmitten kleiner Blumengärten. »Siehst du?« Er wies auf eine karge, weiße Kirche, die sich vom grünlichen Dunkel des nächtlichen Vermont absetzte. »Siehst du, wie entspannend das ist?« Er käme auf den Gedanken, dass in einer solch kleinen, wohlbehüteten Stadt des Nachts solche Schrecken lauern. Er stellte den Wagen ab. »Nun denn«, meinte er, »auch wer Angst und Schrecken verbreitet, hat mal Hunger.« Er sah Anne Hampton an. »Das war ein Witz«, beruhigte er sie. Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Aber der beste Humor basiert immer auf der Realität.« Er nahm sie bei der Hand und führte sie in ein Restaurant. Es war schön und anheimelnd warm, von Kerzenlicht erleuchtet. Es roch nach frischem Essen und von der Mischung aus unterschiedlichen Empfindungen wurde ihr schlecht. »Was soll das Ganze?«, fragte sie sich. »Was ist los? Wieso sind wir hier? Wieso scheint alles so stinknormal, obwohl es alles andere als das ist? Was passiert mit mir?« Dieser letzte Gedanke schrie sie förmlich an. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. »Ich stehe hier und warte darauf, dass mir in einem eleganten Restaurant in einer schönen Stadt ein Platz angewiesen wird. Verkehrte Welt, nichts ist so, wie es sein sollte. Was soll das Ganze?« Wieder durchfuhr sie eine Woge der Übelkeit. »Ich könnte Berge verdrücken,« erklärte Douglas Jeffers. Sie aßen still, ausgiebig und freudlos. Jeffers bestellte Wein und starrte, während er an seinem Glas nippte, über den Rand hinweg Anne Hampton an. Sie sah, wie sich das Licht im Glas spiegelte. Nachdem er bezahlt hatte, nahm Douglas Jeffers Anne Hampton beim Arm und führte sie im Dunkeln um den Anger herum. Sie merkte, dass sie zitterte. Die Wärme des Tages war gewichen und hatte den ersten Vorboten des Herbstes Platz gemacht. »Still«, sagte er, »Friedlich.« Sie sah nicht den geringsten Grund zu entspannen. Es kostete sie genügend Willenskraft, ihren Arm locker auf seinem ruhen zu lassen. Sie hätte ihn am liebsten gepackt und ihm ins Gesicht geschrien, »Was kommt jetzt?« Doch sie tat es nicht. Er führte sie wieder zum Wagen. In wenigen Minuten umfing sie das Dunkel der Nebenstraßen, die zur Interstate führten. Douglas Jeffers fuhr langsam. Er hing offensichtlich seinen Gedanken nach und konnte sich wohl nach dem Wein und mit vollem Magen nicht wie gewohnt auf seine Pläne konzentrieren. Er erzählte gerade, »Ich kenne ein paar hübsche Landgast-Täuser, ein Stück die Straße runter«, als eine Autohupe ihm schrill das Wortabschnitt und grelles Licht den Wagen erfüllte. Er riss das Steuer herum und geriet auf das Schotterbankett, sodass der Wagen beängstigend ins Schleudern kam, als ein anderes Fahrzeug vorbeiraste. Sie hatte das Gefühl, als sei das andere Auto irgendwie in ihres eingedrungen, und ihr entfuhr ein Laut zwischen Angst und Warnung. »Achtung! Oh mein Gott!« Ihr war die erschreckende Nähe des anderen Fahrzeugs bewusst. Dann hörte sie laute Stimmen und sah, wie sich die Rücklichter eines Jeeps entfernten. Es war ein aufgemotztes Modell mit dicken Reifen, grellbuntem Lack und Überrollbügel. Zwei Jugendliche hielten seitlich die Köpfe heraus und gestikulierten wild. Jeffers fluchte wild. »Teenager!« knurrte Douglas Jeffers wütend, und in seinem Ton kämpfte rasende Wut mit Erleichterung. »In ungefähr einer Woche fängt, glaube ich, das Semester an, und sie lassen Dampf ab. Gott, um ein Haar wäre ich die Böschung runtergefahren!« Er deutete auf den Seitenstreifen. »Ich kenne diese Straße, verdammt! Da drüben fällt das Gelände direkt steil ab. Eine Uferböschung runter, dahinter kommt ein kleiner Fluss. Gott, wir wären tot gewesen, diese kleinen Miststücke! Gott, Montagnachts auf einer Spritztour ist das zu fassen! Wir hätten tot sein können!« Er fuhr ihn gemächlich im Tempo weiter. »Alles in Ordnung?« erkundigte er sich. »Ja, sicher«, antwortete sie. »Aber die haben ja einen Mordschrecken eingejagt.« »Das war mein Fehler«, entschuldigte er sich. »Ich hätte sehen müssen, wie schnell sie herangebraust kamen.« Er hielt die flache Hand ausgestreckt vor sich hin. »Sieh dir das an, sie zittert ein bisschen. Müssen die Nerven sein.« Er lächelte wieder. »Das bedeutet wohl, dass ein beinahe Unfall einem an die Nieren geht, egal wer man ist. Ein Moment der Panik, und dann kehrt das Leben in seinen gewohnten Trott zurück.« Nach einer Weile fügte er hinzu, »es gibt wirklich nichts, aber auch gar nichts Schlimmeres als einen Jungen mit einem Auto, allzu viel Selbstvertrauen und ein bisschen Alkohol im Blut. Für Flucht noch mal, die tun so, als wären sie allein auf der Welt, unsterblich. Junge, mir geht es auf den Geist.« Dann lachte er. »Und es gibt mir das Gefühl, alt zu sein.« Im Dunkel vor ihnen leuchtete eine Tankstelle auf. Als sie daran vorbeikamen, sahen sie beide den Jeep an der Zapfsäule. »Da drüben,« sagte sie unwillkürlich, »da sind sie!« Sie sah zwei Jungen mit dem Rücken zu ihnen am Getränkeautomaten stehen. Beide waren groß und dünn und trugen Baseballkappen. Ihre Körperhaltung war lässig und aufsässig zugleich. Jeffers ließ die Tankstelle absichtlich hinter sich. Nach einer Viertelmeile beschleunigte er plötzlich so stark, dass sie gegen die Rücklehne gedrückt wurde. Sie griff nach vorne, um sich festzuhalten. »Ich habe eine Idee,« meinte er. »Das klassische Highway-Spektakel.« Plötzlich klang seine Stimme aufgeregt. »Da vorne kommt eine interessante Stelle,« fuhr er fort, »wo sich die Straße gabelt und ein Weg in eine kleine Schlucht neben der Interstate runterführt.« Binnen Sekunden hatten sie die Gabelung erreicht. Er nahm die obere Abzweigung und drosselte nach wenigen hundert Metern das Tempo. Er fand eine dunkle Parkbucht und hielt an. »Und jetzt,« erklärte er, »wollen wir mal sehen, ob das Glück auf unserer Seite ist. Bleib, wo du bist!« Er hatte ein Befehlston angenommen, das ihn nicht einmal zu zucken wagte. Douglas Jeffers rannte zum Heck und riss den Kofferraum auf. Er griff ins Gepäck und hatte im nächsten Moment den glänzenden Stahlgriff des halbautomatischen Ruger-Gewehrs in der Hand. Er wühlte zwischen den anderen Waffen, bis er den Ladestreifen mit neun langen Patronen fand. Er legte ihn ein und hörte zufrieden das klickende Geräusch, als er einschnappte. Jeffers ließ das Gewehr zuoberst im offenen Kofferraum liegen und suchte einen Moment weiter, bis er ein langes, zylindrisches Lederfutteral fand. Er klemmte es sich unter den Arm und rannte die Straße zurück. Er schärfte seinen Blick und versuchte in der schwarzen Nacht einzelne Formen auszumachen. Er suchte die Gegend nach irgendwelchen Lebenszeichen ab. Er spähte in die Dunkelheit und hielt nach den verräterischen Scheinwerferkegeln in der Ferne Ausschau. Er horchte auf irgendwelche Geräusche, die verrieten, ob ein anderes Fahrzeug in ihre Richtung kam. Außer dem leisen Rascheln des Windes in einer Gruppe Fichten in der Nähe war es vollkommen still. Er blickte in die Ferne und versuchte, das Rauschen des Wildbachs unterhalb der Böschung zu hören. Er musste plötzlich daran denken, was man in seiner Kindheit sagte. Wer bei Nacht gut sehen will, muss Karotten essen. Die ganze Zeit. Und ich sehe ziemlich gut im Dunkeln. Aber ich sehe noch viel besser, wenn ich ein Starlight-Scope zur Hilfe nehme. Er öffnete das Lederfutteral und hielt den Zylinder ans Auge. Es tauchte die Landschaft in ein schmutziges Grün und er drehte es in alle Richtungen, um sich davon zu überzeugen, dass ihn seine Sinne nicht getäuscht hatten. Er war allein. Ihm kam der Gedanke, dass er auf seinem einsamen Posten einem alten Seefahrer glich, der auf offener See dahintrieb und den Horizont nach Land absuchte. Er starrte die Straße entlang in die Ferne. »Aha«, sagte er, »wir bekommen Besuch.« Er sah den aufgemotzten Jeep übermütig durch die Nacht heranbrausen. »Tja, tja, tja, es geschehen noch Zeichen und Wunder.« Außer ihm und dem nahenden Fahrzeug war weit und breit niemand zu sehen. Er hatte die beiden Teenager im Jeep vor Augen, wie sie in ihrem offenen Gefährt lachend die Haare im Fahrtwind flattern ließen und die Köpfe nach hinten warfen. Dazu dröhnte zweifellos die Stereoanlage und ihre Aufmerksamkeit war von ein paar Bier beeinträchtigt. Er drehte sich um und rannte zu seinem Wagen zurück. Er sah Anne Hamptons Gesicht durch die Windschutzscheibe auf sich gerichtet. Er sah, wie sie, ahnend, was bevorstand, sich in ihrem Sitz zusammenkauerte. Er handelte schnell, doch überlegt. Er nahm das Gewehr aus dem Kofferraum und fühlte sein Gewicht in den Händen. »Nichts ist so beruhigend wie ein zuverlässiges Gewehr im Arm«, dachte er. Dann eilte er durch die pechschwarze Nacht wieder zu seinem Aussichtspunkt und ging, ein wenig vorgebeugt, doch seiner Sache sicher in Position, wie ein erfahrener Soldat, der sich unter dem Beschuss von Handfeuerwaffen wegduckt. Ein letztes Mal schaute er sich um und vergewisserte sich, dass er alleine war. Er dachte einen Moment an Anne Hampton im Wagen, aber dann verbande er sie aus seinem Kopf. Er hob den Kolben an die Wange und richtete das Visier genau zwischen die Scheinwerfer des Jeeps. »Fahrt unten lang«, befahl er. Sie gehorchten. Er fand es verblüffend, wie ihn und seinen Finger beinahe so etwas wie eine elektrische Spannung mit dem Abzug und dem Ziel in seinem Visier verband. Er drückte den Kolben eng an die Wange und streichelte den Abzug mit dem Finger. »Gute Nacht, Jungs!« Er feuerte siebenmal. Das krachende Geräusch erschien ihm fast überirdisch, als ob das Gewehr von unsichtbarer Hand in den dunklen Himmel gehoben würde und mit dem Strahl eines Sterns zur Erde zielte. Als er die Waffe senkte, sah er, dass der Jeep ins Schleudern geraten war und um Bodenhaftung kämpfte. Außer dem Echo der Schüsse konnte er jedoch nichts hören. Es klang wie Musik in seinen Ohren, wie ein altes Lied, das man nicht aus dem Kopf bekommt. Er musste plötzlich an eine Situation in Nicaragua denken. Oder war es Vietnam gewesen? Als er sich beim Zischen einer Rakete umgedreht und gesehen hatte, wie sie in einen Jeep einschlug. Es hatte eine Explosion gegeben. Er hatte die Kamera gezückt und Scharfe und Blende beinahe gleichzeitig eingestellt, um den Feuerballon und die durch die Luft wirbelnden, zerfetzten Leiber einzufangen. Er entsann sich genau, wie wenig er damals hörte. Keine Schreie, keine Explosionen, keine Hilferufe. Nur das vertraute, sirrendes Autodrive. Er wollte gerade sein Gewehr an die Augen heben, als er merkte, dass es keine Kamera war und es hängen ließ. Der Jeep legte sich auf die Seite. Er wusste, dass das Metall lautstark über den Asphalt schleifte und die Reifen quietschten. Er sah vor sich, wie der Wagen kurz vor der Schlucht gleich einem sterbenden Dinosaurier, der im dunklen Wasser Zuflucht sucht, dumpf aufschlug. Er dachte an den Bruchteil einer Sekunde, der vergeht, während der erste Dominostein kippt und bevor er den nächsten umstößt. Dann rollte der Jeep über den Rand und stürzte ins Dunkel. Die Teenager waren aus seinem geistigen Sichtfeld verschwunden. Sobald er wusste, dass der Wagen unten aufgeprallt war, machte er kehrt. Er war überaus zufrieden. Er drehte sich nicht einmal um, als er die Druckwelle der Explosion zu spüren bekam. Er sah Anne Hamptons entsetztes Gesicht. In ihren weit aufgerissenen Augen spiegelte sich das Feuer hinter ihm. Er schritt mit der unbeirrbaren Selbstdisziplin von Lot auf den Wagen zu. Er warf das Gewehr in den Kofferraum und schlug ihn zu. Jeffers setzte sich hinters Lenkrad, legte bedächtig den Gang ein und gab mäßig Gas. In wenigen Sekunden fuhren sie erst um eine, dann um eine zweite Kurve der Straße. Anne Hampton drehte sich ruckartig auf dem Sitz herum und zitterte am ganzen Körper. »Ich hab's dir gesagt«, erklärte Douglas Jeffers. »Das ultimative Highway-Spektakel.« Sie warf einen letzten Blick nach hinten und glaubte, den roten Widerschein vom brennenden Wrack zu erkennen. Sie wandte sich um und sah die Schilder, die die Interstate ankündigten. »Schnell«, dachte sie. »Bloß weg hier, bitte.« Jeffers manövrierte sie durch die verschiedenen Auffahrten und gab auf der Durchgangsstraße Gas. »Wir sind«, sagte er, »eine Nation von Attentätern.« John Wilkes Booth und Lee Harvey Oswald, Charles Whitman und der Texas Tower. »Wir blicken auf eine reiche Tradition des Hinterhalts zurück.« Sie hatten keine? Im Grunde nicht. Das ist bei einem Attentat entscheidend. Bei einem Hinterhalt in X-Formation oder L-Formation. Denk mal drüber nach. Guerillas, die in die Falle gehen, hinterrücks gemeuchelt werden. Keine Aussicht auf Entkommen, kein Schlupfloch. Das ist Sinn und Zweck der Übung. Sie antwortete nicht. »Nirgendwohin«, dachte sie. Sie sah zu, wie die Scheinwerfer eine dünne Sichel ins Dunkel schnitten. Sechzig Stunden Meilen. Eine Meile pro Minute. Jede Sekunde führt uns weiter weg. »Wo fahren wir hin?«, fragte sie. Sie kannte die Antwort. »Bis ganz ans Ende.« »Zum Granitstart«, erwiderte Jeffers. »Glücklicherweise hat unser kleines Abenteuer in Vermont stattgefunden und bis irgendjemand begreift, wie's passiert ist, was übrigens nicht geschehen wird, sind wir Schnee von gestern. Was für ein Schuss!«, bewunderte er sich. Er schien immer noch freudig erregt. »Was für ein Schuss, verdammt! Und weißt du, was die Cops denken werden? Nichts. Sie werden im Jeep ein paar Bierdosen finden und das war's. Ein Unfall, bis jemandem Bedenken kommen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und wer würde außerdem ein nett aussehendes Touristenpärchen verdächtigen? Er sangen »We'll be gone, gone, gone«. »Wieso Vermont?«, erkundigte sie sich zaghaft. »Können Sie nicht genauso gut jemanden in New Hampshire töten?« Er lachte. »Na ja, vor ein paar Jahrhunderten hatte der Teufel in Marshfield ein paar Unannehmlichkeiten, und seitdem hat er seine Tätigkeit auf den Nachbarstaat verlegt, sozusagen vertraglich vereinbart. »Also folge ich seinem Beispiel.« Er lächelte. »Aber das heißt nicht, dass wir nicht einen kleinen Abstecher machen können.« Er fuhr weiter. Die Morgensonne war grell, und Anne Hampton hielt die Hand über die Augen. Ein Moment lang erinnerte das Licht sie an Florida, und sie sah sich unwillkürlich nach einer Palme um, die in der leichten Brise raschelte. Sie starrte die Hauptstraße von Jeffrey, New Hampshire, hinunter und fragte sich, ob sie alles nur geträumt hatte. Sie versuchte, sich an Einzelheiten zu erinnern. Da war die Angst, als sie beinahe von der Straße abgekommen waren. Da war die Dunkelheit neben der Kurve. Jeffers, wie er mit dem Gewehr in die Nacht hinauslief. Die krachenden Schüsse, gefolgt vom gedämpften Geräusch der Explosion. Wie ein Juwelier den Edelstein nahm sie jede Facette ihrer Erinnerungen unter die Lupe. Bestimmt würde sie so auf eine Ungereimtheit stoßen und erkennen, dass es gar nicht passiert war. Irgendetwas würde deutlich machen, dass es nur ein Traum war, ein Stück geschliffenes Glas, in dem sich das Licht bricht. Sie schüttelte den Kopf und zwang sich, ihre Erinnerungen zu ordnen. Natürlich war es kein Traum. Sie dachte daran, wie sie sich letzte Nacht auf schweißgetränkten Laken hin- und hergeworfen hatte. »Die Träume sind viel schlimmer«, stellte sie fest. Sie drehte sich um und spähte durch das Schaufenster des Feinkostgeschäfts. Sie sah Jeffers an der Kasse stehen, um den Kaffee und die Donuts zu bezahlen. Sie sah zu, wie er sein Wechselgeld einsteckte und aus dem Laden schlenderte. Wie immer versetzte er sie in Staunen. Er pfiff ein Lied und schien völlig unbeschwert von so etwas Banalem wie Angst oder Schuldgefühlen keine Spur. »Für dich ist dieses Glibberding«, sagte er, als er in den Wagen stieg. »Dazu Kaffee und Saft«, er deutete Richtung Stadt. »Hübsch, hm?« »Es wimmelt von Boutiquen und kleinen Geschäften. Der Yankee bringt ständig Bilder von Jeffrey. Glückliche weiße Frauen vor Tischen mit frischem Gebäck. Cartoon, das ist eine Cartoon-Stadt. Und Rohwolle im Winter. An so einem Ort fällt ein Touristenpaar mit einem Kennzeichen aus einem anderen Bundesstaat nicht weiter auf. Er kurbelte die Scheibe herunter. »Es wird ein mächtig heißer Tag«, vermutete er. »Der Spätsommer ist hier oben völlig unvorhersehbar. Mal wirbelt ein bisschen kanadische Luftmasse herein und es schneit. Dann wieder bringen die Überlandströmungen Spüle aus dem Süden herbei, und die Temperaturen steigen auf über 35 Grad.« Er zog eine Sonnenbrille aus der Tasche und wischte sie am Hemdschoß sauber. Sie spürte den Hitzeschweil, der in sie einzudringen schien. Sie nippte an ihrem Kaffee, während Jeffers die Zeitung aufschlug. Er überflog die Seiten. »Nein, nein, nein, hier, sieh mal, haha, da steht was.« Er lasste erst schweigend, dann laut. »Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Vermont. Zwei Teenager verunglückten Montagnacht tödlich, als ihr eilradgetriebener Wagen vier Meilen von Woodstock, Vermont entfernt aus der Kurve getragen wurde und auf eine Nebenstraße geriet. Die Polizei vermutet, dass die beiden Jugendlichen Daniel Wilson, 17, und Randy Mitchell, 18, vor dem Unfall, der sich um 21.45 Uhr an der Kreuzung State Road, 82 und Revine Drive ereignete, unter Alkoholeinfluss standen. Er sah in Hemden an. »Ich kann weiterlesen. Es folgen noch ein paar Absätze.« Sie antwortete nicht, sondern trank ihren Kaffee und wusste den bitteren Geschmack zu schätzen. »Nicht?« »Dachte ich mir.« Er warf ihr die Zeitung auf den Schoß. »Lies selbst.« Als sie den gereizten Unterton hörte, saß sie aufrecht. »Und jetzt habe ich etwas Geschäftliches zu erledigen.« »Ich möchte, dass du im Wagen wartest.« Sie nickte heftig. »Gut, es ist schon fast zehn. Müsste ungefähr eine Stunde dauern.« Jeffers nahm seine Aktentasche und ging. Sie sah ihm nach, als sie die Straße überquerte und in der Nationalbank von New Hampshire verschwand. Ein Moment lang war sie in Panik und blickte wild in alle Richtungen. »Er will eine Bank ausrauben,« dachte sie. Dann wurde ihr klar, wie albern die Vorstellung war, und sie lehnte sich wieder auf ihrem Sitz zurück. Ihr kam kein Gedanke an Flucht, selbst dann nicht, als ein Streifenwagen langsam an ihr vorüberrollte. Die Vorstellung, dass sie aufstehen, einen Polizisten heranwinken und im Albtraum ein Ende setzen könnte, schien aberwitzig naiv. Ein Ding der Unmöglichkeit. Sie hatte nicht das geringste Vertrauen in eine naheliegende, einfache Auflösung. Sie wusste, dass sie immer noch machtlos war, dass Douglas Jeffers für sie beide sämtliche Strippen zog. Sie konnte nur an den Augenblick denken, an die Hitze, die ihr zu schaffen machte. Sie fragte sich, was im nächsten Moment passieren würde, und schloss die Augen, sodass sie ihre Umgebung vergessen und in sich hineinsehen konnte. »Finde Kraft«, redete sie sich gut zu. Sie versuchte zu ergründen, ob sie noch einen Funken Mut in den Knochen hatte. Sie wusste, dass sie ihn brauchte, um zu überleben. In der Bank war es kühl und dunkel, und Douglas Jeffers nahm gemächlich die Sonnenbrille herunter. Es war ein altmodischer Baum mit hoher Decke und hochglanzpolierten Böden, auf denen die Absätze klickten. Jeffers ging zu einer Gruppe Tische hinüber, an der die Angestellten arbeiteten. Eine Sekretärin sah lächelnd zu ihm auf. »Ich möchte zu Miss Mancer, Douglas Allen. Ich habe einen Termin.« Die junge Frau nickte und griff nach dem Telefon. Jeffers sah, wie eine Frau in mittlerem Alter mit einem offenen Gesicht den Hörer abnahm und nickte. Wenig später schüttelten sie sich die Hand, und sie forderte ihn auf, in dem Sessel neben ihrem Tisch Platz zu nehmen. Sie zog ein Schnellhefter heraus, auf dem ein Name stand. »Nun, Mr. Allen, wir finden es immer ausgesprochen schade, wenn ein langjähriger Kunde uns verlässt. Wie lange sind Sie jetzt schon? Zehn Jahre. Können wir Ihnen irgendwie behilflich sein? Wir könnten Ihnen ein neues Konto an Ihrer...« Sie beendete den Satz nicht. »Atlanta«, sagte er. »Versetzung innerhalb der Firma.« »Ich meine, ich rufe gern jemanden an...« Er schüttelte den Kopf. »Wirklich sehr freundlich von Ihnen«, meinte er. »Aber das regelt fast alles der Umzugsdienst der Firma. Vielleicht können Sie mir ja Ihre Karte mitgeben, und falls es irgendwelche Probleme gibt, können die sich mit Ihnen in Verbindung setzen.« »Sehr gerne.« Sie überprüfte die Formulare. »Also, in Ihrem Brief schreiben Sie, dass Sie das Konto auflösen und den Saldo in Traveller-Checks haben wollen. Die liegen schon für Sie bereit. Sie müssen Sie also nur noch unterschreiben, dann diese Auflösungserklärung unterzeichnen und Ihr Schließfach räumen. Dann wäre alles erledigt.« Sie reichte ihm ein Bündel Reiseschecks, und er fing an, seinen Namen darunter zu setzen. Er betrachtete den Schriftzug und ließ innerlich den Namen auf der Zunge zergehen. »Seit zehn Jahren bin ich hier in New Hampshire, Douglas Allen. Keine Vorsichtsmaßnahmen mehr. Keine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wir werden unseren Horizont erweitern.« »Zählen Sie bitte nach«, sagte Miss Mansor. »Es sind über zwanzigtausend Dollar.« »Ersparnisse von einem ganzen Jahrzehnt«, dachte er. »Täglich verzinst.« Er folgte ihr in den Tresorraum, und sie händigte ihm seinen Schlüssel aus. »Bringen Sie mir einfach nur beide Schlüssel zurück, wenn Sie fertig sind«, erklärte sie. »Ich bin an meinem Tisch.« Er nickte ihr zum Dank zu und trat in eine Kabine. Eine Angestellte brachte ihm ein verschlossenes Kästchen und zog die Tür hinter sich zu. Er wartete einen Moment, um zu genießen, wie glatt alles nach Plan verlief. Er öffnete das Kästchen. »Lebe wohl, Douglas Jeffers«, flüsterte er. Zuoberst lag eine alte Ausgabe der nicht mehr existierenden Zeitschrift »New Times«, der er die Idee verdankte. Er blätterte die abgegriffenen Seiten um, bis er zu dem entsprechenden Artikel kam. Es entbehrte, fand er nicht der Ironie, dass der Aufsatz vom Aktivismus der Sechziger und Siebziger Jahre inspiriert war. Er ging einer höchst simplen Frage nach. Wie leicht ist es, im Untergrund zu verschwinden? Wie schwer ist es, sich eine neue Identität zuzulegen? Die Antwort lautete »Im Grunde recht einfach«, Er hatte sich peinlich genau an die beschriebene Vorgehensweise gehalten und sich eine Sozialversicherungsnummer besorgt, ein Postfach genommen, sich eine neue Anschrift gegeben, dann das Bankkonto und ein paar Kreditkarten, die er häufig genug benutzte, damit sie nicht erloschen. Gleichzeitig hatte er sich unter seinem neuen Namen und seiner neuen Versicherungsnummer einen Führerschein beschafft. Sein größter Triumph allerdings war die Geburtsurkunde, die er sich selbst zusammengeschustert hatte. Die Wunder der modernen Fotokopiertechnik, dachte er. Als er mit seiner abgegriffenen Kopie und sämtlichen anderen Dokumenten im örtlichen Postamt erschien, hatte niemand protestiert. Sechs Wochen später traf ein Brief mit seinem kostbarsten Besitztum ein. Er nahm es aus dem Kästchen. Ein brandneuer US-Reisepass auf den Namen Douglas Allen. Und nicht gefälscht. Er steckte ihn zusammen mit seinem Führerschein, den Kreditkarten und der Versicherungskarte in die Aktentasche. »Ich bin frei«, dachte er. Er grinste. »Na ja, nicht ganz. Ich kann weder nach Albanien noch nach Nordvietnam einreisen.« Er stopfte seine Barreserven, ein paar tausend Dollar in Zwanziger- und Hunderterscheinen, in die Hosentasche. Er überprüfte sein Ticket, das er als letztes aus dem Kästchen nahm. Es war erster Klasse mit offenem Datum. New York, Tokio. Ohne Rückflug. Er wusste, dass er von Tokio aus spielend leicht in alle Richtungen reisen und sich zum Beispiel irgendwo im fernen Osten in Luft auflösen konnte. »Oder wie wär's mit Sydney?«, dachte er. »Perth, Melbourne.« Die Namen klangen exotisch und vertraut zugleich. »Es wird eine Art Heimkehr«, dachte er. Der letzte Gegenstand in dem Tresorkästchen war ein sauberer, stahlblauer Magnum-Revolver .357, der ebenfalls in die Aktentasche wanderte. Er hatte ihn einige Jahre zuvor in Florida gekauft, nur wenige Wochen bevor dort ein neues, etwas strengeres Waffengesetz verabschiedet wurde. Dann hatte er die Pistole einfach als gestohlen gemeldet. Der National Rifle Association sei Dank. Ein Moment lang starrte er auf das leere Safe-Kästchen und dachte daran, wie beruhigend es gewesen war, dass dies alles für den Fall, dass er es brauchte, bereitgelegen hatte. Mein Notausgang. Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück. »Australien«, sagte er sich. »Ein fantastischer Ort, um neu anzufangen.« »Time me kangaroo down, Sport«. In Gedanken summte er auf seinem Weg zu Miss Mancers Schreibtisch »Waltzing Matilda«. »Fertig«, fragte sie fröhlich. »Alles in bester Ordnung«, antwortete er. Er unterschrieb ein paar Papiere und stellte fest, dass ihm der neue Namenszug leicht von der Hand ging. »Hallo«, begrüßte er sich. »Nett, Sie kennenzulernen.« »Was sagten Sie noch gleich, machen Sie beruflich?« »Was immer dir gefällt.« »Egal was.« Als er das Dunkel der Bank verließ, blendete ihn die helle Sonne, und er brauchte einen Moment, bis sich seine Augen umgestellt hatten. Er sah zu Anne Hampton hinüber, die im Wagen saß und wartete. »Nicht mehr lange, Boswell.« Er summte zufrieden vor sich hin und überquerte die Straße. Er nickte einer älteren Dame zu, die an ihm vorbeikam, und grüßte zwei kleine Jungen, vermutlich nicht älter als sechs oder sieben, die ihre letzten Ferientage vor Schulbeginn mit Schokoladeneis versüßten. Anne Hampton sah zu ihm auf. »Gehen wir an den Strand!«, sagte er. Den größten Teil des Tages döste sie, während Douglas Jeffers quer durch Massachusetts Richtung Cape Cod fuhr. Er schien in Gedanken, aber sorglos. Er machte das Radio an und fand einen Sender, der Rock'n'Roll aus den Sechzigern spielte. Der einzigen Musik, wie er sagte, die man sich im Radio anhören konnte. Gut gelaunt bestand er darauf, der einzige Musiker, den er überhaupt ernst nehmen konnte, sei der Kerl aus New Jersey. Und das auch nur, weil er sich wie jemand benahm, der aus einer Epoche von vor zwanzig Jahren stammte. Er erzählte ihr, er hätte nur einmal den Auftrag gehabt, bei einem Rockkonzert zu fotografieren. Das einzige Mal, dass ich wirklich um mein Leben gefürchtet habe. Wir sollten unten vor der Bühne in Stellung gehen, und als diese vier Jungs in Strumpfhosen, Glitzer-Make-up und Feder-Boas herausstolzierten, drängte sich hinter uns alles nach vorne. Immer verflucht noch mal. Ich dachte, ich werde von einer Horde tränenseliger Jugendlicher zerquetscht. Sämtliche Kameraleute kämpften mit dem Rücken zur Wand, und als ich den Kopf hob, sah ich, wie einer der Musiker mit glänzenden Augen und blondem Haar, das ihm bis zum Hintern reichte, die Arme in die Höhe hob und die Stimmung in der Zuschauermenge noch weiter anheizte. »Tod durch Rock'n'Roll«, Douglas Jeffers lachte. Da stolperte ich also immer weiter rückwärts gegen die Bühne, überall schreiende Göhren, kein Platz, um auch nur einen Fuß auf den Boden zu bekommen, und ich konnte nur daran denken, dass uns unsere Eltern genau davor gewarnt hatten. Eine Kommunistenverschwörung. Damals zumindest kam es den Leuten so vor. Er fuhr gemächlich und ließ sich häufig überholen. Er schien keine Eile zu haben, hielt sich aber offensichtlich an einen Zeitplan. Als sie die Ausfahrt zur Route 6 erreichten, die sich von dort aus bis zum Cape Cod hinauswindet, verblasste bereits der Nachmittag. Sie war noch nie am Cape gewesen und sah sich interessiert die etwas heruntergekommenen Antiquitätenhandlungen, die Süßwarengeschäfte und T-Shirt-Läden an, die sich am Straßenrand mit Fastfood-Restaurants und Tankstellen abwechselten. »Ich verstehe das nicht«, sagte sie. »Ich dachte, Cape Cod wäre schön.« »Ist es auch«, antwortete Jeffers, »zumindest da, wo wir hinwollen. Es hat niemand behauptet, die Straße dahin wäre schön, ist sie auch nicht. Sie hält eher einen Weltrekord an Hässlichkeit.« Im letzten Tageslicht überquerten sie die Bourne Bridge. Anne Hampton sah darunter in der Tiefe Lastschiffe langsam den Kanal entlangziehen. Vor ihnen lag ein Kreisverkehr, und Jeffers murmelte etwas über die darwinistische Überlebensstrategie der Autofahrer in Massachusetts. In einem Imbiss in Fairmouth aßen sie zügig etwas zu Abend. Dann fuhren sie zur Anlegestelle der Fähre im Woods Hole Ferry Dock. Der weiße Lack eines Boots der Küstenbache leuchtete in der Dunkelheit. Die Fähre selbst glimmte im Licht der Straßenlaternen und Autoscheinwerfer. Auf der Straße wartete eine Fahrzeugschlange, die von einem Teenager mit Baseballkappe und Walkie-Talkie abgefertigt wurde. Jeffers kurbelte die Scheibe herunter. »Ich habe eine Reservierung für die Fähre um halb neun«, erklärte er. »Großartig«, erwiderte der Junge. Für Anne Hampton sah er haargenau so aus wie die jungen Männer im Jeep die Nacht davor. »Fädeln Sie sich einfach hinter dem Kombi da ein«. Jeffers folgte seiner Anweisung. Er zog Tickets aus der Tasche und zeigte sie einem anderen Teenager. »Weißt du, was ich an dieser Fähre schon immer mochte?«, wandte er sich an Anne Hampton. Er wartete keine Reaktion ab. Sie hat dieses vollkommen funktionale Design. Das Boot hat keine Vorder- und keine Rückseite. Ich meine, beide sehen gleich aus. Man fährt in Woods Hole drauf und in Vineyard Haven runter. Auf beiden Seiten hat sie diese riesige Öffnung. Das Ding pendelt wie ein Jojo zwischen den beiden Anlegestellen. Sie blickte hinüber und sah die Menschenströme, die sich durch das geduckte Fährdienstgebäude neben dem Pier drängten. Sie sah, wie sich eine Gruppe Biker an die Spitze der Autoschlange setzte. Sie beobachtete, wie das Deckpersonal die anfahrenden Autos in eine Öffnung auf der Fähre winkte, die in schroffem Schwarz-Weiß vor dem dämmerigen Abendhimmel klaffte. Von ihrem Standpunkt aus konnte sie nicht das offene Wasser sehen, sondern nur durch Jeffers geöffnetes Fenster die Seeluft riechen. »Wo?« »Die Insel Marthas Vineyard«, antwortete er. »Sommerresidenz der oberen Zehntausend. Altes Geld, neues Geld. Alle bescheidenen Jeans und Arbeitshemden gekleidet. Da haben sie »Der weiße Hai« gedreht.« Er sang ein paar Takte des bekannten, unheilverkündenden Soundtracks. »Uter anderem auch alle möglichen Kennedys.« »Erinnerst du dich, wie Teddy von Chappaquiddick nach Edgar Town geschwommen ist?« »Jedenfalls hat er das behauptet. Jackie O. hat da ein Domizil. Ebenso Walter Cronkite, die halbe Redaktion der New York Times und mehr Dichter und Romanschriftsteller pro Quadratmeter, als du zählen kannst. John Belushi besaß für ungefähr fünf Minuten ein Haus in Chilmark, bevor es ihn in Los Angeles erwischte. Und jetzt ist er hier begraben, an einem wunderschönen Ort namens Ables Hill. Diesen Friedhof lieben die Jugendlichen. Sie feiern an seinem Grab. »Es ist eine sehr wohltuende Insel«, erzählte Jeffers. »Atmet die feine Lebensart der Ostküsten-Elite. Sie ist ruhig, angenehm, schön und gemächlich. Wenn sich die Insulaner mal über einen Mangel an Schwertfischsteaks oder zu viele Muppets auf den Straßen aufregen, ist das schon viel. Es herrscht eine freundliche Atmosphäre, und man weiß die angenehmen Seiten des Lebens zu schätzen, die sich jeder leisten kann, der über einen Haufen Geld verfügt und die Tatsache mit ausgewaschenem Denim kaschiert. Eine Menge gute Leute, die in intellektueller Harmonie zusammenleben. Vom 1. Juni bis zum Labor Day. Er schwieg, bevor er hinzufügte, »Der ideale Ort für ein unaussprechliches Ereignis.« Jeffers fuhr plan- und ziellos quer über die Insel, durch ein Netz enger, unbeleuchteter Straßen. Die Scheinwerfer schnitten bizarre Formen in den leichten Nebel zwischen den Bäumen. Hinter einer Häuserecke begegneten sie plötzlich einer großen Ohreule, die sich an einer Bisamratte oder einem Kaninchen satt fraß, das den Weg über die Straße falsch eingeschätzt hatte. Der Vogel breitete die weißen Schwingen aus und stieß angesichts der unhöflichen Störung einen verärgerten Schrei aus. Er erhob sich wie ein Gespenst direkt vor der kühle Haube und einen Moment fürchtete Anne, es gebe einen Zusammenstoß, sodass es ihr einen Stich versetzte. Sie wusste nur, dass es weit nach Mitternacht war und auf den Morgen zuging. Jeffers schien ständig unter Adrenalin zu stehen und redete in angeregtem Ton unermüdlich drauflos. Er fuhr wiederholte Male zahlreiche Straßen entlang, sodass Anne Hampton trotz seiner laufenden Reisekommentare irgendwann die Orientierung verlor. Er zeigte auf verschiedene Örtlichkeiten und verband sie mit bestimmten Erinnerungen, so wie es jedem ergehen musste, der nach vielen Jahren einen Lieblingsort besucht. Sie versuchte, sich Notizen zu machen, stellte jedoch fest, dass er von einer banalen Erinnerung zur nächsten sprang. Keine davon hatte irgendetwas mit Sterben oder Tod zu tun. Vielmehr erzählte er, wo die besten Blaubeeren oder die geheimen Pfade zu den Stränden zu finden seien. Er fuhr sie zu den Gay-Hat-Cliffs hinaus und lief mit ihr zum Rand der Felsen, damit sie aufs Meer hinaussehen konnten. Da, wo die Wellen an den Strand schlugen, sah sie weißen Schaum, und trotz der Dunkelheit konnte sie in der schwarzen Weite große Brecher ausmachen. Sie spürte eine stete Brise im Gesicht, die gut tat. Dennoch war ihr die schwindelerregende Höhe unbehaglich, und einen Moment lang sah sie vor sich, wie sie über die steilen rot-grauen Cliffs ins Nichts stürzte. Sie fühlte seine Hand auf ihrem Arm, und sie sah, dass er in die schwarze Meeresnacht zeigte. Da draußen, erzählte er, gibt es eine Insel, die heißt No Man's Land. Dort testet die Marine Waffen. An einem klaren Tag kann man sie sehen, und wenn der Wind richtig steht, hört man sogar gelegentlich das Donnern der Sprengstoff-Explosionen. Ich wollte schon immer mal hin, seit meiner Kindheit. Nicht wegen der Trainingsdurchgänge der Marine, die durchaus interessant sind. Manchmal kann man die Kondensstreifen der Düsenjets sehen. Nein, sondern weil ich wissen wollte, wie es da aussieht, nachdem es über so viele Jahre hin zerbombt worden ist. Wie eine Zukunftsvision, könnte ich mir denken. Bin aber nie rübergefahren. Einmal noch als Kind war ich nah dran, als wir geangelt haben. Wir hatten einen tollen Fang gemacht, als plötzlich ein Hubschrauber der Küstenwache über uns kreiste und uns anwies, wir sollten zusehen, dass wir da wegkommen. Er lachte. Wir haben gehorcht. Sind Sie mit Ihrer Familie oft hier rausgekommen? fragte sie. Ein paar Sommer lang. Irgendwann als Teenager nicht mehr. Er sah sich um. Es hat sich verändert. Dieselbe Insel, aber anders. Manches ist neu, vieles ist wie früher. Es gibt Stabilität und Kontinuität, aber auch Wachstum. Wieder lachte er. Alles verändert sich. Alles bleibt, was es war. Wie das Leben selbst. Er dachte an den Pass, das Flugticket und das Geld in seiner Aktentasche. Wie ich. Sie stiegen wieder ins Auto und er steuerte langsam die Mitte der Insel an. Sie wagte nicht, ihn nach der Unterkunft oder seinen Plänen zu fragen. Jeffers wunderte sich, dass er statt seiner gewohnten, angespannten Freude auf einmal eine Art gemächliche, fast träge Behaglichkeit empfand. Er fühlte sich ein wenig berauscht, so als hätte er von einem ausgezeichneten Wein ein paar Schluck zu viel getrunken und sei etwas beschwipst. Nachdem er sich die ganze Zeit so streng an seine Vorgaben gehalten und alles bis zu den Fährtickets genauestens geplant hatte, sah er sich jetzt nicht mehr zur Eile genötigt. Diesen letzten Akt wollte er auskosten, in die Länge ziehen. Der Gedanke ging ihm ins Blut. Er prickelte ihm in den Adern. Er horchte auf seinen eigenen Herzschlag und dachte daran, dass es nicht leicht würde, seine alten Identität lebewohl zu sagen. Denk einfach nur daran, wie du dir eine neue schaffst. Sie kamen durch das Städtchen West-Tisbury und Jeffers ermahnte sich, ganz bei der Sache zu bleiben. Nicht mehr weit, dachte er. Er nahm innerlich Haltung an und konzentrierte sich auf die anstehenden Probleme. Anne Hampton warf einen Seitenblick auf Jeffers und sah, dass er plötzlich wach und gestrafft aussah. Er hatte sich ein wenig vorgebeugt und das bedeutete, dass etwas bevorstand. Augenblicklich verspannte sie sich und rutschte an den Rand ihres Hitzes. Er hatte so viel von einem Ende gesprochen, und sie vermutete, dass dies der Anfang davon war. Sie merkte, wie auch bei ihr alle Schläfrigkeit verflog. Sie nahm ihre Gefühle an die Kandare, um wie kurz vor einer Schlacht die nötigen Kraftreserven zu sammeln, die im kritischen Moment über Sieg oder Niederlage entscheiden konnten. Jeffers bog in eine ungeteerte Nebenstraße ein, und wenig später rolperten sie einen Feldweg entlang. Die dichten Büsche und knorrigen Bäume der Insel schienen sie wie ein Tunnel zu umschließen. Und sie hatte schlagartig das Gefühl, als hätten sie einen Sprung aus der Zivilisation an einen wilderen, prähistorischen Ort gemacht. Der Wagen hob und senkte sich, und gelegentlich drehten für einen Moment die Reifen durch, während sich der Innenraum mit den kratzenden und schabenden Geräuschen von Büschen füllte, die an das Autoblech peitschten. Nach einer ungefähren holprigen Meile immer tiefer in den Dünenwald hinein gelangten sie an eine Weggabelung mit vier winzigen Straßen. Kleine farbige Pfeile wiesen in die verschiedenen Richtungen. Die unbefestigten Wege schienen immer enger und dunkler zu werden. »Die Pfeile stehen für verschiedene Wohnsitze«, erklärte Jeffers. »Das ist wichtig. Du musst die richtige Farbe kennen, um zum richtigen Haus zu finden. Sonst landest du auf der falschen Seite des Teichs.« Es steuerte den Weg ganz links an. Vom Wilden auf und ab wurde ihr langsam, aber sicher übel. Sie versuchte, durch die überhängenden Zweige in den Himmel zu schauen, und erhaschte einen Blick auf den Mond in der Höhe. So ging es zehn Minuten weiter. »Mindestens eine Meile«, dachte sie. »Vielleicht auch mehr.« Und dann öffnete sich plötzlich, wie mit dem Messer geschnitten, die Sicht auf eine weite, dunkle Ebene. Jeffers schaltete die Scheinwerfer aus und fuhr beim Mondlicht weiter. Zu ihrer Rechten sah sie eine große Wasserfläche. »Das ist der Teich«, sagte Jeffers. »Teich ist eigentlich nicht das richtige Wort. Er ist in Wahrheit so groß wie ein See. Und auch so tief.« Er hielt an und kurbelte die Scheibe herunter. »Hör mal«, forderte er sie auf. Sie hörte in der Fernung die Brandung ans Ufer schlagen. »Der Teich trennt die Häuser vom Strand«, erzählte er. »Wir mussten mit einem Motor oder Ruderboot übersetzen. Viele hatten Segelboote oder auch Kanus, Kajaks und Surfbretter. Und jetzt schau genau hin. Siehst du da drüben?« Er zeigte über den Teich. »Das ist alles unberührte Natur. Der einzige Mensch, der da draußen wohnt, ist ein alter Schafhirte namens Johnson. Er ist verrückt. Im wortwörtlichen Sinne. Er stiehlt die Außenbordmotoren von den Booten der Sommerurlauber, wenn er etwas gegen sie hat. Er schießt mit dem Gewehr auf Leute, die mit dem Auto auf den Sanddünen fahren. Einmal hat er eigenhändig eine Landmine zusammengeschustert. Und eine Panzerfalle für all die Kinder und Touristen, die auf seinem Weg zum Strand gelangen wollten. Der alte Mistkarl hat mich mal mit vorgehaltenem Gewehr von seinem Grundstück gejagt. Das war vor zwanzig Jahren. Aber er hat sich kein bisschen geändert. Er wurde wegen einer Geistesstörung aus der Armee entlassen und seither ist es wohl nicht besser geworden. Er ist unzurechnungsfähig, aber ein alter Insulaner, also bleibt er ungeschoren. Die Urlauber finden ihn natürlich kurios. Jeffers schwieg. Bei seinen nächsten Worten klang seine Stimme plötzlich ganz von Wut gedrängt. Bei dem, was wir vorhaben, werden sie zuerst ihn verdächtigen. Dann zeigte er nach vorne auf die Straße. Dieses Gelände endet an einer Stelle, die in den Teich hineinrackt. Fingerpoint. Eine halbe Meile diesen Weg weiter ist ein Haus. Das einzige hier draußen. Für die richtige Art von Abgeschiedenheit lassen manche einen Haufen Geld springen. Na jedenfalls, da wollen wir hin. Damit kurbelte Jeffers energisch das Fenster hoch und legte den Rückwärtsgang ein. Der Wagen machte einen gewaltigen Satz, bevor er ihn wieder Richtung Wald zurückfuhr. Er riss das Lenkrad herum und bog in eine kleine Abzweigung ein, die ihr zuvor nicht aufgefallen war. Dann stellte er den Motor aus. »Gut«, meinte er. »Wir sind da. Warte.« Jeffers ging zum Heck und nahm die Reisetasche mit den Waffen aus dem Kofferraum. Er zog den Reißverschluss auf und holte zwei schwarze Arbeiter-Overalls sowie mehrere andere Gegenstände heraus. Ein Overall zog er sich selbst über, dann steckte er eine Pistole in den Gürtel. Er lud das Gewehr neu und legte weitere Patronen ein. Schließlich schlang er sich die Tasche über die Schulter. »Also dann«, hieß er sie an. »Raus aus dem Wagen!« Sie gehorchte augenblicklich. »Zieh den an!« Sie schlüpfte hinein und dachte, »ich bin Teil der Nacht.« Er betrachtete sie mit einem prüfenden Blick. »Gut, gut. Du bist genau richtig für die Rolle gekleidet. Du brauchst nur noch das hier.« Er reichte ihr eine kleine Strickmütze. Sie betrachtete das Kleidungsstück mit einem fragenden Blick. »So«, knurrte er plötzlich äußerst gereizt. Er trat auf sie zu, griff nach der Mütze und stülpte sie ihr unsanft über den Kopf. Mit einer einzigen gewaltsamen Bewegung riss er die aufgerollte Krempe herunter und sie erkannte, dass es eine Skimaske war. Sie glaubte, sie müsse unter dem eng sitzenden Wollstoff ersticken. Sie sah, dass er seine ebenfalls übers Gesicht gezogen hatte. »Eine richtige Horrorshow«, sagte er. Er drehte sich um und lief los, während sie sich beeilte, Schritt zu halten. 13. Kapitel Eine außerplanmäßige Sitzung der Lost Boys Detective Mercedes Barron wartete ungeduldig in Martin Jeffers Sprechstundenzimmer. Bei dem Gedanken an den Zeitverlust litt sie Höllenqualen. Es hielt sie nicht auf ihrem Stuhl. Jedes Mal, wenn sie sich setzte, zuckte es wie ein wütender Stromschlag durch ihren ganzen Körper und erinnerte sie daran, dass der Killer nicht irgendwo die Beine auf den Tisch gelegt hatte und auf sie wartete. »Er ist da draußen«, hämmerte es in ihrem Kopf, fast zum Greifen nah. »Er tut gerade etwas.« Die Bilder, die sie in seiner Wohnung gestohlen hatte, wirbelten ihr im Kopf herum. Sie verzog das Gesicht und dachte, »Die werde ich nie vergessen. Sie werden mich mein Leben lang verfolgen.« Während sie sich müde die Augen rieb, kam ihr eine Lektion aus den ersten Tagen an der Polizeiakademie in den Sinn. Ein FBI-Agent hatte zahlreiche Kriminalitätsstatistiken vor ihnen ausgebreitet. Mit sonorer Stimme und der Unterstützung tickender Uhren hatte er ihnen verdeutlicht, wie oft in wieviel Sekunden in den USA ein bewaffneter Überfall, ein Einbruch oder ein Mord passiert. »Zweiundzwanzig Uhr«, dachte sie. »Im Ghetto endet ein Würfelspiel mit einer Messerstecherei.« »Dreiundzwanzig Uhr.« »Ein Ehestreit in einem Vorortviertel eskaliert zu einem Schusswechsel.« »Mitternacht.« Douglas Jeffers lockt mit Süßholzraspelei die nächste Frau in sein Auto. Sie hätte am liebsten einen Gegenstand gepackt und heftig geschüttelt. Sie wollte etwas zerschmettern, sie wollte es scheppern und krachen hören. Die beharrliche Stille brachte sie noch um den Verstand. Sie konnte sich nur damit trösten, im Zimmer auf und ab zu laufen, in ihren Papieren zu kramen und sich vor Augen zu führen, was bereits geschehen war und was noch geschehen würde. Sie wappnete sich für die Konfrontation. »Es wird dazu kommen«, sagte sie sich. »Und ich werde bereit sein.« Sie sah sich als Krieger, der sich auf die Schlacht vorbereitet. Mercedes Baron entsann sich, dass Achilles sich vor dem Kampf mit Hector am ganzen Körper eingeölt hatte. Er hatte gewusst, dass er gewinnen würde, denn es war ihm vorherbestimmt. Doch ebenso hatte er gewusst, dass mit dem Sieg an diesem Tag auch sein eigenes Ende nahte. »Wie gewonnen, so zerronnen«, dachte sie. Sie schob den Gedanken beiseite. »Das soll dir nicht passieren.« »Im Mittelalter beteten die Ritter vor einem Kampf und flehten Gott um Führung an. »Aber du weißt, was du zu tun hast.« »Niemand, nicht einmal der Himmel, braucht dir zu sagen, was du zu tun hast.« Sicher, der mythische Ritter Roland war halsstarrig gewesen. Er hatte partout nicht ins Horn blasen wollen, und es kostete seinen Freund wie ihn selbst das Leben. Dafür errang er Unsterblichkeit. Sie schmunzelte. Keine gute Idee. Doch dann fragte sie sich, »Bist du auch nur einen Deut besser?« Sie weigerte sich, die Frage zu beantworten. Sie dachte an die Rituale der Samurai und den Geistertanz der Prärie-Indiane. Der Geist kam über sie, und sie glaubten, dass die Kugeln der Soldaten zu Pferde durch sie hindurchgehen würden. Leider sollten sie Recht behalten, nur, dass sie dabei ihr Leben ließen, was ihnen keiner gesagt hatte. Sitting Bull war alt und weise. Er wusste es und kämpfte doch. Sie überlegte, obwohl John Barron vor dem Gefecht irgendetwas Besonderes getan hatte. Hatte er sich mit größerer Sorgfalt angezogen, wie ein abergläubischer Athlet, der bei jedem Wettkampf dieselben Socken trägt, um nicht den Gott zu erzürnen, der zum Sieg führt und vor Verletzungen schützt? Sie nahm es an. Er war ein Romantiker, voller alberner Vorstellungen von Ritterlichkeit und allen möglichen Mythen, die wohl selbst vor Vietnams Sumpf und Morast nicht halt gemacht hatten. Ihr huschte ein Lächeln über die Lippen, als ihr die zerfledderte Ausgabe von »Der König of Camelot« einfiel, die man ihr zusammen mit seinen übrigen Sachen zugeschickt hatte und die ihr die Tränen in die Augen trieb, nachdem bereits Wochen zuvor überführt worden war, was von ihm selbst übrig war. Sie hätte gern gewusst, was er an dem Tag, an dem er starb, falsch gemacht hatte. Vielleicht hatte er einen bestimmten Zauber, ein Amulett oder dergleichen vergessen. Hatte er in seiner Kleiderordnung einen winzigen, doch tödlichen Fehler begangen? Was hatte er getan, um die prekäre Balance des Lebens zu stören? Und hatte er es gewusst, als er mit weit geöffneten Augen und hellwachen Sinn unter der sengenden Sonne patrouillierte? Hatte er in irgendeinem Winkel seines Bewusstseins gespürt, dass an diesem Tag etwas nicht stimmte, obwohl alles so aussah, so roch und so klang wie an jedem anderen Tag? Selbst wenn, er hätte es abgeschüttelt und wäre weitermarschiert, dachte sie. »Marschiere weiter! Tu, was du tun musst«, hätte er zu ihr gesagt. »Tu, was richtig ist«, sie streckte die Hände vor sich aus. Sie zitterten nicht. Sie drehte die Handflächen nach oben. »Trocken. Halt dich bereit«, dann ballte sie die Hände zu Fäusten. »Such dir ein Schlachtfeld aus«, sagte sie innerlich und richtete ihre mentale Energie auf den chimärenhaften Douglas Jeffers. »Tu was! Melde dich bei deinem Bruder!« Sie dachte an Martin Jeffers. Sie sah auf die Uhr an der Wand. »Er ist auf dem Weg zu dieser verdammten Gruppe«, dachte sie frustriert. »Ich hänge hier fest und warte darauf, dass ihm endlich was einfällt, dass er einen Anruf von seinem Bruder bekommt oder auch eine Postkarte mit den Zeilen. »Hi, ich hab viel Spaß! Wünschte, du wärst hier!« Wieder stieg in ihr Wut auf, und sie marschierte zum hundertsten Mal im Zimmer auf und ab. Ihr war sehr wohl bewusst, wie hartnäckig sie sich an den Bruder klammerte, wie sehr sie auf ihn angewiesen und dazu verdonnert war, zu warten. Das Schwerste von allem. Martin Jeffers starrte in die Runde der versammelten Männer und sah, dass er die ganze Zeit vollkommen falsch gelegen hatte, wenn er sie wegen ihrer Schwäche und ihrer Perversion bedauerte, wo doch seine eigene blinde Duldung und Tatenlosigkeit unendlich viel niederträchtiger war. Oedipus stellte sich wenigstens dem Entsetzlichen und riss sich die Augen aus dem Gesicht. Seine Blindheit war gerecht. Martin Jeffers musste traurig lächeln, wenn er daran dachte, wie sehr der Oedipus-Mythos seiner Zunft heilig war. Aber wir schließen die Augen vor dem, was später kam. Wir machen uns nicht klar, dass der einzige König, nachdem er seiner Begierde nachgegeben und eine schwere Schuld auf sich geladen hatte, gezwungen war, blind und in Lumpen gehüllt durchs Leben zu tappen, während ihm die Verzweiflung wie Zentnergewichte an den Füßen hing. Er fragte sich, ob ihm selbst die Verzweiflung ebenso deutlich ins Gesicht geschrieben stand. Er versuchte, den gewohnten, halb distanzierten, professionellen Ausdruck aufzusetzen und in die Mitte des Raumes zu starren. Doch er wusste, dass es nicht ging. Misstrauisch beäugte er die Männer gegenüber. Die Lost Boys waren rastlos. Sie rutschten unruhig auf ihren Stühlen umher und rumorten dabei so unangenehm wie leise. Er wusste, dass ihnen seine Erschöpfung bei der Sitzung tags zuvor nicht entgangen war. Er wusste auch, dass er eine weitere schlaflose Nacht hinter sich hatte und dass er seine desolate Verfassung nicht verbergen konnte. Nach seiner nächtlichen Rückkehr aus New Hampshire hatte er den Montag in somnabulem Zustand hinter sich gebracht und der üblichen Mischung aus banalen Klagen und Wehwehchen, die seinen Alltag ausmachten, kaum Beachtung geschenkt. Er hatte gehofft, ein geregelter Tagesablauf würde ihm gut tun und die quälenden Emotionen etwas zurückdrängen, doch er stellte fest, dass sie übermächtig waren. Er konnte an nichts anderes als seinen Bruder denken. Er fühlte, wie ihm blanke Wut hochstieg. Er sah Douglas Jeffers vor sich in seiner gewohnt lässigen Haltung mit einem Grinsen, als perrte alles an ihm ab. Dann verdüsterte sich das Bild, und er erkannte in seinem Bruder Bitterkeit, gepaart mit einem tödlich entschlossenen Blick. Das Raubtier, eiskalt auf der Lauer. Ein Killer. »Warum hast du das getan?«, fragte er den Mann vor seinem geistigen Auge. »Wie bist du zu dem geworden, was du bist? Wie kannst du immer und immer wieder so etwas tun, ohne dass man es dir auf Schritt und Tritt ansieht?« Doch der Bruder in seinem Kopf verweigerte ihm die Antwort, und Martin Jeffers erkannte, wie albern seine Fragen waren. »Selbst wenn es lächerlich ist, zu fragen, bleibt mir trotzdem nichts anderes übrig.« Er merkte, wie sich seine Hände um die Armlehnen krallten und seine Wut zu brodeln begann. In Gedanken schrie er seinen Bruder an. »Wieso hast du das getan? Wieso? Wieso?« Und dann in rotglühendem Zorn. »Wieso tust du mir das an?« Er holte Tiefluft und blickte wieder die wartende Therapiegruppe an. Er wusste, dass er etwas sagen musste, um die Kommunikation in Gang zu setzen. Danach konnte er in ihren Gesprächsfluss abtauchen. Doch statt den Männern ein Thema oder einen Gedanken wie ein Knochen hinzuwerfen, an den sie sich für den Rest der Zeit die Zähne ausbeißen konnten, dachte er an New Hampshire und versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie es war, als er ihre leibliche Mutter zum letzten Mal sah. Er hatte sie in einem hintersten Winkel seiner Erinnerung abgespeichert, ein bleiches Gesicht in einem Autofenster, das sich ein letztes Mal umdrehte, bevor es für immer aus seinem Leben verschwindet. Er sah es so deutlich vor sich wie in der Nacht, als es passierte. Er hatte diesen Anblick noch niemandem beschrieben, am wenigsten seiner eigenen Analytikerin. Er wusste, dass er damit das Vertrauensverhältnis grundlegend verletzt hatte, auf dem er scheinheilig gegenüber seinen eigenen Patienten bestand. »Ich bin davon nicht frei«, dachte er. »Werd ich wohl nie sein.« Er dachte an seine leibliche Mutter. »Was hatten wir falsch gemacht?« Er kannte die Antwort. »Nichts.« »Die alten Griechen zäumten das Pferd beim Schwanz auf«, überlegte er. »Die Psychiatrie hat bewiesen, dass die Sünden der Eltern die Kinder heimsuchen.« »Zuerst wurden wir im Stich gelassen und dann grausam und herzlos behandelt.« »Die klassischen Ursachen der Verzweiflung.« »Ist es da verwunderlich, dass Stark als Erwachsener angetreten ist, um sich an einer Welt zu rächen, die ihn so gehasst hat?« »Aber wieso er und nicht ich?« »Wo steckt er?« »Also, Doc, was geht Ihnen so auf den Senkel? Sie sehen aus, als stünden Sie mit einem Bein im Grab. Kann man wohl sagen, wollen Sie uns gleich mitnehmen?« Es folgten nervöse Lacher aus der Runde. Martin Jeffers hob den Kopf und sah, dass die Fragen von Brian und Senderling kamen, doch dass sämtliche Männer ihn mit fragenden Blicken durchbohrten. Sein erster Instinkt riet ihm, die Fragen zu ignorieren und die Gruppe in eine andere Richtung zu steuern. Das wäre die angemessene Technik gewesen. Schließlich sollten die Patienten sich mit den eigenen Problemen befassen und nicht mit denen des Therapeuten. Doch zugleich hatte sich in ihm so viel Ärger angestaut, dass er versucht war, all die ach so hehren Grundsätze seines Berufsstandes über Bord zu werfen und sich ein einziges Mal auf die Pfiffigkeit der Männer zu verlassen. »Sehe ich so schlimm aus?«, fragte er in die Runde. Für Sekunden herrschte Schweigen. Die direkte Frage verblüffte sie. Schließlich brummte Miller aus der Tiefe des Raumes. »Das können Sie laut sagen, so als ginge Ihnen was mächtig im Kopf herum.« Er lachte trocken. »Was mal was anderes wäre.« Wieder war es still. Dann brachte Wesserman stotternd heraus. »Wenn Sie sich nicht so toll fühlen, können wir ja morgen wiederkommen.« Jeffers schüttelte den Kopf. »Mir fehlt nichts. Nicht körperlich.« »Was haben Sie dann, Doc? Hat Sie so was wie eine emotionale Grippe erwischt?« Das war Sanderling. Und Brian fiel in sein Lachen ein. »Was für ein treffendes Bild. Eine emotionale Grippe. Das will ich mir merken. Ich mache mir Sorgen um einen Freund,« erklärte er. Es herrschte kurzes Schweigen. Dann ergriff wieder Miller das Wort. »Hol mich der Teufel, wenn Sie nur besorgt sind. Sie sind krank vor Angst. Ich bin verdammt noch mal kein Arzt, aber so viel kann ich sehen. Da ist doch mehr im Busch, hm? Mehr als nur Sorge.« Jeffers antwortete nicht. Er sah der Runde in die forschenden Augen, und die zwölf Männer erinnerten ihn an zwölf Geschworene vor Gericht, die nur darauf lauerten, dass er sich verplapperte und sich selbst ans Messer lieferte. Er fixierte Miller. »Sagen Sie mir eins«, fing er an und verlieh seiner Stimme Nachdruck. »Sagen Sie mir, wie es bei Ihnen angefangen hat.« »Wie meinen Sie das?« gab Miller zurück und wechselte unruhig die Stellung. Wie alle Sexualverbrecher hasste er direkte Fragen und zog es vor, wenn man ein Thema indirekt anging und ihm das Gefühl gab, den Gesprächsverlauf unter Kontrolle zu haben. Vermutlich, dachte Jeffers, verwirrte eine unverblümte Frage Sie alle. »Ich will wissen, was Sie anfänglich dazu gebracht hat, das zu tun, was Sie getan haben.« »Sie meinen, wie...« »Ja, was Sie Frauen antun. Sagen Sie es mir.« Es herrschte vollkommene Stille im Raum. Die Wucht, mit der Jeffers Forderung herausbrach, hatte sie alle verstummen lassen. Er wusste, dass er gegen Ehren Regeln verstieß, doch er hatte die Regeln plötzlich satt. Er hatte das Warten, das Aussitzen satt. »Sagen Sie es mir.« Er hatte die Stimme erhoben wie noch nie in den vier Wänden des Tagesraums. »Verdammt, was weiß ich...« »Oh doch, Sie wissen es ganz genau.« Jeffers beäugte die Männer. »Sie alle, denken Sie zurück, das erste Mal. Was ging Ihnen damals durch den Kopf? Was war der entscheidende Auslöser?« Er wartete. Schließlich brach Pope das Schweigen. Jeffers betrachtete den älteren Mann, der seinen Blick mit unverhohlenem Hass gegen jedermann richtete, der es wagte, in seiner Erinnerung herumzustochern. »Es bot sich die Gelegenheit,« meinte er. »Erklären Sie mir das,« forderte Jeffers hinauf. »Wir alle haben gewusst, wer wir sind. Mag sein, dass wir es uns noch nicht ganz eingestanden hatten, mag sein, dass wir noch keine Worte dafür fanden, aber trotzdem haben wir es gewusst. Also ging es darum, zu warten, bis sich die richtige Gelegenheit bot. Das Bedürfnis war da. Es fehlten nur noch die richtigen, wie soll ich es nennen, Umstände.« Er sah, wie mehrere Köpfe nickten. »Manchmal«, meldete sich Neid, »wenn man erst mal beschlossen hat, zu sein, was man ist, dann verselbstständigt es sich irgendwie. Dann schaut man sich eben um. Da passiert nicht irgendwas, so dass man sich mit einem Schlag ändert. Es ist längst alles da. Man sucht, und wenn man findet, wonach man sucht, ich habe es trotzdem gehasst,« stieß Wasserman hervor. »Ich auch,« stimmte Weingarten ein. »Aber das hat nichts zu sagen.« »Stimmt«, das war wieder Pope, »es hat nichts zu sagen.« »Parker«, »wenn es erst mal losgeht, dann ist es nicht mehr aufzuhalten, Mann.« »Merryweather«, »ob man es nun hasst oder sich selbst dafür hasst oder denjenigen hasst, mit dem man es macht, ist letztendlich bedeutungslos.« Martin Jeffers ließ die Worte der Männer auf sich wirken. »Aber das allererste Mal«, beharrte er, doch sofort fiel ihm Pope ins Wort. »Sie verstehen das nicht. Das erste Mal passiert es lediglich zum ersten Mal physisch. Im Kopf, Mann, da haben Sie es schon hundert Mal getan. Eine Million Mal.« »Mit wem?« wollte Jeffers wissen. »Mit jedem!« Jeffers überlegte angestrengt. Er sah, wie die Männer auf der Stuhlkante saßen und sich gespannt auf seine nächsten Fragen nach vorne beugten. Sie waren wach, interessiert, aufgeregt und so sehr bei der Sache, wie er sie noch nie erlebt hatte. Er sah den raubtierhaft lauernden Ausdruck in ihren Augen und dachte an all die Menschen, die denselben unbarmherzigen Blick hatten ertragen müssen, bevor sie erstickt, erwürgt oder auch geschlagen und dann geschändet wurden. »Aber es muss irgendetwas gegeben haben«, wiederholte er bedächtig, »einen besonderen Moment oder ein entscheidendes Wort, das ihnen erlaubt hat, auszuleben, was sie waren.« Er starrte die Männer eindringlich an. »Etwas, das ihnen sagte, sie dürfen es tun.« »Was?« »Wiederschweigen.« Die Männer dachten über die Frage nach. Wasserman stotterte. »Ich erinnere mich, wie meine Mom mir gesagt hat, ich würde nie ein Mann sein wie mein Daddy.« »Das habe ich nie vergessen.« »Und als ich es das erste Mal getan habe, konnte ich an nichts anderes denken.« Er sah sich in der Runde um und für einen Moment verschwand das Stottern. »Bin ich wohl verdammt?« »Also bei mir war es anders«, überlegte Sanderling. »Ich war es einfach leid zu warten, wissen Sie? Ich meine, da war diese Kleine im Büro, die war echt heiß. Und ich glaube, die hat nichts anbrennen lassen. Also wollte ich auch auf meine Kosten kommen.« Brian schnaubte. »Du meinst, sie hat sich geweigert, mit ihr auszugehen?« »Nein, nein, 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 so war das nicht.« Die Männer johlten. Brian legte noch eins drauf. »Sie hat dich in die Wüste geschickt, also hast du ihr in der Garage ihres Wohnhauses aufgelauert. Hast du mir selbst erzählt?« »Sie war eine Schlampe«, rechtfertigte sich Sanderling. »Sie hat es verdient.« »Nur, weil sie Nein gesagt hat?«, fragte Jeffers. »Genau!« »Aber was hat sie dazu gebracht, es diesmal zu tun? Bestimmt haben auch vorher schon mal Frauen Nein zu ihnen gesagt«, hakte Jeffers nach. »Weil, weil, weil, na ja«, er zögerte. »Weil ich allein war. Meine Schwester und mein Schwager, dieser Mistkarl, waren endlich ausgezogen, und ich musste seinen faulen Arsch nicht mehr mit durchfüttern und ihren, weil sie nämlich den ganzen Tag nichts anderes im Sinn hatten, als rumzulungern und zu rammeln wie die Karnickel, während ich Malochen und den scheiß Lohncheck nach Hause bringen durfte, damit wir wenigstens was zu beißen hatten. Also habe ich ihnen einen Tritt in den Hintern verpasst, und dann wollte die Schlampe nicht mit mir ausgehen. Verflucht, sie hat es verdient!« Also fühlten sie sich auf einmal frei. »Klar, ja, frei. Es stand mir frei, zu tun, was ich verdammt noch mal wollte.« Jeffers sah sich wieder im Raum um. War es bei ihnen allen so, dass irgendetwas sie befreit hat? Er sah, wie einige Köpfe langsam nickten. »Erzählen Sie mir davon.« Er sah, wie sie zögerten. Knight sagte, »Das ist bei jedem anders.« Weingarten fügte hinzu, »Es kann eine große Sache sein oder auch eine kleine.« Knight bekräftigte, »Bei jedem ist es anders.« Martin Jeffers holte Tiefluft. »Dann ist alles aus.« Trotzdem fragte er, »Nehmen wir mal an, da ist mehr, mehr als das, was Sie getan haben. Nehmen wir mal an, Sie würden noch einen Schritt weitergehen.« Die Männer schienen unter der Andeutung zusammenzuzucken. »Es gibt nur noch einen weiteren Schritt,« meinte Pope. »Sie wissen welchen.« »Und wieso haben Sie es nicht getan?« »Vielleicht haben es ja ein paar von uns getan,« warf Meriwether ein. »Ich nicht. Ich meine, das ist kein Geständnis oder so, aber der eine oder andere von uns hat es getan.« »Was müsste passieren, dass Sie das Gefühl hätten, Sie dürften es tun?« Die Männer antworteten nicht. Jeffers wartete. Auch er sagte nichts. »Wozu wollen Sie das wissen?«, fragte Meriwether. Er zögerte und überlegte sich gut, was er antwortete. »Ich muss jemanden finden,« erklärte Jeffers. »Jemanden wie uns,« wollte Brian wissen. »Jemanden wie Sie.« »Jemanden, der noch schlimmer ist als wir?« Das war Sanderling. Jeffers zuckte die Achseln. »Jemanden, den Sie gut kennen?«, hakte Sanderling nach. »Ja, jemanden, den ich gut kenne.« »Und Sie glauben, er steckt irgendwo und Sie können rausfinden, wo, ja?«, fragte Parker. »So ungefähr.« »Jemand, der Ihnen richtig nahe steht?« Sanderling blieb beharrlich. Jeffers durchbohrte ihn mit seinem Blick und antwortete nicht. »Sie meinen, wir können Ihnen helfen?«, fragte Weingarten. »Ja,« bestätigte Jeffers. Weingarten lachte. »Hol mich der Teufel, wenn Sie nicht recht behalten sollen.« »Dieser jemand,« stocherte Parker weiter, »der ist in diesem Moment drauf und dran, es wiederzutun?« »Ja.« »Und Sie müssen ihn finden, um ihn daran zu hindern?« »Ja.« »Sonst?« »Richtig,« bekräftigte Jeffers. »Sonst.« »Es ist verdammt wichtig, ja?« warf Wesserman ein. »Ja.« »Miller prustete los.« »Oh, Mann, Doc, ich kann Ihnen sagen, das ändert einiges.« »Ja, das tut es,« nickte Jeffers. Er starrte Miller streng an, sodass er augenblicklich verstummte. »Also, dann müssen Sie uns jetzt schon ein bisschen mehr verraten.« Jeffers zögerte. »Ich glaube,« begann er bedächtig, »er sucht gerade die Orte seiner Verbrechen auf.« Wieder lachte Miller los, aber nicht so bösartig wie zuvor. »Der Täter kehrt an den Ort des Verbrechens zurück.« »Das vermute ich.« Miller grinste. »Vielleicht ist es ja ein Klischee, aber so dumm ist das gar nicht. Verbrechen werden zu Erinnerungen, wissen Sie? Und wer ergeht sich nicht gerne in angenehmen Erinnerungen?« »Angenehm?« fragte Jeffers nach. Die Männer in der Gruppe lachten und schnaubten verächtlich. »Haben Sie hier denn gar nichts gelernt?« fragte Miller. Die Frage kam in triefend sarkastischem Ton. Jeffers ignorierte sie, und Miller fuhr fort. »Für Leute wie uns ist alles verkehrt herum. Wir lieben, was wir hassen, wir hassen, was wir lieben. Schmerz ist Vergnügen. Liebe heißt verletzen. Alles ist genau das Gegenteil, auf den Kopf gestellt, falsch herum. Begreifen Sie das denn nicht? Himmel!« Und plötzlich hatte er es begriffen. »Also«, forderte Miller ihn auf, und die Männer ringsum nickten zustimmt. »Kram sie nach der so ziemlich schlimmsten Erinnerung, die sich denken lässt. Und es ist die beste.« Jeffers holte tief Luft, als ihn die Gedanken und Vorstellungen bedrängten und wie Gewitterwolken in seinem Kopf zusammenbrauten. Als er den Blick hob, sah er, wie der grauhaarige, tätowierte Poe brandvoll mit Wut, Hass und unversöhnlicher Abneigung gegen die Welt den Mund öffnete und ihn mit leiser, schrecklicher Stimme anwies. »Suchen Sie nach einem Tod oder einer Trennung. Das läuft auf dasselbe hinaus. So etwas sprengt die Fesseln. Jemand stirbt, und es steht dir frei, du selbst zu sein. Es ist ganz einfach. Es ist beschissen einfach. Suchen Sie nach einem Tod.« Das erste Bild, das in seinem Kopf aufblitzte, war die Dunkelheit, die in jener Nacht, als sie in New Hampshire ausgesetzt wurden, in den Bäumen nistete. »Ich war da«, sagte er sich. »Ich bin an den Ort des Geschehens zurückgekehrt, aber er war nirgends zu finden. Da hätte er sein müssen, war er aber nicht.« Doch dann drängte sich ein anderes Bild in sein Bewusstsein. Von einer anderen Nacht. Und nicht von einer Trennung, sondern einem Tod. Er ließ den Kopf in die Hände sinken, ohne darauf zu achten, dass die Männer im Raum immer stiller wurden. »Ich weiß, wo«, gestand er sich ein. »Ich weiß, wohin mein Bruder will.« Jeffers hob den Kopf und blickte zur Decke. Er hatte das Gefühl, als kreiste die weiße Farbe, nur für einen kurzen Moment, so dass ihm ein wenig schwindelig wurde. »Wie konntest du das übersehen?«, fragte er sich. »Es schreit danach. Es liegt auf der Hand. Wieso warst du so blind?« Wut, Trauer, Hoffnung und Verzweiflung fluteten alle auf einmal durch seinen Körper. Ihm war klar, wohin er musste. Und zwar sofort. Er hatte plötzlich das Gefühl, als raste ihm die Zeit davon, und er fühlte sich unter dem Druck wie in einem Schraubstock. Er atmete langsam aus und riss sich zusammen. Er starrte die Männer an, die ihn mit glühenden, gespannten Blicken musterten. »Danke«, sagte er. Er stand auf. »Es wird keine Sitzung geben, nicht in den nächsten Tagen. Schauen Sie bitte ans schwarze Brett der Station, um zu erfahren, wann Sie wieder anfangen. Nochmals, vielen Dank.« Er sah, wie eine Woge zorniger Enttäuschung durch die Runde ging. »Sie sind neugierig«, dachte er. »Sie lieben Klatsch und sind gerne eingeweiht.« Er würde sich nicht entschuldigen. Stattdessen ignorierte er das Gemurmel und aufgeregte Getuschel in der Gruppe, während er sich kopfüber in die dunkelsten Nächte seiner eigenen Erinnerungen stürzte. »Ich weiß es«, sagte er noch einmal in Gedanken. »Ich weiß es.« Er dachte an die Polizistin, die in seinem Sprechzimmer auf ihn wartete. »Sie wird Ausschau halten. Sie wird jede Veränderung registrieren.« Der Gedanke machte ihn entsetzlich traurig. Dann drehte er sich um und verließ ruhig den Raum. Als er die Tür zuzog, hörte er das Durcheinander aufgeregter Stimmen. Er verdrängte die Lost Boys aus seinem Bewusstsein und konzentrierte sich ganz auf die entscheidenden kommenden Stunden. Er wappnete sich innerlich. »Sei auf der Hut. Lass dir nichts anmerken«, schärfte er sich ein. »Lass dir absolut nichts anmerken.« Martin Jeffers trat entschlossen von der Tür weg und die Stimmen verhalten. Auf seinem Weg durch die Station beschleunigte er seinen Schritt. Erst ging er zügig, dann marschierte er, dann rannte er, sodass seine Schuhe auf dem Linoleum trommelten. Er ignorierte die erstaunten Blicke von Patienten und Mitarbeitern, als er zuletzt einen Sprint einlegte und, vor Anstrengung keuchend, alles außer der einen Gewissheit in seinem Kopf vergaß. »Ich weiß es«, wiederholte er immer wieder. »Ich weiß es!« Als er den Flur erreichte, an dem sein Sprechzimmer lag, drosselte er sein Tempo zu einem Laufschritt. Er blieb stehen, um Luft zu holen, und dachte wieder an Mercedes Baron. Dann beruhigte er seine Atmung und ging die letzten vierzig Meter in normalem Tempo, während er sich überlegte, wie er am besten unbemerkt verschwinden konnte. Detective Baron stand am Fenster und starrte hinaus, als Martin Jeffers den Raum betrat. Er kam ihr zuvor. »Irgendwas Neues?« Sie zögerte. »Das wollte ich Sie fragen.« Er schüttelte den Kopf und mied eine Sekunde lang ihren Blick. Er riss sich zusammen. »Schau Sie an«, befahl er sich. Also hob er den Kopf, während er sich hinter den Schreibtisch setzte. »Nein«, erwiderte er. »Ich hab nichts gehört. Ich hab in der Zentrale Bescheid gegeben. Sie sollen mich anpiepsen, sobald ein Anruf für mich kommt, selbst während der Sitzung. Bis jetzt nichts.« Detective Baron sackte auf einen Stuhl ihm gegenüber. »Und bei Ihnen zu Hause?« »Ich hab den Anruf Beantworter eingeschaltet.« Er nahm sein Telefon und öffnete die Schreibtischschublade, um eine kleine Vorrichtung heraus. »Ich hab in der Zentrale Bescheid gegeben. Sie sollen mich anpiepsen, sobald ein Anruf für mich kommt, selbst während der Sitzung. Bis jetzt nichts.« Detective Baron sackte auf einen Stuhl ihm gegenüber. »Und bei Ihnen zu Hause?« »Ich hab den Anrufbeantworter eingeschaltet.« Er nahm sein Telefon und öffnete die Schreibtischschublade, um eine kleine Vorrichtung herauszuholen. »Der hat eins von diesen Wiedergabe-Dingsbums«, erklärte er. »Wir können ihn abhören.« Er wählte seine Privatnummer und hielt das elektronische Instrument an den Hörer. Es ertönte schrilles Piepsen und Quieksen, bevor sich das Band abspielte. Sie hörten die Nachricht eines Klempners sowie die vom Band abgespulten Werbesprüche eines lokalen Anbieters für irgendwas. Dann rauschte das Band nur noch leer. »Hier in der Klinikpost war auch nichts«, berichtete Jeffers. »Zu Hause wird sie allerdings erst so um vier ausgeliefert.« »Scheiß auf die Post«, meinte Detective Barron ausdruckslos. »Er schickt ihm keine Ansichtskarten.« »Hat er früher getan.« »Und wenn schon, dann sind wir ihm vier, fünf Tage hinterher. Aber wir wüssten immerhin, in welche Richtung er will.« Das war nicht von der Hand zu weisen. Dennoch nahm die Frustration bei ihr Überhand. »Scheiß auf die Post«, wiederholte sie und seufzte. »Was ist mit ihren Erinnerungen? Davon verspreche ich mir mehr.« »Ich hab wirklich geglaubt, er wäre da«, beteuerte Martin Jeffers. »Ich war mir sicher, dass er in New Hampshire sein muss. Es schien der logischste Ausgangspunkt zu sein.« »Dann denken Sie eben noch mal nach«, er legte den Kopf zurück. »Sind Sie nicht auch erschöpft?«, fragte er. »Verflucht, wir stehen ziemlich unter Druck. Ich kann bald nicht mehr klar denken. Wollen Sie nicht auch eine Pause einlegen?« »Das mache ich, wenn es vorbei ist«, Martin Jeffers nickte. Er wusste, dass sie erst Ruhe geben würde, wenn sein Bruder... Und an der Stelle stockte er. Er würde nicht beim Namen nennen, was sie plante. »Sie haben recht«, gab er nach. »Ich bleib dran«. Er sah, wie sie sich kaum merklich entspannte. Nach einer Weile sagte er, »Eigentlich ist es unmöglich.« »Was?« »Die Vorstellung, dass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt wissen sollte, wo der eigene Bruder gerade steckt. Oder auch die Schwester.« Er fand die Bemerkung provozierend, doch er führte seine Antwort unverdrossen aus. »Bei Kindern vielleicht. Als wir klein waren, wusste ich es immer. Bis zum Ende der Highschool hätte ich meistens sagen können, wo er steckt. Doch als wir erwachsen waren...«, »Ja. Erwachsene gehen ihre eigenen Wege. Wir werden unabhängig. Jeder führt sein eigenes Leben. Man wird mehr Mann selbst und weniger der Bruder oder die Schwester von jemand anderem.« Sie schüttelte irritiert den Kopf. »Halten Sie mir keine Vorträge. Das stimmt nicht. Ihr eigener Berufsstand lehrt doch, dass der Erwachsene hinter seinem Alter, seinem Verantwortungsgefühl und seiner Moral all die Wünsche des Kindes versteckt. Also versetzen Sie sich zurück. Denken Sie wie damals, nicht wie heute.« Sie funkelte ihn mit rot geränderten Augen an, in denen sich Entspannung und Erschöpfung die Waage hielten. »Sie hatte vollkommen recht«, räumte er innerlich ein. Statt einer Antwort stand er auf und umkreiste sie nervös. »Ich versuch's ja, ich versuch's ja. Mir schwirren alle möglichen Assoziationen durch den Kopf. Aber Brüder, die zusammen aufwachsen, teilen hunderte gemeinsamer Erlebnisse. Ach, was sage ich tausende? Und jetzt soll ich sagen können, was davon bei ihm in diesem Moment den Ausschlag gibt?« »Sie wissen es«, beharrte sie. »Sie sind nur blockiert«, er lächelte. »Das hätte von mir stammen können.« Detective Mercedes Barron hob die Hände ans Gesicht und versuchte, die Erschöpfung wegzureiben. Sie lächelte schwach. »Sie haben recht«, meinte sie. »Tut mir leid, manchmal will ich zu sehr mit dem Kopf durch die Wand.« Ihr Bekenntnis überraschte ihn. »Aber sie liegen gar nicht verkehrt«, antwortete er. »Wahrscheinlich bin ich tatsächlich blockiert.« Er erwiderte ihr Lächeln. Martin Jeffers sah die Polizistin an. Es zog ihm den Magen zusammen, wenn er daran dachte, wie verzweifelt sie sein musste. Ein Moment lang hatte er den Impuls, sie in die Arme zu nehmen, damit sie sich an der Schulter des jeweils anderen ausweinen konnten. Tränen für die Lebenden, Tränen für die Toten, Tränen für sämtliche Erinnerungen. In einer Mischung aus Wut und Trauer über den Grund, der sie zusammengebracht hatte, in diesem kleinen Raum in der ständig wechselnden Welt seines Bruders. Er merkte, wie er schon den Arm ausstrecken wollte, um sie zu berühren, doch im selben Moment zog er seine Hand zurück und steckte sie stattdessen in die Tasche seines weißen Kittels, während er fragte. »Detective, was werden Sie tun, wenn das hier vorbei ist?« Er hielt die andere Hand hoch, um der offensichtlichen Antwort so vorzukommen. »Unabhängig davon, wie es ausgeht.« Sie lachte freudlos. »Ich hab wirklich noch nicht darüber nachgedacht,« gab sie zu und schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich gehe ich wieder zum Dienst wie früher. Mir macht meine Arbeit Spaß, ich mag meine Kollegen, kein Grund daran etwas zu ändern.« Das war zweifellos eine Lüge. Sie glaubte nicht, dass irgendetwas hinterher so sein würde wie vorher. Er nickte. »Bei mir dasselbe.« »Wir lügen gut zusammen,« dachte sie sarkastisch. »Die meisten von uns,« fügte sie hinzu, »haben nicht allzu viele Optionen im Leben, oder?« »Nein,« bestätigte er traurig. »Das stimmt vermutlich.« Doch im gleichen Moment kam beiden derselbe Gedanke. Beide wussten sie von einem Mann, dessen Leben voller Optionen war. Detective Mercedes Barron betrachtete Martin Jeffers und versuchte einen Augenblick lang, sich in seine Lage zu versetzen. Doch als sie die ersten einfühlsamen Ahnungen überkam, panzerte sie sich. »Konzentriere dich,« brüllte sie sich an. »Vergiss nicht!« Sie sah die Falten um die Augen des Arztes, den aschfahlen Ton seiner Haut, und war sicher, dass er sich quälte. »Was mir passiert ist, das ist passiert,« sagte sie sich. »Was mir noch bleibt, ist Gerechtigkeit, und das ist keine Gefühlstuselei, sondern eine Notwendigkeit.« Er lebt immer noch seinen Kummer aus. Sie wollte etwas sagen, doch ihr fiel nichts ein, das angemessen gewesen wäre. Martin Jeffers war sich bewusst, dass zwischen ihnen Stille eingetreten war und dass nicht mehr dieselbe Anspannung herrschte wie zuvor. Er nahm den kostbaren Augenblick wahr und wusste, dass er nicht von Dauer sein konnte. Er lehnte sich zurück und regelte sich. Doch so entspannt er äußerlich wirken mochte, so unbeugsam war er innerlich. »Lass die Falle zuschnappen!« »Hören Sie,« sagte er bedächtig. »Sie haben absolut recht. Wir müssen am Ball bleiben, bis wir rausgefunden haben, wo er hin ist. Möglicherweise steht das Leben eines Menschen auf dem Spiel. Wir wissen es nicht. Ziehen wir die Sache durch, okay?« Detective Barron nickte. »Ich habe mir Folgendes gedacht,« fuhr er fort. Er sah auf die Wanduhr. »Es ist später Nachmittag. Ich setze Sie für eine Stunde oder so an Ihrem Hotel ab. Geben Sie mir nur genug Zeit, um zu duschen und ein bisschen aufzutanken. Dann kommen Sie zu mir nach Hause. Wir trinken etwas, ich krame alles an alten Bildern und Briefen hervor, was ich habe, und wir versuchen dazu, frei zu assoziieren. Wir können auch eine Art Chronologie erstellen. Sie müssen sich meine Lebensgeschichte anhören, aber vielleicht kommt ja was dabei raus, wenn wir gemeinsam überlegen. Außerdem ist es weitaus wahrscheinlicher, dass er bei mir zu Hause anruft, als hier.« Detective Barron dachte über den Vorschlag nach. Der Gedanke, sich heißes Wasser den Körper herunterlaufen zu lassen, war verführerisch. Ein Moment lang schrie eine Stimme in ihr, »Pass auf!« Und sie zwang sich, Martin Jeffers genau zu beobachten. Ihr fiel auf, dass er leicht auf seinem Stuhl wippte. Sie suchte nach Zeichen von Angst, nach nervösen Zuckung, nach irgendwas anderem als der Entmutigung und Erschöpfung, die sich so hartnäckig bei ihr selbst breitmachten. Sie konnte nichts entdecken. »Er hat schon hundert Gelegenheiten gehabt, davonzulaufen«, dachte sie. »Er wird es nicht tun. Nicht, bis er von seinem Bruder hört.« »Fangen wir mit einem klaren Kopf an«, schlug er unverfänglich vor. »Sehen wir einfach, was sich ergibt.« »In Ordnung«, stimmte sie zu. »Ich bin, sagen wir, um halb sieben bei Ihnen?« »Sechs ginge auch«, erwiderte er. »Und wir machen so lange weiter, bis wir zumindest eine relativ klare Vorstellung davon haben, wo wir suchen müssen. Und dann fahren wir los. Die Anstalt kann mich eine Weile entbehren.« »Gut«, sagte sie. Bei dem Gedanken, dass sie handeln statt nur warten würden, war sie so erleichtert, dass sich ihr Körper entspannte. Die Vorstellung, sich endlich wieder Douglas Jeffers an die Fersen zu heften, durchlief sie heiß. Es tröstete sie und machte sie blind für die Tatsache, dass der Bruder des Mörders plötzlich die Augen abwendete und ihren Blick mied. Martin Jeffers fuhr vor Detective Barron's Hotel in Tranton rechts heran. Er nahm den Gang heraus und drehte sich zu ihr um. »Also, was für Sandwiches mögen Sie. Ich komme auf dem Heimweg an einem Feinkostladen vorbei, dann können wir nachher was essen.« Sie öffnete die Wagentür und setzte einen Fuß auf den Bürgersteig. »Egal«, meinte sie. »Rosebeef, Käse mit Schinken oder auch Thunfisch. Kein Corned Beef. Ein protestantisches Sandwich sozusagen. Kein Senf, viel Mayonnaise.« Er lachte. »Und irgendein Salat, falls es einen gibt.« »Kein Problem«, er sah auf die Uhr. »Also, sagte er. Kommen Sie um sechs, sehen wir zu, dass wir die Sache ins Rollen bringen.« Sie nickte. »Keine Sorge, bis dann.« »Ja«, erwiderte er. Er sah ihr hinterher, bis sie durch die Eingangstür in der Lobby verschwand. Die Banalität seines Plans, vermutete er, war wohl das starkste Element daran. Sie war so auf den Gejagten fixiert und auf das Böse, das er verkörperte, dass sie die viel banalere Möglichkeit außer Acht ließ. Der Bruder könnte sie hinters Licht führen wollen. Tritt zur Obsession noch Erschöpfung hinzu, muss man mit Überraschungen rechnen. Ein Moment lang bereute er seinen Verrat. »Sie bringt mich um«, dachte er. Als nächstes wurde ihm bewusst, dass die Redewendung, die ihm automatisch in den Sinn gekommen war, durchaus wörtlich zu nehmen sein könnte. Sie könnte es tatsächlich tun. »Nun mach aber mal einen Punkt«, wies er sich zurecht. Er fuhr aus der Parklücke auf die Straße, nicht erst nach Hause. »Du musst dich nicht umziehen oder dir die Zähne putzen, oder weiß der Himmel was. Fahr los, und zwar jetzt.« Er ließ vernehmlich die Luft aus seiner Lunge entweichen und dachte an sein Reiseziel. »Wenn ich mich beeile, erwische ich vielleicht noch die letzte Fähre.« Er konnte die Vorstellung nicht abschütteln, wie die Polizistin reagieren würde, wenn sie sein Verschwinden entdeckte. Er rechtfertigte sein Verhalten. »Hier geht es darum, Leben zu retten. Das meines Bruders. Das der Polizistin. Meins.« »Trotzdem«, dachte er wieder, »wird sie wütend genug sein, um mich auf der Stelle zu erschießen, sobald sie mich wieder sieht.« Es kam ihm nicht in den Sinn, dass sein Bruder vielleicht dasselbe dachte. Martin Jeffers verbannte die Zweifel aus seinem Kopf und kämpfte sich, so schnell er konnte, durch den Spätnachmittagsverkehr. Detective Mercedes Barron trat nackt aus der Dusche und trocknete sich ab. Nachdem sie ihre Haut rot gerubbelt hatte, wickelte sie sich das weiße Badetuch ums Haar und ließ sich aufs Bett fallen. Das prasselnde Wasser, aber auch der kurze Moment, den sie mit sich allein sein konnte, hatten sie erfrischt. Sie regelte sich und spürte, wie sich ihre Muskeln dehnten und entspannten. Sie legte sich auf den Rücken und strich sich mit den Händen über den Körper. Sie fühlte sich wund, als wäre sie in einen Unfall oder Kampf verwickelt gewesen und hätte dabei innere Verletzungen davongetragen, die sich unter der Haut verbargen. Sie schloss die Augen und merkte, wie eine bleierne Müdigkeit an ihr zerrte. Sie wehrte sich dagegen und machte erst ein Auge, dann das zweite auf. Sie blinzelte ein paar Mal kräftig, um ihrem Körper die Forderung nach Ruhe auszutreiben. Sie redete sich gut zu und beschwor die letzten Reste Energie, die sie noch in Nerven, Muskeln und grauen Zellen hatte, ihr noch ein Weilchen zu gehorchen. Dann würden sie bekommen, was sie brauchten. Und zwar reichlich. Nur jetzt noch nicht. Sie nahm alle Willenskraft zusammen und richtete sich auf. In geradezu preußischer Disziplin schleuderte sie ihren Armen und Händen Befehle entgegen. »Hol frische Kleider! Zieh sie an! Sieh zu, dass du rauskommst!« Immer noch im Zwist mit ihrem widerstrebenden Körper zog sie Jeans und Sportsshirt an. Sie nahm sich Zeit für eine ordentliche Frisur und ein bisschen Make-up. Sie hatte das Bedürfnis, nicht gar so mitgenommen auszusehen, wie sie sich fühlte. Sie weigerte sich, der Frustration nachzugeben. Schließlich sah sie in den Spiegel. »Naja«, dachte sie trotzig. »Vielleicht nicht gerade die frischste, aber zumindest bereit zu gehen.« Sie warf einen Blick auf die roten Ziffern des Digitalweckers auf dem Nachttisch. »Dann bin ich eben ein bisschen zu früh dran«, dachte sie. »Dann machen wir uns eben um so schneller an die Arbeit.« Sie fuhr langsam durch die länger werdenden Schatten, ließ die Kleinstadt hinter sich und manövrierte sich durch den Vorstadtverkehr bis zum Wohnhaus des Arztes in Pennington. Sie musste an John Barons Meinung über New Jersey denken. Er hatte den Bundesstaat immer geliebt, weil kein anderer so viele gegensätzliche Lebensformen in sich vereinte. Das arme, heruntergekommene Newark gegen den unglaublichen Reichtum von Princeton. Das schillernde Asbury Park und das ländliche Flemington. Es war ein Bundesstaat, der sich in einigen Regionen in einer außergewöhnlichen Schönheit zeigte und in anderen Gegenden in ebensolcher Hässlichkeit. Sie ließ den Blick schweifen, bis er auf der Allee zwischen den sanften Hügeln ruhte. »Das hier«, dachte sie, »ist der schöne Teil.« Sie bog vom Highway Richtung Pennington ab. Vor ihren Augen spielte sich die abendliche Vorstadtroutine ab. Väter, die in Anzug und Krawatte nach Hause kamen, Kinder, die auf den Bürgersteigen und in den Garten spielten, Mütter, die Essen kochten. Es machte sie irgendwie gereizt. Es schien zu normal, eine zu heile Welt. Detective Barron entdeckte zwei junge Mädchen, die an einer Straßenecke in typischer Teenager-Konspiration die Köpfe zusammensteckten und miteinander kicherten. »Aber ihr seid nicht in Sicherheit«, musste sie plötzlich denken. Es krampfte ihr das Herz zusammen. Sie hatte das übermächtige Bedürfnis, anzuhalten und diesen ganzen glücklichen Menschen zuzurufen, »Ihr wisst es nicht! Ihr versteht einfach nicht! Keiner von euch ist sicher!« Sie atmete langsam aus und bog in Martin Jeffers Straße ein. Sie hielt auf der anderen Straßenseite und sah sich kaum um. Sie wollte sich dieses unbeschwerte Glück nicht länger antun. »Schluss mit Norman Rockwell«, sagte sie sich. »Zurück zu Salvador Dali«. Sie stieg aus und hielt Jähen. Sie bekam eine Gänsehaut. »Hier stimmt etwas nicht«, dachte sie. »Hier ist etwas durch und durch faul.« Hier drehte sich der Kopf. »Er ist hier!« Sie sah sich gehetzt um, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Sie machte sich klar, dass sie sich ausgesprochen paranoid benahm, doch sie suchte trotzdem die zur Straße gelegenen Fenster ab und spähte nach einem Augenpaar, das seinen Blick in sie bohrte. Sie sah keins. Sie ging sehr langsam und wechselte dabei ihre Tasche nach rechts. So unauffällig wie möglich fasste sie mit der Hand unter die braune Lederklappe. Die neun Millimeter füllte fast die ganze Tasche aus. Sie packte den Griff. Sie bekam Panik. Ist sie geladen? Sie konnte sich nicht erinnern. Sie entsicherte die Waffe. »Geh vorsichtshalber davon aus, dass keine Patrone in der Kammer steckt. Spann für alle Fälle den Hahn.« »Du bist verrückt. Hier ist alles in bester Ordnung. Aber schieb vorsichtshalber trotzdem eine Ladung ein.« Sie hielt weiterhin den Kolben fest, lud durch und machte die Waffe schussbereit. Sie spürte, wie sich die Härchen auf ihren Armen aufstellten. Sie fühlte sich wie ein Hund, dem sich angesichts eines ungewöhnlichen Geruchs das Fell sträubt, ohne dass er begreift, worin die Gefahr eigentlich besteht. Er verlässt sich einfach auf seinen jahrhunderte alten Instinkt. Sie blickte zu Martin Jeffers Wohnung hinüber. Sie merkte, wie ihr der Mund trocken wurde. »Wo ist sein Wagen?« schrie es in ihrem Kopf. Sie machte einen Schritt zur Seite, dann noch einen und spähte in die Einfahrt. Kein Auto. Sie kehrte auf die Straße zurück, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Kein Auto. »Wahrscheinlich ist er gerade zum Feinkostladen unterwegs. Weiter nichts.« Doch jede Faser ihres Seins schleuderte ihr entgegen. »Du machst dir etwas vor.« Sie vergewisserte sich, dass sie die Pistole bei Bedarf mühelos aus der Tasche ziehen konnte. Sie ging zur Haustür und trat ein. Was sie sah, ließ ihr das Herz in die Magengrube sinken. Martin Jeffers Post lag vor seiner Wohnungstür auf dem Boden. »Nein«, dachte sie. »Nein«. Sie trat an die Tür und zog die Pistole. Mit der freien Hand klopfte sie an den Rahmen. Es kam keine Antwort. Sie wartete und klopfte erneut. Auch diesmal nichts. Als sie zur Tür hinauskam und um das Haus herumging, gab sie sich keine Mühe, die Waffe zu verbergen. Sie starrte in die Fenster und blieb an demjenigen stehen, durch das sie, vor einer Ewigkeit wie ihr schien, eingebrochen war. Nirgends bewegte sich etwas in der dunklen Wohnung. Wieder lief sie zum Vordereingang hinein und klopfte an. Wie zuvor schlug ihr Stille entgegen. Sie trat zurück und starrte auf die verschlossene Wohnungstür. Es erschien ihr symbolisch. »Ich bin ausgeschlossen.« »Ich hätte es wissen müssen. Ich habe gewusst, dass er mich ausschließen wird. Ich habe es nur nicht wahrhaben wollen.« »Sie sind Brüder.« Dann sagte sie auf der Treppe zum nächsten Stockwerk zusammen. »Er ist verschwunden,« sagte sie sich nüchtern. »Er weiß es, und er ist verschwunden.« Für einen Moment wallte die Wut in ihr auf, doch sie verflog so schnell, wie sie kam. Sie empfand nichts als eine große, graue Wolke der Niederlage und die blanke Verzweiflung. Auf der Route 95 hatte sich nicht weit von Mystic Connecticut ein Sattelschlepper quergestellt und einen zehn Kilometer langen Stau verursacht. Martin Jeffers wandte sich auf seinem Sitz um, während sein Gesicht von den gelben und blauen Signallampen des Abschlepp- und des Streifenwagens der Staatspolizei erleuchtet wurde. Alle paar Sekunden blinkten die Rücklichter des Wagens vor ihm auf, und er musste auf die Bremse treten. Er hasste die Blockade, die dem gewaltigen Ansturm der Erinnerungen aus den tiefsten Winkeln seines Unterbewusstseins Einhalt gebot. Er versuchte, an die guten Erlebnisse zu denken, die sie miteinander verbanden, Momente, von denen die Beziehung zwischen den Brüdern zehrte. Eine Nacht beim Camping, das Basteln an einem Baumhaus, eine stockende, peinlich bemühte Unterhaltung über Mädchen, Bekenntnisse über Masturbation. Bei dem Gedanken schmunzelte er. Doug bekannte sich grundsätzlich zu gar nichts, hatte aber stets den Rat eines versierten Fachmanns Parat, egal zu welchem Thema. Er erinnerte sich an eine Begebenheit, als er sechs oder sieben Jahre alt gewesen war und ihm andere Jungen aus der Nachbarschaft bis an die Zähne mit Schneebällen bewaffnet aufgelauert hatten. Er hatte vor den Geschossen und den Hänseleien nicht schnell genug flüchten können. Es war eine harmlose Herausforderung gewesen, die nichts mit Rivalität oder Feindseligkeit zu tun gehabt hatte, sondern nur mit fünfzehn Zentimetern Neuschnee und mit dem Umstand, dass sie deshalb schulfrei hatten. Doug hatte sich seine Geschichte mit der Attacke aus dem Hinterhalt angehört, sich dann seelenruhig Schal, Wintermantel sowie Stiefel angezogen und war mit ihm im Schlepptau zur Hintertür hinaus marschiert. Dort hatte sein Bruder ihn um die Veranda, dann um den Block und schließlich wieder zurück, damit jedoch hinter die feindlichen Linien geführt, wo sie die letzten fünfzig Meter im Schutz einer weißbegrönten Hecke auf dem Bauch gekrochen waren. Ihr strategisch durchgeführter Einsatz hatte mit einem glänzenden Sieg Weg geendet. Zwei volle Schneeladungen explodierten exakt in den Gesichtern der Peiniger, bevor sie die geringste Ahnung hatten, woher die Granaten kamen. Schon damals, musste Martin Jeffers plötzlich denken, verstand es Doug einem Opfer aufzulauern. Er blickte nach vorne in orange leuchtendes Licht. Ein Vertreter der Staatspolizei winkte mit einer Taschenlampe energisch die Wagenkolonne durch. Dennoch fuhren einige Autos langsamer, um einen Blick auf das Wrack zu erhaschen. »Katastrophen üben auf uns alle eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus«, dachte Martin Jeffers. »Wir verrenken uns den Hals, um einen Albtraum zu sehen. Wir fahren extra langsam, um das Elend genauestens zu inspizieren.« Er wünschte sich plötzlich frei von Neugier zu sein. Doch das war er nicht. Auch er drosselte das Tempo, als er vorbeifuhr und sah für den Bruchteil einer Sekunde eine reglose, mit einem Tuch bedeckte Gestalt am Boden liegen. »In grauer Vorzeit«, sagte er sich, »wäre ein Wanderer angesichts eines solch ungünstigen Omens umgekehrt und hätte dem Himmel dafür gedankt, dass er ihn vor der drohenden Tragödie mit einem solchen Zeichen warnte. Aber ich bin ein moderner Mensch. Ich bin nicht abergläubisch.« Er fuhr weiter. Er sah auf die Armbanduhr und wusste, dass er die letzte Fähre nach Woods Hole verpassen würde. »Verdammt«, fluchte er, »ich muss das erste Boot morgen früh erwischen.« Er hoffte, dass es immer noch um sechs Uhr fuhr. Ein Moment lang spielte er mit dem Gedanken, Detective Baron anzurufen, sobald er an Bord war. Nicht, um mir zu verraten, wo er war, sondern um sich bei ihr zu entschuldigen und ihr zu erklären, dass er nur tat, was er tun musste, was ihm Fleisch und Blut befahlen. Er wollte, dass sie ihm verzieh. Er wollte, dass sie sich selbst verzieh. Sie wird sich vorwerfen, dass sie mich aus den Augen gelassen hat, und wenn auch nur für wenige Minuten. Sie sollte sich klarmachen, dass es ein Dutzend Gelegenheiten gab, bei denen ich sie hätte im Stich lassen können. Er wusste genau, dass diese Art von Erklärungsversuchen sie in Rage versetzen würde. »Nun ja«, dachte er, »mit New Hampshire hast du verkehrt gelegen. Vielleicht irrst du dich auch mit Fingerpoint.« Der Kopf gaukelt dem Herzen etwas vor. »Vielleicht ist er nicht da«, sagte Martin Jeffers laut. »Vielleicht blamiere ich mich nur, wenn ich an die Tür von Feriengästen klopfe, die mich für verrückt halten müssen, und das war's dann auch.« Detective Barron verschwand hinter den Gedanken an seinen Bruder. Ihm war fast schwindelig von den widerstreitenden Gefühlen. Einerseits wollte er seinen Bruder stellen, und andererseits hoffte er, es bliebe ihm erspart. Es war vollends Nacht geworden, und er fühlte sich so allein wie seit jener Nacht in New Hampshire vor über drei Jahrzehnten nicht mehr. Detective Mercedes Barron blieb wie angewurzelt auf der Treppenstufe vor Martin Jeffers Wohnung sitzen, bis es dunkel wurde. Sie kämpfte mit ihren eigenen Erinnerungen. An ihren Mann, ihre Nichte. Sie hatte ein Bild von Susan vor Augen, aber nicht von der Susan, die man stranguliert und vergewaltigt im Dickicht des Naturparks gefunden hatte, sondern von der Susan, die zum Abendessen zu ihr kam. Die laute Musik anmachte und dazu durch die Wohnung tanzte. Der Susan, die kaum wusste, wohin mit ihrer überschießenden Lebenskraft. Das Bild verblasste, und sie sah das kleine Mädchen vor sich. Ganz in rosa gekleidet und mit Schleifchen geschmückt, das ihr zur Begrüßung entgegenrannte und ihr wenigstens für einen Moment das Gefühl gab, dass sie rückhaltlos geliebt wurde und dass die Welt in Ordnung war. Sie dachte an John Barron. Sie dachte an John Barron, der mitten in der Nacht zu ihr herüberrollte und Zärtlichkeiten schenkte. Und dann das vertraute, warme Gefühl, ihn in sich zu spüren. Hätte ich es nur geahnt, dachte sie. Hätte mir nur jemand gesagt, genieße jeden Augenblick, denn eure Zeit ist kurz. Sie sah sich selbst als Kind an der Hand ihres Vaters. Sie starrte auf die dunkle Tür zu Martin Jeffers Wohnung. Also, forderte sie sich auf, benutze ein bisschen von der Logik deines Vaters. Es ist das Einzige, was er dir vermachen konnte. Sie hat dir schon des Öfteren geholfen. Was würde er tun? Gut, fing sie an. Gehen wir es ganz schlicht und einfach an. Er hat gesagt, treffen wir uns bei mir. Gelogen. Eine prächtige Lüge, musste sie denken. Harmlos, gutartig, besonders die Sache mit den Sandwichs. Er hatte die Vertrautheit der letzten Tage gegen sie benutzt. Aber wo hatte die Lüge angefangen? Sie ging noch einmal ihr letztes Treffen in seinem Sprechzimmer durch. Er ließ sich nicht anmerken, dass irgend etwas anders war. Doch das war offensichtlich der Fall. Er hatte keine Anrufe und auch keine Post bekommen. Ebenso war er eindeutig nicht erst zu Hause gewesen und hatte dann beschlossen, wegzufahren. Die Entscheidung musste vielmehr bereits gefallen sein, bevor sie in seinem Büro zusammensaßen. Sie spielte die Situation noch einmal durch. Nein, da hatte er nichts von Douglas Jeffers gehört. Also musste es etwas sein, das ihm wieder eingefallen war. Sie lehnte sich in der Dunkelheit zurück und überlegte angestrengt. Er hatte erst Einzelsitzungen und dann diese verdammte Perversengruppe gehabt. Dann ist er in sein Büro zurückgekommen und hat angefangen zu lügen. Und danach ist er verschwunden. Sie saß plötzlich kerzengerade und stand auf. Sie fing an, im Eingangsflur auf- und abzulaufen, während sie sich mit aller Macht konzentrierte. Durch diese Fokussierung fiel die Müdigkeit von ihr ab und sie merkte, wie ein Adrenalinstoß ihr frische Kräfte verlieh. Zurück zu deinem Fall, dachte sie. Du arbeitest wieder an deinem Fall. Geh wie eine Polizistin vor, verflucht noch mal, auch wenn du jetzt zwei Leute jagst. Also gut, sagte sie laut. Fang an der Anstalt an, bei den Patienten, mit denen er zu tun gehabt hat. Besorg dir eine Liste von seiner Sekretärin. Wenn sie sich weigert, sie dir zu geben, musst du sie eben stehlen. Die letzten Worte halten durch den Flur. Sie atmete heftig ein. Wieder sah sie ihre Nichte, ihren Mann, ihren Vater. Sie lächelte und schob die Gedanken aus ihrem Kopf. An die Arbeit, befahl sie sich. Die Bilder ihrer toten Verwandten ersetzte sie durch die von Martin und Douglas Jeffers. Ich komme, dachte sie. Ich bin immer noch hinter euch her. Die erste blasse Morgendämmerung wehte über den Bug der Fähre, und Martin Jeffers stand in der morgendlichen Kälte. Er zog die Aufschläge seines Arztkittels hoch und trotzte der Brise. Meilenweit nichts als grau-grün glitzernder Ozean. Er drehte sich in den Wind und sah, wie in der Ferne die Insel auftauchte. Er sah die an der Küste aufgereihten schmucken Sommerresidenzen und dann, doch ein Stück weiter weg, schimmernd weiß, die Anlegestelle Vineyard Haven, die die Fähre ansteuerte. Die Sonne spiegelte sich auf einer Reihe Treibstofftanks in der Nähe des Piers. Im Hafenbecken selbst schaukelten dutzende Segelboote an ihren Liegeplätzen. Er dachte an das leise Klatschen kleiner Wellen am Rumpf eines Segelbootes. Die Fähre glitt zügig durch die morgendliche See. Als sie fast den Anleger erreicht hatte, ließ sie heiseres Dröhnen erscheinen. Martin Jeffers sah, wie einige der Passagiere bei dem Laut zusammenzuckten. Die Fähre kam mit einem Ruck zum Stillstand und die riesigen Dieselmotoren hieften den Bug auf den Pier. Als die Gangways heruntergelassen wurden und die Passagiere sich anschickten, von Bord zu gehen, herrschte ein Moment Stille. Martin Jeffers drängte sich durch die Menge der Frühaufsteher. Die Schlange der Fahrzeuge, die auf die Fähre wollten, reichte bis auf die Straße. Es erinnerte Jeffers daran, dass der Sommer fast zu Ende war. Die Fähre, die ihn zur Insel brachte, war ziemlich leer. Auf dem Rückweg zum Festland würde sie sich füllen. Er verließ das Schiff und ging über den Ladebereich, am Fahrkartenverkauf vorbei. Es ist noch so wie damals, dachte er, aber auch wieder anders. Mehr Häuser, neue Geschäfte, ein neuer Parkplatz, aber dennoch im Prinzip wie vor all den Jahren. Ich dachte, ich würde nie wieder herkommen. Er versuchte, die Jahre zu zählen, gab aber auf. Er wusste, dass das Haus noch da sein würde, genauso wie damals, am Teich, auf der anderen Seite der Insel. Er ließ den Blick über die Menschen und Fahrzeuge schweifen. Es ist zweifellos immer noch wild und einsam. Es ist sicher noch so wie früher. Dieser Schluss basierte nicht so sehr auf Tatsachen wie auf dem überwältigenden Gefühl der Vertrautheit. Er war, dachte er, der beste, schlimmste Ort. Er dachte an das, was die Lost Boys ihm geraten hatten. Er war an den Ort zurückgekehrt, an dem er ihrer Meinung nach suchen musste. Suchen Sie nach einem Tod. Nun denn, sagte er sich, da bin ich. Er lief eilig über die Straße zum Mietwagenverleih der Insel und warf jeden überflüssigen Gedanken über Bord, bis nur noch die hartnäckige Sorge blieb, er könnte Recht behalten. Der Angestellte aß gerade einen Donut und schlürfte an seinem Kaffee. Wie kann ich Ihnen helfen? Martin Jeffers, ich habe gestern Abend bei der Spätschicht einen Wagen reserviert. Ah, hab halt früh den Zettel von meinem Kollegen gefunden. Auf der ersten Fähre, ja? Sie sagen, Sie brauchen den Wagen für ein paar Tage, richtig? Kurzurlaub? Nein, geschäftlich. Könnte schnell erledigt sein, könnte sich aber auch ein bisschen hinziehen. Wir müssten den Wagen nur bis Freitag zurückhaben. Labor Day-Wochenende, wissen Sie? Alles ausgebucht, bis zur letzten Nuckelpinne. Kein Problem, log Jeffers. Haben Sie für die Unterlagen eine Anschrift auf der Insel? Er zögerte. Sicher. Chilmark. Draußen am Kwan-Zu. Tut mir leid, kein Telefon. Aber der beste Strand, kann man wohl sagen. Ich bin nicht allzu oft da unten, erzählte der Mann, während er das Formular ausfüllte. Bin kein großer Schwimmer, deshalb machen mir die Wellen und die Unterströmung eine Heidenangst. Die Surfer lieben es da natürlich. Sie sind aber kein Surfer, oder? Nein. Gut. Die Jungs mieten ständig unsere Autos und versuchen damit, auf den Strand rauszufahren. Dann bleiben sie stecken und am Ende ist das Getriebe und sonst was im Eimer. Der Mann nahm ein Schlüsselbund, das hinter ihm an der Wand hing. Brauchen Sie eine Karte? fragte er. Nein, es sei denn, es hätte sich in den letzten Jahren stark verändert. Tut's doch immer. So ist das Leben nun mal. Die Straßen aber nicht, falls Sie das meinen. Damit schob der Angestellte Martin Jeffers ein Formular zur Unterschrift hin. Alles klar. Es ist der weiße Chevy direkt vor der Tür. Bringen Sie ihn bitte vollgetankt zurück, okay? Vor Freitag. Also bis dann. Martin Jeffers fuhr los und kämpfte sich durch den immer dichter werdenden morgendlichen Verkehr. Ihm wurde bewusst, dass seine Pläne lediglich bis zu dem Punkt führten, an dem er vor dem Haus vorfuhr und klingelte. Was willst du den Feriengästen sagen? fragte er sich. Was willst du ihnen erzählen? Entschuldigen Sie, Madam oder Sir, aber Sie haben wohl nicht zufällig einen Mann gesehen, der meiner Wenigkeit ähnlich sieht und eine Blutspur hinter sich herzieht? Was kannst du anderes sagen als die Wahrheit? Das war ein Ding der Unmöglichkeit, wurde ihm klar. Diese Wahrheit war so weit von der Normalität entrückt, dass sie an einem spätsommerlichen Tag morgens um acht zwischen einem gemütlichen Frühstück und dem Aufbruch zum Strand niemand begreifen würde. Dann sag ihm doch einfach, er ist verschwunden und du versuchst ihn zu finden. Sag ihnen, er litte an Bewusstseinsspaltung und schwanke zwischen zwei Erinnerungspolen hin und her, nicht ganz klar im Kopf. Versichere ihn, er sei harmlos. Behaupte, du machst dir Sorgen. Erzähl ihnen irgendwas. Jede Version, die er sich zurechtlegte, klang gleichermaßen weit hergeholt. Sag ihnen einfach, du suchst deinen Bruder und ihr hättet mal in diesem Haus gewohnt, deshalb hättest du gedacht, er könnte vielleicht dort sein. Sag ihnen, was sie hören wollen. Das wird schlechterdings nicht möglich sein, räumte er ein. Dabei wurde ihm bewusst, dass eine peinliche Situation wohl bei weitem das geringste Übel war, mit dem er rechnen musste. Die Sonne stand höher und er fuhr im Licht gesprengelten Schatten der Bäume über Land. Er ließ sich von seinem Unterbewusstsein leiten. Die Entfernungen schienen seltsam verändert, zuerst größer, dann kleiner. Er sah Häuser, an die er sich erinnern konnte und andere, die neu für ihn waren. Es freute ihn, dass der gebrauchtwarenladen in dem winzigen Nest West-Tisbury unverändert war. Er ließ ihn hinter sich und bog in die nächste Abzweigung ein. Er fuhr weiter auf altvertrauten Pfaden. »Das Krankenhaus liegt irgendwo in dieser Richtung«, dachte er, »aber wir hatten es nicht eilig, weil es keine Hoffnung mehr gab.« Er erkannte die große, sandige Einfahrt zu der Straße, die er suchte, auf der rechten Seite und fuhr langsamer. Er war überrascht, dass er sie gefunden hatte, und ebenso erstaunt, dass sie noch so aussah wie damals. Er zögerte nur einen kurzen Moment, bevor er die Abzweigung nahm und weiterfuhr. Auf dem unbefestigten Weg wurde der Mietwagen durchgeschüttelt, und er hörte, wie die Brombeerbüsche an der einen Seite den Lack zerkratzten. Er erinnerte sich daran, wieso man den Weg in diesem Zustand beließ. Die Leute, die dort unten wohnten, wollten sich neugierige Touristen vom Halse halten. Er stieß auf eine Unebenheit und hörte, wie er mit dem Unterboden heftig auf Gesteinsbrocken aufschlug. »Vor denen musste man sich schon immer in Acht nehmen«, dachte er. Er war mehrere Meilen weit gefahren, als er die farbigen Wegweiser erreichte. Er beachtete sie kaum. Selbst nach so vielen Jahren wusste er, welchen Pfad er nehmen musste. Er fühlte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte, während er zwischen den überhängenden Ästen weiterfuhr. »Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal herkommen würde«, dachte er zum tausendsten Mal. Er ließ die Bäume hinter sich und sah den Teich links von der Straße. Am Horizont konnte er gerade noch das Glitzern der Sonne auf dem Ozean erkennen. Auf dem Teich glitt bereits ein halbes Dutzend leuchtende, dreieckige Segel Richtung Strand. Er spähte zu einem Farmhaus ein paar hundert Meter hinter dem Teich hinüber. »Der alte Johnson«, dachte er schmunzelnd. »Der alte Bastard! Ob er immer noch auf Jugendliche schießt, die über die Sanddünen fahren?« Er hielt an und kurbelte das Fenster herunter. In der Ferne hörte er die Brandung und er fragte sich, wie ein so heftiges, unablässiges Geräusch so besänftigend sein konnte. Er blickte geradeaus und entdeckte das Haus am Weg. Der beste, schlimmster Ort. Er schloss die Augen und versuchte, sich eine Erklärung zurechtzulegen, kam aber zu dem Schluss, dass er sich einfach auf die Inspiration des Augenblicks verlassen musste. Am wichtigsten ist es, dachte er, offen und freundlich und nicht bedrohlich zu wirken. Sorg einfach dafür, dass du einen Fuß in die Tür bekommst, und dann sehen wir weiter. Er fuhr die letzten hundert Meter und bog in eine kleine Einfahrt ab. Er stieg aus und starrte auf das Haus. Er registrierte, dass es neue, graue Schindeln hatte. Ein paar Fensterschienen ausgetauscht worden zu sein. Es war ein niedriges, eingeschossiges Gebäude im alten Cape-Stil, mit dem Eingang zur Straße und der Rückseite zum Teich und zum Meer. Fingerpoint, dachte er. Die Landzunge ragt in den Teich hinein und weist Richtung Meer. Nicht gerade eine fantasievolle Bezeichnung für das Anwesen, aber eine treffende. Er blickte über das Seegras, das die Fläche bis zum Grundstück des alten Johnson überzog, und sich nun in einer Brise wiegte und erinnerte sich, wie er durch das Gras gerannt war, so dass ihm die scharfen Ränder der Halme in die Haut schnitten. Er hatte es ignoriert und alles daran gesetzt, mit seinem Bruder Schritt zu halten. Er schloss die Augen und spürte die heiße Sonne auf Kopf und Schultern. Ein Moment lang kam er sich vollkommen töricht vor. Dann geriet er für Sekunden in Panik. Er wäre am liebsten wieder ins Auto gestiegen und weggefahren. Er ist nicht da, dachte er. Er ist unauffindbar, irgendwo in Amerika und tut schreckliche Dinge. Er ist für immer verschwunden. Dreh dich einfach um und denk nie wieder an ihn. Er wusste, dass das unmöglich war und öffnete die Augen. »Du hast es bis hierher geschafft, ohne umzukehren. Dann kannst du dich ebenso gut vollends zum Deppen machen.« Er ging zur Haustür und klopfte laut an. »Tut mir leid,« probte er schon mal in Gedanken. »Hoffentlich habe ich niemanden aus dem Bett geholt.« Drinnen hörte er Schritte. Dann öffnete sich die Tür. »Es war eine junge Frau, hübsch, Anfang zwanzig«, schätzte Jeffers, mit blondem Haar, das sich von ihrem schwarzen Arbeitsoverall abhob. »Entschuldigen Sie,« fing Martin Jeffers an. Er fand ihre Kleidung für einen Sommermorgen ungewöhnlich, doch ihm blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. »Ich weiß, es ist früh und es tut mir furchtbar leid, sie zu belästigen, aber...« Weiter kam er nicht. Die junge Frau starrte ihn mit aufgerissenen Augen an, als sei sie von seiner Erscheinung schockiert. Er sah, wie sie sein Gesicht genau studierte. »Es tut mir leid,«, setzte er wieder an. »Aber wieso denn?« erhob sich eine schreckliche, spöttische, durch- und durchvertraute Stimme hinter ihm. Die Lost Boys versammelten sich nach und nach im sonnendurchfluteten Tagesraum und nahmen ihre gewohnten Plätze ein. Das taten sie ohne nachzudenken und um den Zeitplan der Anstalt einzuhalten, der ihnen sagte, dass sie zu ihrer Therapiesitzung in diesem Moment in diesem Raum zusammenkommen mussten. Abweichungen von der täglichen Routine wurden nicht geduldet. Also gingen sie hinein, auch wenn sie wussten, dass heute an Routine von vornherein nicht zu denken war. Sie waren alle genügend mit der Bürokratie vertraut, um zu begreifen, dass es zwar keine Sitzung geben würde, dass sie aber trotzdem zu erscheinen hatten, bis sie ausdrücklich weggeschickt wurden. Sie wussten, dass Martin Jeffers nicht da sein würde, denn das hatte er ihnen selbst gesagt. Sie wussten, dass ihre Zusammenkunft darin bestehen würde, nebeneinander zu sitzen, während ein anderer Arzt die Gruppe als Vertretung übernahm. Ebenso wussten sie, dass sie dem neuen Arzt nichts erzählen würden. Sie warteten, rauchten und redeten leise miteinander, während sie mit einiger Neugier darauf warteten, was passierte. Sie waren bis auf den letzten Mann schockiert, als Detective Barron hereinspazierte. Kaum hatte sie den Raum betreten und die Männer zum Verstummen gebracht, ließ sie den Blick mit steinerner Miene über die Runde schweifen. Das sind meine natürlichen Feinde, dachte sie. Sie spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam. Absolut kein Laut war zu hören. Sie wartete einen Moment, dann ging sie zu einem Stuhl vor der Gruppe. Sie fühlte alle Blicke auf sich gerichtet. Die Männer wussten zwar nicht, wer sie war, doch Detective Barron spürte sofort, dass die Lost Boys ihr vom ersten Augenblick an einen abgrundtiefen Hass entgegenbrachten. Und sie ihnen. Sie drehte sich zu der Gruppe um. Langsam und mit einer übertriebenen Geste griff sie in ihre Tasche und zog ihre goldene Dienstmarke heraus. Sie hielt sie in die Höhe, sodass alle sie sehen konnten. Sie blitzte in der Sonne auf. Ich heiße Mercedes Barron, stellte sie sich in festem Ton vor. Detective, Kripo Miami. Sie legte eine Pause ein. Hätte ich in ihren Fällen ermittelt, wären sie für lange Zeit hinter Gitter gekommen. Sie sagte das in sachlich kühlem Ton. Die Männer im Raum blieben still. Sie hegte kaum Zweifel daran, dass sie ihre Worte auf sich wirken ließen. Und jetzt, dachte sie, verpass ihnen einen Tritt vors Schienenbein. Ihr regulärer Gruppenleiter ist Dr. Martin Jeffers. Er hat die Anstalt gestern Nachmittag plötzlich verlassen. Kurz nach dem Treffen mit ihnen... Sie schwieg. Wo ist er? Der Raum brach in ein vieltöniges Stimmgewirr aus. Die Männer steckten die Köpfe zusammen und alle redeten auf einmal. Sie hob die Hand und die zwölf Augenpaare wandten sich ihr wieder zu. Wo wollte er hin? Erneut flackerte das Gemurmel auf. Doch wenig später herrschte angriffslustiges Schweigen. Schließlich machte ein Mann, ein pockennarbiger, stämmiger Mann mit verächtlichem Grinsen den Mund auf und versetzte... »Sie können uns mal, Lady!« »Wie heißen Sie?« »Milla.« »Haben Sie nicht, wenn diese kleine Sommerfrische hier vorbei ist, noch einiges abzusitzen, Miller? Wie würde es Ihnen im Hochsicherheitstrakt gefallen?« »Das kriege ich schon geregelt«, erwiderte Miller. »Will ich für Sie hoffen.« Wieder trat Stille ein, bis ein kleiner, rundlicher Mann Detective Barron zuwinkte. Sie nickte in seine Richtung und er fragte in sarkastisch-weibischem Ton »Wieso sollten wir Ihnen helfen, Detective?« »Wie heißen Sie?« »Steel«, antwortete er. »Für meine Freunde Petey.« »Wenn du welche hättest«, warf eine andere Stimme ein. Sie konnte nicht sehen, wer, doch sie musste sich zwingen, nicht zu grinsen. Es erhob sich verhaltenes Lachen im Raum. »Na schön, Stille. Ich will Ihnen sagen, weshalb Sie mir helfen sollten. Weil Sie alle Kriminelle sind. Und was glauben Sie wohl, wer zum Teufel der Polizei hilft? So läuft es nun mal, wissen Sie? Böse Jungs wissen, wo andere böse Jungs stecken.« »Wollen Sie damit etwa sagen, der Doktor wäre ein böser Junge?« Die Frage kam von Brian. »Nein, das will ich durchaus nicht. Aber er ist auf der Suche nach jemandem, der richtig böse ist.« »Nach wem?« Das waren Senderling und Knight gleichzeitig. Sie zögerte. »Nun ja, wieso eigentlich nicht?« »Wenn Sie mir helfen, dann sage ich es Ihnen. Wir müssen uns nur darauf verständigen.« Sie schaute sich im Zimmer um. Sie sah, wie die Männer die Köpfe zusammensteckten. »In Ordnung«, verkündeten Knight und Senderling im Korps. »Wir werden Ihnen helfen.« Sie lachten. »Haben ja nichts zu verlieren.« »Außer vielleicht das Vertrauen des Doktors«, stammelte Wasserman. Die Männer schienen nachdenklich. »Was springt für uns dabei raus?«, wollte Miller wissen. »Nichts handfestes. Sie erfahren nur ein bisschen. Informationen sind immer was wert.« Miller schnaubte. »Sie sind wie jeder andere Cop, auch wenn Sie nicht so aussehen. Sie wollen es zum Nulltarif.« Sie antwortete nicht. »Hören Sie«, meinte Parker. »Wenn wir Ihnen ein bisschen helfen, können Sie uns dann versprechen, dass dem Dokt nichts passiert? Ich meine, auch rechtlich, nicht nur körperlich.« »Meine Ermittlungen richten sich nicht gegen Dr. Jeffers«, antwortete Detective Barron. »Aber er kennt denjenigen, hinter dem ich her bin. Ich möchte dafür sorgen, dass er sich nicht in noch mehr Schwierigkeiten bringt. Wie finden Sie das?« »Ich traue keinem Cop über den Weg«, knurrte Miller. »Ist der Doktor denn in Gefahr?«, fragte Brian. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht.« Sie wusste es nicht, also log sie. »Ja, äußerst. Aber er weiß es nicht.« An dieser Stelle ging das Gemurmel wieder los. »Wissen Sie was?« meldete sich Knight. »Sie sagen uns, worin der Deal besteht, wer dieser schlimme Finger ist, und wir schauen, ob wir helfen können.« Detective Barron zuckte die Achseln. Wenn sie sich vor der Gruppe irgendwelche Informationen erhoffte, musste sie das Gespräch in Gang halten. Wenn sie mauerte, würden die Jungs es auch. Sie holte tief Luft und sagte, »Sein Bruder.« Ein Moment herrschte Schweigen, dann brach Steele in Jubel aus und klatschte in die Hände. Er sprang vom Stuhl und tanzte im Tagesraum umher. »Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ihr müsst bezahlen, ihr müsst bezahlen. Du, Brian, zwei Schachteln Zigaretten. Du, Miller, drei. Alle verdammten Arschlöcher, die gegen mich gewettet haben. Ich hab euch gesagt, dass es ein Angehöriger ist. War doch klar. Ihr müsst bezahlen.« Sie sah, wie die Männer murrten. »Also«, warf sie ein. »Wo wollte er hin?« »Hat er nicht gesagt?«, antwortete Wesserman. »Er hat sich nicht klar ausgedrückt,« fiel Weingarten ein. »Er hat nur gesagt, dieser Kerl, er hat nicht verraten, wer. Also, der wär schlimmer als wir. Er hat gesagt, der Kerl wäre auf Erinnerungsreise. Ich glaube nicht, dass wir allzu viel gesagt haben, was ihm weiterhelfen konnte.« »Ja, eben nur, dass er plötzlich aufspringt und abhaut.« Das war Parker. »Er hat sowieso alles komplett verdreht,« brummte Miller. »Er war sich nicht sicher, nach was für eine Art Erinnerung ersucht. Wir mussten ihm klarmachen, wie unser eins tickt. Also haben wir ihm gesagt, er soll nach der schlimmsten Erinnerung suchen, weil das für jemanden wie uns die beste ist.« »Was genau haben Sie ihm gesagt?« Detective Barron lehnte sich vor. »Verflucht, woher sollen wir das jetzt noch wissen? Wir haben eine Menge erzählt.« »Schon, aber eine bestimmte Sache, die Sie erwähnt haben, hat Ihnen auf etwas gebracht.« Die Männer fingen wieder alle gleichzeitig zu reden an. »Wir haben viel gesagt,« beharrte Miller. »Ach kommen Sie schon, verdammt, was wurde gesagt?« Er wollte wissen, was passiert ist, damit wir uns freigefühlt haben. »Sie wissen schon, um zu tun, was wir eben tun.« »Was?« »Er hat uns gefragt, wodurch wir angefangen haben. Sie wissen schon, wie es kam, dass wir es zum ersten Mal tun konnten.« Sie holte tief Luft und stellte fest, dass das ganz und gar logisch klang. Er hatte nach dem Schlüssel, dem Auslöser, gefragt. Und er hatte ihn bekommen. »Also, was genau haben Sie geantwortet?« »Was?« Die Männer starrten sie wütend an. Sie spürte die Intensität, mit der sie sie hassten. Nicht nur als Polizistin, sondern auch als Frau. Sie erwiderte ihre Blicke und legte alle Kraft hinein, die sie aufbieten konnte. Die Stille war wie ein Ölfilm, der sich über alles legte. Sie hätte schreien können. »Sagt es mir endlich! Kommt schon!« brüllte sie innerlich. »Ich weiß es!« Da klang eine tiefe Stimme von ganz hinten. Es war Pope. Sie beugte sich vor und sah ihn an. »Da haben wir einen wahrlich beängstigenden Menschen«, dachte sie. Sie sah den Mann plötzlich vor sich, wie er sie packte und ihre Kleider zerriss. Sie fragte sich, für wie viele Frauen dieser Albtraum Wirklichkeit geworden war. »Ich weiß, was ich gesagt habe. Und ich weiß, dass es ihn auf etwas gebracht hat.« »Was?« Pope zögerte. Dann zuckte er die Achseln. »Sollen doch alle zur Hölle gehen«, knurrte er im Flüsterton. Er sah Detective Barron an. »Ich habe gesagt, suchen Sie nach einem Tod oder einer Trennung. Es fängt immer mit einem von beidem an. Manchmal ist es ein und dasselbe.« Sie lehnte sich müht, sich die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Das war alles. Dann ist er aufgestanden und abgehauen. »Tut mir leid, Detective«. Sie starrte die Männer an und fragte sich, wie viele Tode sich über diesen Raum verteilten, wie viele zerstörte Leben. Es fröstelte sie. Dann dachte sie, ein Tod, ein zerstörtes Leben. Der Gedanke nahm Gestalt an, so langsam wie ein Zyklon in weiter Ferne, der aber mit jeder Sekunde, die vergeht, an Kraft und Stärke gewinnt. Sie merkte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss, als sei die Temperatur im Raum sprunghaft angestiegen, und sie dachte an etwas, das Martin Jeffers vor wenigen Tagen erwähnt hatte. Der Mistkarl hat uns nicht mal seinen Namen gegeben. Und dann ist er gestorben, bei einem Unfall. Sie legte die Hand an die Stirn, als wollte sie Fieber messen. Sie blickte in die glühenden Augen der Männer. Dann stand sie auf, ohne zu wissen, dass sie genau dasselbe tat wie Martin Jeffers kurz zuvor. »Danke«, sagte sie. »Sie waren überaus hilfreich.« »Ich weiß es«, dachte sie. »Ich weiß es. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Zumindest ist es ein Anfang.« Sie dachte an die vergilbte Zeitung in Martin Jeffers Kästchen unter dem Bett. »Geh hin«, schrie eine Stimme tief in ihrem Innern. »Mach schon! Sie verrät dir, wo du ihn findest.« Ihr blieb nur ein kurzer Moment, um sich innerlich dafür zu ohrfeigen, dass sie bei ihrem ersten Einbruch in Martin Jeffers Wohnung nicht drauf gekommen war. »Diesmal«, dachte sie, »weißt du, wonach du zu suchen hast.« »Geh schon! Los! Los!« Sie drehte sich abrupt um und ließ die Männer murmelnd zurück. Ihre Absätze halten im Staccato eines Maschinengewehrs durch die Flure, als sie aus der Klinik eilte. Vierzehntes Kapitel. Niemandsland. Holt Overholzer, 63 Jahre alt, Chef der Polizei West Tisbury und der einzige ganzjährige Beamte dieser Dienststelle, wühlte in den Papieren auf seinem Schreibtisch und grollte innerlich über den alljährlichen Zustrom an Sommergästen, denen er zwar sein Gehalt verdankte, die sich aber nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten und ständig versuchten, ihre Abfälle auf die städtische Müllkippe zu werfen, und das auch noch an Tagen, an denen sie offiziell geschlossen war. Er hatte einen beachtlichen Teil des Nachmittags damit zugebracht, mit Hilfe seines Radardetektors Strafzettel auszustellen. Der Stadtrat hatte eine halbe Meile vom Zentrum entfernt ein Schild mit einem Tempolimit 30 aufgestellt, obwohl die Herren wussten, dass niemand den Fuß vom Gaspedal nehmen würde, bis er an der presbyterianischen Kirche vorbei war. Dort parkte Holt, um jeden zweiten Wagen herauszuwinken und dem Halter ein Knöllchen für zu schnelles Fahren in die Hand zu drücken und ein Bußgeld von 25 Dollar zu kassieren. Er war so umsichtig, die Formulare bereits vorher auszufüllen. Dies war für die Stadt zu einer der wichtigsten Einnahmequellen geworden. Der Stadtrat war's zufrieden und Holt auch. Letztes Jahr hatte es sogar für einen neuen Ford Bronco mit Allradantrieb und Polizeiausrüstung gereicht. Dieses Jahr, so hoffte er, würden sie diese neuen Walkie-Talkies bekommen, die man sich an den Gürtel schnallte mit einem Mikro auf der Schulter, so wie er es in Polizeirevier Hill Street gesehen hatte. Das war Holt's Lieblingsserie, und er verdankte einen Gutteil seiner Ausbildung als Polizist dieser und weiteren Krimiserien, von denen er keine Folge ausließ. Sie reichten bis zu Polizeibericht zurück. Jedes Mal, wenn eine Funkverbindung beendete, sagte er in genau dem mirrischen Ton, den Broderick Crawford berühmt gemacht hatte, Roger. Er fragte sich, ob es in der kommenden Fernsehsaison neue, gute Polizeiserien geben würde. Er wagte es zu bezweifeln. Cops schien einmal wieder aus der Mode gekommen zu sein, und wahrscheinlich würde es ein paar Jahre dauern, bis das Fernsehen einmal wieder etwas Neues ausprobierte. Miami Vice ging für ihn nicht als Polizeiserie durch. Holt blätterte seinen Strafzettelblock durch, um sicherzugehen, dass alles leserlich war, bevor er ihn ans Sekretariat der Stadtverwaltung schickte. Er hatte in vier Stunden 47 Knöllchen ausgestellt und lag damit um drei unter seinem Rekord, dachte er enttäuscht. Bald war Labor Day, und er war zuversichtlich, seine Höchstleistung nicht nur zu wiederholen, sondern weit zu übertreffen. Er regelte sich und sah aus dem Fenster des Kleinbüros. Es war dunkel geworden an diesem warmen Spätsommerabend. Vom Tag blieb nur noch ein schnell verblassender roter Schimmer im Westen. Holt war in dieser Richtung nie weiter gereist, als zu Thanksgiving nach Albany, wo seine Schwester wohnte. Doch er war ein eifriger Leser, vor allem von Romanen und Reiseberichten, und er sehnte sich nach Tapetenwechsel. Er sah sich gerne als jemand, der eine Zeitreise in eine frühere Epoche unternimmt, am liebsten in den wilden Westen. Zum Beispiel als Friedenswächter einer Kleinstadt. Hart, aber herzlich. Fair, aber jemand, dem man nicht auf die Füße treten sollte. Ein Mann, den man im Ernstfall gern an seiner Seite hat. Zugegeben, in seinen 33 Dienstjahren auf Marthas Weinyard war es nie zum Ernstfall gekommen. Gelegentlich ein angriffslustiger Betrunkener, das war das Schlimmste gewesen, das ihm je untergekommen war. Er schloss die Augen und lehnte sich auf seinem Schreibtischstuhl zurück. Zum Abendessen würde es frischen Blaubarsch geben, mit Gemüse aus seinem eigenen Garten. Holt beglückwünschte sich zu der guten Küche, die er genoss, was er der Passion seiner Frau verdankte. Er schlug sich ans Herz. »Dreiundsechzig und bei guter Gesundheit«, dachte er. Der Stadtrat hatte vor drei Jahren versucht, ihn in Pension zu schicken. Doch Holt hatte die amtsärztliche Untersuchung besser bestanden als ein halbes Dutzend Männer, die dreimal so jung waren wie er, und so hatten die Stadtväter beschlossen, ihn zu behalten. Außerdem fanden sie es amüsant, wie Holt zur Entlastung des Staatssäckels im Sommer für wenig Geld Jugendliche als Hilfspolizisten rekrutierte. Holt konnte sie beim Armdrücken alle mühelos niederringen, und zwar mit der linken Hand. Vor vierzig Jahren hatte er vor Menamscha auf einem Hummerboot gearbeitet und beträchtliche Oberkörpermuskeln entwickelt, indem er die vollen Körbe Hand über Hand an Bord gehievt hatte. Als junger Mann hatte er außerdem Pokerspielen gelernt, womit er jetzt sein Einkommen um ein erklägliches Sümmchen aufbesserte. Die College-Kids, dachte er, bilden sich immer ein, sie beherrschten das Spiel, dabei müssen sie es erst noch richtig lernen. Er betrachtete das Bündel Strafmandate und kam zu dem Schluss, dass morgen auch noch ein Tag sei. Die meisten Dinge konnten warten, selbst in der Hochsaison. Er gähnte und nahm träge das Polizeifunkgerät auf der Ecke seines Schreibtisches zur Hand. »Leitstelle? Ihr 1-Alpha-1-West-Tisbury. Ich bin 1036 von der Zentrale entfernt. Bitte stellen Sie mich auf Notruffrequenz durch. Roger.« »Hallo, Holt. Wie geht's? Wie steht's heute Abend?« »Äh, gut. Leitstelle.« »Hat Sylvia das Rezept bekommen, das ich ihr geschickt habe?« »Ähm, Roger. Leitstelle.« Er hasste es, wenn Lizzie Barry die Spätschicht beim Notruf schob. Sie war älter als er und schon ein bisschen senil. Sie hielt sich nie an die korrekte Terminologie. »1-Alpha-1 verstanden, Roger.« »Gute Nacht.« Er hängte das Mikro ein und fing an, seine Sachen zusammenzusuchen, als er die Frau zur Tür hereinkommen sah. Er lächelte. »Grade dabei, dich zu machen, Ma'am. Was kann ich für Sie tun?« »Ich bräuchte eine Wegbeschreibung,« sagte Mercedes Baron. »Ach so, sicher,« antwortete Holt und musterte die Frau. Trotz Jeans und Sportschirt wirkte sie nicht wie ein Feriengast. Sie verströmte Großstadtflair, und Holt hatte das dumpfe Gefühl, dass es um etwas Geschäftliches ging. Wahrscheinlich mal wieder ein Bauunternehmen, schätzte er. »Ich bin auf der Suche nach einer Stelle, an der vor zwanzig Jahren ein Unfall passiert ist.« »Ein Unfall?« Holt setzte sich und wies auf den Stuhl ihm gegenüber. Seine Neugier war entfacht. »Vor ungefähr zwanzig Jahren ist ein Geschäftsmann aus New Jersey, ein Drogeriebesitzer, vor South Beach ertrunken. Ich muss wissen, wo dieser Unfall passiert ist.« »Uha! South Beach ist fast dreißig Kilometer lang und zwanzig Jahre sind eine Ewigkeit. Da bräuchte ich es schon ein bisschen genauer.« »Erinnern Sie sich an den Unfall?« »Ma'am, ich will ja nicht unhöflich sein, aber hier ertrinken jeden Sommer ein, zwei Leute. Nach einer Weile nivelliert sich das. Gehört sowieso in die Zuständigkeit der Küstenwache. Ich hab nur ein bisschen mit dem Papierkram zu tun.« »Ich hab den Zeitungsartikel dabei. Würde Ihnen das weiterhelfen?« »Kann zumindest nicht schaden.« Er beugte sich vor, während Mercedes Baron die alte Ausgabe der Vineyard Gesäte aus ihrer Tasche zog. Holt erhaschte einen flüchtigen Blick auf den Lauf der Automatik und platzte, ohne sich eine gescheite Frage zu überlegen, heraus. »Sie tragen eine Waffe bei sich, Ma'am?« »Ja,« bestätigte sie und zog ihre Dienstmarke heraus. »Ich hätte mich vorstellen sollen. Ich bin Detective Mercedes Baron, Kripo Miami.« Holt war hoch erfreut. »Wir haben hier oben selten das Vergnügen mit Kollegen, ähm, Leuten aus der Großstadt. Arbeiten Sie hier in einem Fall?« »Nein, nur zu Besuch bei Freunden.« »Ach so«, meinte er enttäuscht. »Wozu denn die Waffe?« »Reine Gewohnheit. Tut mir leid.« »Mhm. Dann wollen Sie sie vielleicht bei mir lassen?« »Chief, ich reiße morgen früh ab, und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie lieber behalten. Können Sie nicht für eine Kollegin ein Auge zudrücken?« Er beantwortete die Frage mit einem Lächeln und einer zustimmenden Handbewegung. »Habe ich nun nicht sonderlich scharf drauf, Handfeuerwaffen auf der Insel zu haben. Ist noch nie was Gutes dabei rausgekommen.« »Chief, das ist in der Großstadt nicht anders.« Sie schob ihm die Zeitung hin. Er überflog die Seite. »Oh, ja, kann mich dunkel erinnern. Der Karl ist, glaube ich, in eine Unterströmung geraten. Hatte keine Chance.« Er sah Mercedes Baron an. »In Miami Beach haben Sie bestimmt keine Brandungsrückströme, möchte ich wetten.« »Nein, Chief.« »Also, eine solche Strömung bildet sich, wenn die Wellenbewegung den Sand am Grund aufwühlt, sodass praktisch ein Loch entsteht. Das Wasser fließt rein, und plötzlich muss es wieder raus. Wie in einem Kanal wird es komprimiert und fließt unter der Oberfläche ein paar hundert Meter ins Meer hinaus. Das Dumme ist, dass die meisten Menschen wie wahnsinnig strampeln, wenn sie merken, dass diese Strömung Sie nach draußen zieht. Sie wissen nicht, dass Sie nichts weiter zu tun brauchen, als sich treiben zu lassen und danach zum Strand zurückzuschwimmen. Oder, wenn Sie schon meinen, Sie müssten was tun, dann sollten Sie parallel zum Strand schwimmen. So eine Strömung ist meist nur 20, 30 Meter breit. Aber nein, die Leute strampeln wie verrückt. Sie verausgaben sich, sind erschöpft, aus und vorbei. Ich hab den Papierkram am Hals, und die Jungs von der Küstenwache müssen nach der Leiche suchen. Passiert am South Beach ein, zwei Mal pro Jahr.« »In dem Artikel steht nur South Beach.« Holtlaus weiter. »Da wird erwähnt, die Familie hätte in West Tisbury gewohnt. Aber er verrät nicht, wo.« »Ich weiß. Ich dachte, Sie erinnern sich vielleicht.« Er schüttelte den Kopf. Er sah auf die Zeitung. »Sagen Sie, was hat es mit einem Besuch bei Freunden zu tun?« Mercedes Baron lachte. »Also, Chief, das ist wirklich eine lange Geschichte. Aber ich will versuchen, es kurz zu machen. Meine Freunde haben das Haus gemietet, und dort sind sie auf diese alte Zeitung gestoßen. Sie wussten, dass ich zu Besuch raufkommen wollte und dachten, das könnte mich interessieren. Also haben sie sie mir nach Miami runtergeschickt, zusammen mit einer Wegbeschreibung. Das Blöde ist nun, ich hab den Zettel mit der Wegbeschreibung und der Telefonnummer verlegt und die Zeitung behalten, und jetzt versuche ich, sie zu finden.« »Mmm.« »Möchte wetten, dass Sie es hier draußen im Sommer mit einer Menge Verrückter zu tun bekommen?« »Mmm.« »Naja, dann packen Sie mich am besten in Ihren Ordner Ferientrottel und helfen mir, dieses Haus zu finden.« Holt brachte ein Grinsen heraus. »Wird ein ganzes Regal füllen, nicht nur ein Ordner.« Er sah sich den Bericht noch einmal an. »Wir könnten vermutlich bei den Maklern ein bisschen rumtelefonieren und gucken, ob einer von denen die Hütte vermietet hat. Aber das kann dauern. Haben Sie es schon bei der Gazette versucht?« »Ja, aber die haben schon Feierabend.« Holt überlegte einen Moment. »Also, ich hätte da eine Idee. Wäre zumindest ein Versuch wert.« Er griff nach dem Funkgerät und sagte, »Leitstelle, hier spricht Eins Alpha Eins, bitte kommen.« »Hallo, Holt«, begrüßte ihn Lizzie Barry. »Du müsstest doch längst zu Hause sein, da wird dein Essen kalt.« »Leitstelle, ich habe hier eine Frau, die ihre Freunde sucht. Ist eine lange Geschichte. Jedenfalls wohnen die in demselben Haus wie ein Kerl namens Alan in dem Sommer, als er ertrunken ist. Vor zwanzig Jahren. Erinnerst du dich an den Fall? Over.« Ein Moment lang knisterte es im Funkgerät. »Klar kann ich mich erinnern, Holt. Der ist am Abend noch mal schwimmen gegangen. Das war in dem Sommer, als wir die Hitzewelle hatten, als es das eine Mal über vierzig Grad ging, weißt du noch? Ich weiß es so genau, weil an dem Tag mein Hund gestorben ist. Hitzschlag. War ein braver alter Hund, Holt, weißt du noch?« Holt erinnerte sich nicht mehr. »Sicher, sicher, ein Setter nicht, wahr?« »Nein, ein Golden Retriever.« »Ach so.« Holt wartete darauf, dass die Stimme weiterredete. Doch am anderen Ende blieb es still. »Also, Bleizentrale. Lizzie, kannst du dich noch entsinnen, wo der Mann, der ertrunken ist, gewohnt hat? Over.« »Glaub schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, er wohnte am Great Pond in Tisbury. Am Fingerpoint. Könnte mich allerdings auch irren.« »Danke, Lizzie. Roger.« »Gern geschehen, Holt. Over and out.« Holt hängte das Mikrofon ein. »Na, wie finden Sie das?« wandte er sich an Detective Barron. »Die alte Lizzie ist wie eine Enzyklopädie. Sie kann sich so ziemlich an alles erinnern, was hier in der Gegend mal passiert ist. Zumindest alles, was irgendwie aufregend ist. Hören Sie, es wird wohl trotzdem nicht leicht für Sie, bei Nacht darunter zu finden. Sie sollten sich für heute ein Hotel suchen und morgen früh hinfahren.« »Klingt vernünftig. Könnten Sie es mir trotzdem kurz auf der Karte zeigen?« Holt zuckte die Achseln. Er trat an die Wand und zeigte ihr die tiefsandige Einfahrt, nach der sich der holprige Feldweg erstreckte. Er wies auf die Weggabelung hin und erklärte ihr, welcher Pfad zum Fingerpoint hinunterführte. Er konnte sich nicht erinnern, wann er selbst das letzte Mal dort gewesen war. Vermutlich in den ganzen zwanzig Jahren seit dem Badeunfall kein einziges Mal. Er schüttelte den Kopf. »Denken Sie daran! Da gibt es keine Lampen! Sieht alles gleich aus, man kann sich ziemlich leicht verirren. Warten Sie bis morgen früh!« »Ein guter Rat, Chief. Weiß ich zu schätzen. Wahrscheinlich fahre ich einfach nach Vineyard Haven rein und suche mir ein Zimmer. War trotzdem nett, dass Sie es mir gezeigt haben.« »Kein Problem!« Holt Overholzer begleitete Mercedes Baron in die Dunkelheit hinaus. »Es ist richtig warm heute Abend«, meinte er. »Vor drei Nächten ist es auf sieben Grad runtergegangen, und außerdem sagen mir meine alten Knochen, dass wir trotzdem einen frühen Herbst und einen harten Winter bekommen. Wenn Sie erst mal mein Alter erreicht haben, sind natürlich alle Winter hart.« Mercedes Baron lachte. »Chief, so wie Sie aussehen, kommen Sie spielend mit allem klar, was der Winter mit sich bringt.« »Na, jedenfalls brauchen Sie sich da unten in Miami keine großen Gedanken über Kälte zu machen.« »Da haben Sie recht«, sie lächelte. »Wollen Sie mir ein Hotel empfehlen?« »Die sind alle ziemlich gut.« »Nochmals danke.« »Gern geschehen. Schauen Sie mal rein, und wir können ein bisschen fachsimpeln.« »Das mache ich vielleicht«, sagte Mercedes Baron.« Er sah zu, wie sie in ihren Wagen stieg. Was er nicht sehen konnte, war ihr Gesicht, auf dem der umgängliche Ausdruck augenblicklich einer strengen, konzentrierten Mine wich. Sie fuhr aus der Einfahrt der kleinen Polizeistation. Holt dachte an den Blaubarsch, der auf ihn wartete, aber dennoch entging ihm nicht, dass Detective Baron die Straße genommen hatte, die keineswegs zum Stadtzentrum führte, sondern ins dunkle Herz der Insel. Er blieb einen Moment stehen und hatte ein unbehagliches Gefühl, bevor er sich auf den Heimweg machte. Detective Baron fuhr langsam durch die schwarze Nacht und dachte, das macht es zwar schwerer, das Haus zu finden, dafür ist es leichter, mich Douglas Jeffers unbemerkt zu nähern, was mir einen Vorteil verschafft. Ihr Plan beschränkte sich darauf, ihm keine Chance zu geben. Wenn nötig, schieße ich ihm in den Rücken. Ich drücke ab, sobald ich die Gelegenheit habe. Nicht warten. Schieß, sobald du kannst. Ein Schuss, das muss reichen. Zu mehr wird's vielleicht nicht kommen. Mehr wird auch nicht nötig sein. Sie blickte angestrengt auf die Straße, in die Dunkelheit jenseits des kleinen Lichtkegels ihrer Scheinwerfer und suchte nach der Abzweigung Richtung Fingerpoint. Die Bilder vom Tage schienen zwar fern, drängten sich ihr aber dennoch immer wieder auf und beeinträchtigten ihre Konzentration. Sie sah die Lost Boys, die einen Kreis um sie bildeten und sie scharf beobachteten, während sich das Gespräch im Grenzbereich ihrer Perversionen bewegte. Sie fand, dass sie gut mit den Kerlen fertig geworden war. Für einen Moment staunte sie über die Macht der Intuition. Wie die richtigen Worte, die im richtigen Kontext fielen, zu den entlegensten Schlüssen führen können. Als sie die Sitzung verlassen hatte, war sie vollkommen davon überzeugt gewesen, dass Martin Jeffers sich aufgemacht hatte, um seinen Bruder an der Stelle zu finden, an der ihr Adoptivvater gestorben war. Diese Überzeugung war auch nicht ins Wanken geraten, als sie mit einem Montierhebel an Martin Jeffers Fenster getreten und zum zweiten Mal in seine Wohnung gehechtet war, nur dass sie sich diesmal gar nicht erst die Mühe gab, leise und vorsichtig zu sein. Sie war sofort ins Schlafzimmer gegangen und hatte die Zeitung hervorgesucht. Als sie den Artikel nach Einzelheiten überflog, hatte sie enttäuscht festgestellt, dass er weniger präzise war als gehofft. Dafür war der alte Provinzpolizist perfekt gewesen. Sie dachte daran, wie sie mit Vollgas New Jersey hinter sich gelassen hatte, wie sie sich durch den Nachmittagsverkehr in Manhattan gequält und aus Frust über all die Verzögerungen im Verkehr hätte schreien können. Dann hatte sie eine Ewigkeit in Woods Hole warten müssen und war im Gebäude der Fährverwaltung hin- und hermarschiert, während sie die Hände geknetet hatte. Die Überfahrt selbst war ebenfalls mühsam gewesen, und für den Bilderbuchanblick der untergehenden Sonne mit den Segelbooten im grünen Wasser fehlte ihr jeder Sinn. Dafür hatte sie ausgesprochenes Glück gehabt, als sie zum Autoverleih in der Nähe der Anlegestelle gegangen war. Sie dachte an den kleinen Mann, der ihre Kreditkarte entgegengenommen, ihr die Schlüssel ausgehändigt und ihr die Auskunft erteilt hatte. Sie läge absolut richtig, ein Martin Jeffers sei mit der ersten Fähre am Morgen eingetroffen. Sagte, hätte geschäftlich auf der Insel zu tun. Freund von Ihnen? Na ja, Konkurrenz trifft es wohl besser. Dann geht's vermutlich um Immobilien, ständig auf der Jagd, ständig dabei, euch gegenseitig auszustechen. Sie hatte ihn nicht korrigiert. Na ja, ist ein hartes Geschäft. Hier nicht. Hier verdienen sich alle eine goldene Nase. Er hatte sich ihren Führerschein angesehen. Kommt nicht alle Tage jemand aus Florida her? Vor allem New York, Washington, Boston, nicht Miami. Ich arbeite für eine große Firma, hatte sie gelogen. Überall Zweigstellen. Na ja, hatte der Angestellte gesagt. Ich finde, hier wird sowieso viel zu viel gebaut. Sie hatte eine Spur Verärgerung herausgehört. Tatsächlich, hatte sie erwidert. Ich arbeite bei einer Firma, die sich auf die Renovierung von alten Anwesen spezialisiert. Nicht wie mein Kumpel Jeffers. Er macht in Motels und Eigentumswohnungen. Verdammt, hatte der Mann geflucht. Ich wünschte, ich hätte ihm den Wagen nicht gegeben. Was war es denn für eine? Ein weißer Chevy Celebrity. Kennzeichen 817, dreimal J. Halten Sie die Augen offen. Danke, hatte sie gemeint. Mach ich. Hat er gesagt, wohin genau er wollte? Nee. Na ja, ich werde ihn jagen, bis ich ihn hab. Viel Glück, und bring Sie diesen Wagen bis morgen Abend um acht zurück, sonst kostet es extra. Sie schaltete das Fernlicht ein und durchfuhr eine kleine Senke. Alle hundert Meter zweigte rechts eine unbefestigte Straße ab, und sie fluchte wütend vor sich hin, weil sie alle gleich aussahen. Nur weiter, immer weiter. Such nach der Sandsenke, wie der Chief gesagt hat. Ein entgegenkommendes Fahrzeug blinkte, damit sie ihr Fernlicht ausschaltete. Schließlich gab sie nach, und der andere Wagen rauschte auf der schmalen Straße mit einem leisen Zischen vorbei. Sie hatte für einen Moment das Gefühl gehabt, als würden sie sich streifen und war kurz in Panik geraten. Sie sah den roten Rücklichtern hinterher und war plötzlich wieder in Dunkel gehüllt. Sie starrte in die Nacht. »Es ist hier irgendwo,« sagte sie laut vor sich hin und fand den Klang ihrer Stimme tröstlich. »Ich weiß es.« Sie fuhr im Kriechtempo weiter. »Kommt schon, kommt schon, wo seid ihr?« Sie war allein und fühlte sich auf der pechschwarzen Insel wie auf hoher See. Sie starrte nach vorn und konnte kaum die Grenze zwischen Bäumen und Himmel erkennen. Es war, als baumelte sie hoch über dem Wasser und klammerte sich an die letzten Fasern eines reißenden Stricks. Sie merkte, wie sich ihr ganzer Körper anspannte und war machtlos dagegen. »Ich bin nah dran,« dachte sie, »ich bin ganz nah dran.« Sie bekam schwer Luft, als sei plötzlich nicht genügend Sauerstoff im Wagen. »Er ist hier, komm schon, komm schon!« Und dann sah sie die Abzweigung. Anne Hampton saß am Tisch und starrte auf das vor ihr aufgeschlagene Notizbuch. Sie las die Worte, »ich tue diese Dinge, weil ich nicht anders kann, weil ich es will, weil wir alle etwas in uns haben, das uns sagt, was wir tun müssen. Wenn wir es nicht tun, bringt der Wunsch danach uns um den Verstand.« Die Antwort des jüngeren Bruders hatte sie darunter geschrieben. »Du kannst dir helfen lassen. Es muss nicht sein.« Sie schüttelte den Kopf. So konnte er Douglas Jeffers nicht kommen. Da tappte er völlig daneben. Sie betrachtete noch einmal ihre Notizen. Dieser Teil der Unterhaltung lag ein paar Stunden zurück. Vielleicht hat er sich ja inzwischen etwas Besseres einfallen lassen. Doch sie bezweifelte es. In ihren Augen schien der Bruder ganz und gar hilflos zu sein, unfähig, etwas zu begreifen, auf Konfrontationskurs und kaum in der Lage, einen vernünftigen Satz zu artikulieren, geschweige denn, den älteren Bruder dazu zu bewegen, die Waffe wegzulegen. Sie schloss die Augen. »Das hätte ich ihm gleich sagen können,« dachte sie. »Ich hätte ihm sagen können, dass alles längst feststand, dass es keinen Ausweg gab, dass alles so ablaufen musste, wie Douglas Jeffers es schon vor geraumer Zeit ins Drehbuch geschrieben hatte. Damals, in grauer Vorzeit, als sie noch Studentin war, die Tochter von ganz normalen Leuten und nicht die Biografin eines Mörders.« Anne Hampton überlegte ohne Angst und Panik, was jetzt mit ihnen alles geschehen würde. Sie war innerlich losgelöst, fast so, als wäre sie gar nicht sie selbst, sondern stünde neben sich, für andere unsichtbar, und verfolgte von einer Loge aus das Geschehen auf der Bühne. Sie erinnerte sich, dass sie sich schon einmal so gefühlt hatte, und zwar während dieser Morde und in den ersten Augenblicken im Hotel. Wie lange war das her? Sie hätte es nicht sagen können. Sie glaubte, dass das Gedächtnis immer so funktionierte, wie eine Aneinanderreihung unendlich vieler Momentaufnahmen. Filmausschnitte, die an den Rändern verschwammen und in ruckartigen Bewegungen an einem Vorüberflimmerten. Ich sehe noch vor mir, wie ich durch den Schnee renne. Ich sehe, wie mir vor Kälte das Gesicht brennt, aber ich weiß nicht mehr, wie es sich angefühlt hat. Ich hätte ihn nicht retten können, dachte sie. Sie sah den Obdachlosen und den Mann, der allein die Straße entlang ging, und die beiden Frauen, die davon gekommen waren. Wie hießen sie noch gleich? Und dann die Teenager im Wagen. Ich kann überhaupt niemanden retten. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich durfte es nicht. Ich wollte es. Oh mein Gott, ich wollte ihn retten. Er war mein Bruder, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich kann nicht. Sie hätte am liebsten geweint, wusste aber, dass es nicht erlaubt war. Beim Klang von Douglas Jeffers Stimme fuhr ihr Kopf hoch, und sie sprang vom Stuhl. Bring unseren Gästen Wasser. Sie nickte und rannte in die Küche. Im Wandschrank über dem Herd fand sie einen Krug, den sie mit Wasser füllte. Zügig, aber darauf bedacht, nichts zu verschütten, durchquerte sie das Wohnzimmer, wo die beiden Brüder einander gegenüber saßen und, nachdem sie den ganzen Tag geredet hatten, in Schweigen verfallen waren. Sie öffnete die Tür zum Schlafzimmer im Erdgeschoss und trat leise ein. Sie nahm an, dass sie vielleicht schliefen, und wollte niemanden wecken, doch beim Geräusch ihrer Schritte auf dem Holzboden sah sie, wie vier Augenpaare ängstlich in die Höhe schnellten. Sie fühlte sich erbärmlich. »Schon gut, schon gut«, versicherte sie und wusste, wie dumm das klang, wie albernes war, sie trösten zu wollen. Es war klar, dass sie sterben würden, und zwar bald. Das war von Anfang an der Plan gewesen. Dass sie x-beliebige Leute waren, hatte für ihn nichts zu sagen. Das Entscheidende war, dass sie sich in diesem Moment an diesem Ort befanden, der offensichtlich für ihn von Bedeutung war. Kurz bevor sie durch eine Schiebetür auf der Veranda, die praktischerweise offen gestanden hatte, um die frische Sommerbrise hereinzulassen, in das Haus einbrachen, hatte er ihr zugeflüstert, »Ich muss dieses Haus mit Gespenstern füllen.« Sie legte der Frau sanft die Hand auf den Arm, um sie zu beruhigen. »Ich habe Ihnen Wasser gebracht«, sagte sie, »nicken Sie einfach, wenn Sie etwas trinken wollen. Sie zuerst, Mrs. Simmons«, die Frau nickte, und Anne Hampton lockerte den Knebel. Sie hielt ihr den Krug an die Lippen. »Trinken Sie nicht zu viel«, mahnte sie, »ich weiß nicht, ob er mir erlaubt, mit Ihnen zur Toilette zu gehen.« Die Frau hielt mitten in einem großen Schluck inne und nickte wieder. »Ich habe Angst«, flüsterte die Frau, die das Wasser hinuntergeschluckt hatte. »Können Sie uns nicht helfen?« »Sie scheinen ein so nettes Mädchen zu sein. Sie sind offenbar nicht viel älter als die Zwillinge. Bitte, bitte.« Anne Hampton wollte gerade etwas erwidern, als sie aus dem Wohnzimmer eine Stimme hörte. »Nicht reden. Nur einen Schluck Wasser. Ich muss mich an die Regeln halten.« »Bitte«, flehte die Frau. »Es tut mir leid«, wisperte Anne Hampton zurück. Sie band ihr den Knebel wieder um, zog ihn aber diesmal nicht so fest. Die Frau nickte dankbar. Anne Hampton ging zuerst zu einer der Zwillingsschwestern weiter, dann zu der anderen. »Nicht reden«, bat sie die beiden im Flüsterton. Als sie zum Vater kam, zögerte sie. »Bitte«, beschwor sie ihn. »Riskieren Sie nichts. Fordern Sie ihn nicht heraus.« Der Mann nickte und sie löste seinen Knebel. Er trank und sie knebelte ihn erneut. Ein Moment lang versuchte er, sich aus dem Strick zu winden, mit dem sie alle zusammengebunden waren. Sie hörte, wie der Mann durch den Knebel flehte. »Bitte, helfen Sie uns!« »Doch, was sollte sie sagen?« »Es tut mir leid«, erwiderte sie nur. Sie schloss die Tür und kehrte ins Wohnzimmer zurück. »Wie geht es Ihnen?«, fragte Douglas Jeffers. »Sie haben Angst.« »Dazu haben Sie auch allen Grund.« »Duck, bitte«, drängte Martin Jeffers. »Lass wenigstens die Familie gehen. Was haben Sie denn getan?« Der ältere Bruder fiel ihm abrupt ins Wort. »Hast du denn den ganzen Tag nichts dazugelernt? Verdammt noch mal, Marty, ich hab's dir doch hundertmal erklärt. Es ist ja gerade wichtig, dass Sie nichts getan haben. Das ist entscheidend. Siehst du das denn nicht? Die Schuldigen werden nie bestraft, nur die Unschuldigen. So läuft's nun mal auf der Welt. Die Unschuldigen und die Ohnmächtigen. Das sind die Opfer.« Douglas Jeffers schüttelte den Kopf. »Das kann doch nicht so schwer zu begreifen sein!« »Ich versuch's ja, Doug, glaub mir, ich versuch's!« Douglas Jeffers sah seinen Bruder unversöhnlich an. »Dann streng dich noch mehr an!« Sie verfielen in Schweigen. Douglas Jeffers spielte mit der Automatik herum, während Martin Jeffers ruhig dasaß. Anne Hampton nahm ihren Platz wieder ein und schlug ein neues Notizbuch auf. »Schreib das alles auf, Boswell!« Sie nickte und wartete. »Es ist alles Wahnsinn,« dachte sie. »Es gibt keine Normalität mehr auf der Welt. Nur Gewalt und Tod und Wahnsinn. Und ich bin ein Teil davon.« Mit Haut und Haaren. Sie nahm den Stift und schrieb, »Niemand kommt hier lebendig raus.« Sie überraschte sich selbst. Es war das erste Mal, dass sie einen eigenen Gedanken in eines der Notizbücher geschrieben hatte. Sie starrte den Satz an. Er machte ihr Angst. Die Worte auf den Seiten flirrten und waberten wie die Hitze über dem schwarzen Asphalt der Highways. Sie kämpfte gegen die Erschöpfung und den vernichtenden Gedanken an und ließ den Tag noch einmal Revue passieren, um die Angst mit Erinnerungen zu verdrängen. Sie wusste nicht, wieso Douglas Jeffers die Ermordung des Simmons aufgeschoben hatte. Sie wusste nur, dass sie die Familie aus den Betten geholt, gefesselt, geknebelt, ihnen die Augen verbunden und sie anschließend ins Nebenzimmer gepfercht hatten. Dort hatte er sie zurückgelassen, während er selbst die Füße aufs Sofa gelegt und entspannt auf den Sonnenaufgang gewartet hatte. Danach hatte er ein ausgiebiges Frühstück gerichtet. Er hatte lediglich gesagt, das Spiel wäre umso spannender, wenn er sie einen Tag am Leben ließe. Das hatte sie erstaunt. Fast schien es ihr so, als nehme er sich absichtlich Zeit, um die Situation vollends auszukosten, statt zum nächsten Schritt überzugehen. Dass ihre Situation heikel war, schien ihn nicht anzufechten. Sie hatte keine Ahnung, was ihn dazu brachte, die Dinge in die Länge zu ziehen, doch es machte ihr Angst. »Wir haben das Ende erreicht«, dachte sie. »Es ist die letzte Szene, und er will alles aus ihr herausholen.« In das Dickicht ihrer Angst waren zwei Gedanken eingedrungen. »Was wird er mit ihnen machen?« »Was wird er mit mir machen?« Douglas Jeffers hatte Rüherei und Schinken zum Frühstück zubereitet, doch sie hatte kaum ein Bissen herunterbekommen. Sie waren fast fertig gewesen, als der Wagen die Einfahrt herunterkam. Die Vorstellung, dass jemand hier herein stolperte und Douglas Jeffers in die Quere kam, hatte sie entsetzt. Als sie den Bruder sah, hatte sie sich kaum fassen können. Sie hatte augenblicklich angenommen, er sei genauso wie Douglas Jeffers. Als sie festgestellt hatte, dass sie sich irrte, verwirrte und beunruhigte sie das noch mehr. Sie betrachtete erneut die beiden Männer. Sie saßen nur über einen knappen Meter auseinander, doch Anne Hampton fragte sich, wie groß die innere Distanz zwischen ihnen sein mochte. Ihr drängte sich der Gedanke auf, das könnte wichtig für sie sein, doch sie wusste nicht, wieso. Am liebsten hätte sie ihnen ins Gesicht geschrien, »Ich will am Leben bleiben!« Doch stattdessen saß sie geduldig da und wartete stumm auf Anweisungen. Bis jetzt hatten sie den Tag so verbracht, wie man es von einem Geschwisterpaar erwarten würde. Sie hatten von früher geredet, Erinnerungen ausgetauscht, sie hatten ab und zu gelacht. Doch am frühen Nachmittag war die Unterhaltung ins Stocken geraten und unter dem unerbittlichen Druck der Situation allmählich versiegt, bis sie nur noch da saßen und schwiegen. Sie blätterte ein halbes Dutzend Seiten zurück und sah sich an, was sie geschrieben hatte. Martin Jeffers hatte gesagt, »Duck, ich kann einfach nicht glauben, wieso wir hier sind. Können wir darüber reden?« Und Douglas Jeffers Antwort, »Glaub's ruhig!« Sie sah zu dem Geschwisterpaar auf und registrierte, dass Martin Jeffers unruhig wurde. Sie wusste nicht, was sie von ihm halten sollte. »Wird er mich retten?« Das schien ihr plötzlich mehr als fragt. »Duck, ich kann einfach nicht glauben, wieso wir hier sind. Können wir darüber reden?« Und Douglas Jeffers Antwort, »Glaub's ruhig!« Sie sah zu dem Geschwisterpaar auf und registrierte, dass Martin Jeffers unruhig wurde. Sie wusste nicht, was sie von ihm halten sollte. »Wird er mich retten?« Das schien ihr plötzlich mehr als fraglich. »Duck, wieso tust du das?« »Keine weiteren Fragen. Das sagen die Anwälte immer vor Gericht, wenn sie ihren Zeugen vor dem Kreuzverhör schützen wollen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Die nächste Frage, bitte.« »Es gibt nur eine. Das stimmt nicht, Marty. Natürlich stellt sich die Frage nach dem Warum, aber auch noch die nach dem Wie und Wann, und dann auch noch, was ich als nächstes vorhabe.« »Das scheint mir das Entscheidende zu sein.« »Meinetwegen«, räumte Martin Jeffers ein. »Was willst du jetzt machen?« »Frag mich nicht.« Douglas Jeffers brach ein schallendes Gelächter aus. Der Laut wirkte in dem kleinen Zimmer fremd und deplatziert. Anne Hampton kannte dieses Lachen aus den schlimmsten Momenten. Sie hoffte, dass der jüngere Bruder so einsichtig war, einen Rückzieher zu machen. War er. Er saß schweigend da. Nach einer Weile wedelte der Ältere mit der Hand durch die Luft, als müsse er zwischen ihnen Rauch oder Nebelschleier verscheuchen. »Hör mal«, setzte Douglas Jeffers an. »Wie viel weißt du?« »Ich weiß alles.« Der Ältere schwieg einen Moment. »Also das ist nicht gut.« »Überhaupt nicht gut.« Er überlegte, bevor er weitersprach. »Demnach warst du in meiner Wohnung.« »Ich hatte gedacht, du würdest warten, bis es vorbei ist.« »Du solltest damit warten?« »Nein. Genauer gesagt, war jemand anders da.« »Wer?« Martin Jeffers verstummte. Er wusste plötzlich nicht, was er sagen sollte. Er dachte an all die intensiven Gespräche mit dem einen oder anderen Kriminellen. Er hatte stets gewusst, wie er sich verhalten sollte. Diesmal war er vollkommen ratlos. Er starrte sein Bruder an. Dann die Pistole in dessen Händen. Doch er sah das Kind hinter dem Mann und begriff. »Ich bin auch nichts weiter als ein Kind.« »Ich bin der kleine Bruder.« Ihn packte eine gewaltige, brennende Woge des Grolls, die mit jeder Sekunde weiter anschwoll. Ich bin immer der Letzte, der etwas erfährt. Der Letzte, der etwas bekommt. Er hat immer getan und gelassen, was er wollte, ganz egal, wie ich darüber dachte. Er hat nie auf mich gehört. Er hat mich immer wie ein lästiges Anhängsel behandelt. Er war immer der Boss. Er war immer wichtig. Ich zählte grundsätzlich nicht. Ich hatte das Nachsehen. Immer. Immer.« Plötzlich war ihm alles verhasst, und er wollte seinem Bruder schaden. »Jemand von der Kripo.« Kaum war das Wort heraus, bereute er es. »Und der weiß es auch?« Martin Jeffers sah, wie sein Bruder sich verspannte und um Fassung rang. Im selben Moment nahm sein einigermaßen entspannter Ton einen klirrend harten Klang an. Es war ein Tonfall, den Martin Jeffers von ihm noch nie gehört hatte, aber aus langjähriger Berufserfahrung nur allzu gut kannte. Er dachte, ein mörderischer Ton. »Ja«, bestätigte er, »genauer gesagt, ist es eine Sie.« Douglas Jeffers wartete, dann sagte er, »Nun, dann geht es ein bisschen früher ans Sterben.« Detective Mercedes Barron hatte Mühe damit, den großen amerikanischen Wagen zu bändigen, der mit seiner weichen Federung auf dem holprigen Gelände auf- und niederhüpfte, so sehr sie sich auch bemühte, die Unebenheiten zu umschiffen. Als ein Zweig an der Seite den Lack der Karosserie ankratzte, gab es ein kreischendes Geräusch. Dann hörte sie, wie das Auspuffrohr aufschlug, doch sie fuhr unbeeindruckt weiter. Sie wollte sich nicht eingestehen, dass sie sich verfahren hatte, auch wenn das Pechschwarz der Nacht und des Waldes, das sie von allen Seiten bedrängte, in ihr ein Gefühl der Verzweiflung auslöste, als ob Vernunft und verantwortungsvolles Handeln irgendwo auf der Strecke geblieben seien, und sie langsam aber sicher in eine Art Unterwelt hinabstieg, wo der Tod die Regeln diktierte. Schattengestalten schienen vor den Lichtkegeln wegzuspringen, und jede davon trug die Fratze eines gespenstischen Todesboten, die unverkennbaren Züge von Douglas Jeffers. Vor Angst schnappte sie nach Luft, fuhr jedoch weiter, die schwere Pistole nunmehr in der rechten aufs Lenkrad gestützt. Als sie die Stelle erreichte, an der sich der Weg mehrfach gabelte, hielt sie an und stieg aus. Sie stand da und betrachtete die vier Pfade. Sie lehnte sich gegen die Ratlosigkeit auf. Sie erinnerte sich zwar an die Beschreibung des Polizeichefs und führte sich die Karte vor Augen, die sie in seinem Büro gesehen hatte, doch die ließ sich auf die düstere Wahl, vor der sie jetzt stand, nicht übertragen. Sie dachte an das berühmte Rätsel um die Dame und den Tiger und wusste nur, dass sie die Tür zur Bestie öffnen wollte. »Der muss es sein«, sagte sie und zeigte mit dem Finger auf einen der schwarzen Wege. »Mit Sicherheit«, fügte sie hinzu, um ihrer Angst und tatsächlichen Unsicherheit zu trotzen. Der diffuse Gedanke, sie könnte die Schusswaffe in der Hand vor einem anderen Ferienhaus landen, geisterte ihr für Sekunden durch den Kopf. Dann schob sie ihn beiseite. »Auf geht's«, versuchte sie sich zu ermuntern, und ihre Stimme klang mitten im Wald kümmerlich und dünn. Sie stieg wieder in den Wagen und fuhr los. Zweihundert Meter weiter gabelte sich die Straße erneut, und sie folgte ihrem Instinkt nach links. Sie wusste, dass sie nach dem Teich Ausschau halten musste und dass die Stelle, an der sie den Gesuchten finden würde, eine lange, schmale Landzunge war. Sie kurbelte die Scheibe herunter und versuchte, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo das Wasser war, doch es drang nur Nacht in den Wagen. Sie fuhr immer weiter, rollte durch einen offenen Holzzaun und passierte ein Schild mit der Aufschrift »Zutritt verboten«, das gilt auch für sie. Sie ignorierte es und drang immer tiefer in Gestrüpp und Kiefern ein, bis der Wald sie zu verschlingen drohte. Panik kroch ihr den Nacken empor, und sie hyperventilierte. Dem Gedanken, dass sie vielleicht in eine völlig falsche Richtung fuhr, ließ sie nicht zu. Weiter, trieb sie sich an. Sie sah, dass sich vor ihr die Bäume lichteten, und trat dankbar aufs Gas. Der Wagen machte einen Satz nach vorn und sackte wie ein erschöpfter Athlet vor der Ziellinie knirschen zu Boden. Sie stieß einen kurzen Schrei aus. Sie hörte ein Knacken, dann ein ratschendes Geräusch. Sie hielt an, um nachzusehen. Beide Vorderräder steckten in einer kleinen, doch verhängnisvollen Mulde. Die Vorderachse hatte sich in den Sand gegraben. Sie seufzte und schloss die Augen. »Vorwärts«, hämmerte sie sich ein. Sie öffnete die Augen und stieg wieder ein. Als sie versuchte, aus der Vertiefung herauszufahren, drehten lediglich die Hinterräder durch. Hilflos schlug sie mit der Faust aufs Lenkrad. Dann schluckte sie einmal schwer und sah sich um. Sie machte den Motor und die Scheinwaffe aus. »Na schön. Dann gehst du das übrige Stück eben zu Fuß. Ist kein Drama. Du wolltest das Auto sowieso bald stehen lassen. Lauf einfach immer weiter.« Sie orientierte sich an der Lichtung vor sich und merkte, dass sich ihre Augen schnell an die Dunkelheit gewöhnten. Sie behielt die Pistole in der Hand und ging in Laufschritt über, wenn auch nicht zu schnell, um nicht ihren Knöcheln dasselbe wie der Achse des Leihwagens anzutun. Die zielstrebige Bewegung machte ihr immerhin Mut. Sie drängte weiter voran und lauschte auf das dumpfe Geräusch ihrer Füße auf dem sandigen Boden. Die Straße erschien ihr wie ein Tunnel, dessen Ende abzusehen war. Sie lief schneller und hatte plötzlich die überhängenden Zweige hinter sich gelassen, während sich vor ihr eine weite Grasfläche im Mondlicht öffnete. Wie benommen starrte sie in den Himmel und war überwältigt von den tausenden von glitzernden Lichtern, die sich endlos über das Dunkel breiteten. Sie kam sich winzig vor und allein, doch zugleich war sie auch erleichtert, den Wald hinter sich gelassen zu haben. Ein Moment lang war ihr das Mondlicht zu hell, und sie blieb keuchend stehen, um sich zu orientieren. Zu ihrer Linken sah sie einen schimmernden Widerschein. Sie starrte hinüber und entdeckte den Teich. Sie hielt die Luft an und hörte die rhythmischen Wellenschläge. Sie blickte über den Teich hinweg und konnte mühelos die schwarze Linie des South Beach in etwa einem Kilometer Entfernung erkennen. »Ich hab's gefunden«, dachte sie. »Ich bin da.« Sie hielt nach einem Haus Ausschau, konnte jedoch keines entdecken. Sie drehte sich um und schaute nach rechts, wo sie auch Wasser erwartete, sah jedoch nur Wald, der sich zur Mitte der Insel erstreckte. »Da stimmt was nicht«, erkannte sie plötzlich beunruhigt. »Da ist entschieden was faul. Fingerpoint müsste schmal sein, beidseitig von Wasser umgeben.« Sie ging drei, vier Meter weiter, als könne der Blickwinkel etwas an der Umgebung ändern. »Das stimmt so ziemlich gar nichts«, murmelte sie. Ein Dutzend widerstreitender Gefühle verwirrten ihren Kopf. »Bitte«, flüsterte sie, »das darf nicht wahr sein.« Sie ging zur Uferböschung hinunter und starrte über den Teich. Auf den Wellenkräuseln spiegelte sich der Mond. Sie starrte in das Dunkel am anderen Ufer. Dann sank sie im Sand auf die Knie. »Nein«, bat sie leise. »Nein, bitte, bloß das nicht!« Vor ihr lag der kleine See, der sich bis zu der gewählten Dünenkette des South Beach erstreckte. Am anderen Ufer, direkt ihr gegenüber, konnte sie eine einzige langgestreckte Landzunge ausmachen, mit der Spitze zur Mitte des Sees. »Nein«, wiederholte sie im Flüsterton, »das ist nicht fair.« Sie sah das Haus am Ende der Spitze und wusste in diesem Moment, dass sie den Ort vor Augen hatte, an dem die Jeffers-Brüder warteten. Sie strengte die Augen an und sah, wie sich das Mondlicht in einem weißen Gegenstand fing, in dem sie den Leihwagen von Martin Jeffers vermutete. Sie beugte sich nach vorn und hämmerte mit den Fäusten im Sand. »Nein, nein, 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 nein«, stöhnte sie. Immer noch auf Knien drehte sie sich um und blickte auf den Wald zurück. »Der falsche Weg«, dachte sie. »Verdammt noch mal, der falsche Weg«, »ich bin auf der falschen Seite des Teichs angekommen. Der ganze weite Weg und am Ende die falsche Abzweigung.« Sie stürzte in ein tiefes Loch. Sie raste vor Wut auf sich selbst. Immer noch keuchend, als hätte sie einen Wettlauf hinter sich statt vor sich, gewann sie irgendwann die Kontrolle wieder. Sie rappelte sich hoch. »So schnell gebe ich nicht auf«, sagte sie laut. Sie schüttelte die Faust in Richtung Haus. »Ich komme!« Holt Overholzer schob den Stuhl vom Tisch zurück und starrte auf die wenigen Reste seiner zweiten Portion Blaubarsch auf seinem Teller. »Verdammt, verdammt«, murmelte er. »Was hast du, Schatz?«, erkundigte sich seine Frau. »Stimmt was nicht mit dem Fisch?« Er schüttelte den Kopf. »Ach, das ist nur was, das mir keine Ruhe lässt«, antwortete er. »Dann behalt es nicht für dich«, riet seine Frau, während sie den Tisch abräumte. »Was macht ihr denn zu Schiffen? Sorgen schaden der Verdauung, weißt du?« Ein Moment musste er denken, dass seine Frau die Welt ziemlich gut erfasst hatte. Alles war eine Sache der Verdauung. Wenn die Araber und die Juden mehr Getreide essen würden, dann lägen sie sich nicht dauernd in den Haaren. Wenn die Russen sich ausgewogener und weniger Fett ernährten, dann würden sie nicht so auftrumpfen und den Weltfrieden bedrohen. Wenn Terroristen weniger rotes Fleisch und dafür mehr Fisch essen würden, dann bräuchten sie keine Flugzeuge zu entführen. Die Republikaner aßen zu viel Fett, was zur Herzschwäche und einer konservativen Weltanschauung führte. Deshalb wählte sie grundsätzlich die Demokraten. Einmal hatte er sie gefragt, was denn mit den kräftig gebauten Kongressabgeordneten von Massachusetts wäre, wie etwa Tipp und Teddy. Aber sie wollte nichts davon hören. »Na ja, als ich gerade gehen wollte, bekam ich Besuch von einer Frau von der Kripo aus Miami.« »Hat sie an einem Fall gearbeitet, Liebling? Das muss aufregend sein.« »Sie sagt nein.« »Wieso hast du sie nicht zum Essen mitgebracht?« »Aber sie war bewaffnet, und sie hat mir eine seltsame Geschichte aufgetischt, die, je mehr ich darüber nachdenke, immer unglaubwürdiger klingt.« »Und was willst du nun tun?« Holt Overhoser überlegte angestrengt. Er war vielleicht kein Sherlock Holmes, aber Mike Hammer konnte ihr allemal das Wasser reichen. »Ich denke, eine kleine Spritztür kann nicht schaden,« meinte er. »Keine Sorge, zu Magnum bin ich wieder da.« Er schlang sich den Sam-Brown-Gürtel über die Schulter und lief zu seinem Polizeiwagen hinaus. Martin Jeffers saß reglos auf seinem Sessel und sah zu, wie sein Bruder wütend hin- und hermarschierte. Einmal versuchte er, einen Blick von Anne Hampton zu erhaschen, doch sie saß den Stift in der Hand am Tisch und rührte sich nicht. Er fragte sich, was sie durchgemacht haben musste. Er konnte es sich kaum vorstellen und wusste nur, dass es schlimm gewesen sein musste, wenn es sie in diesen nahezu katatonischen Zustand versetzt hatte, in dem sie sich befand. Seine Überlegungen erstaunten ihn. Es waren die ersten Gedanken seit seinem Eintreffen am Fingerpoint, die wenigstens von rudimentären psychologischen Kenntnissen zeugten. Er versuchte, sich Befehle zu erteilen. »Greif auf dein Wissen zurück!« Doch dann schüttelte er kaum merklich den Kopf und gestand sich ein, dass es hoffnungslos war. In diesem Moment dachte er, »bin ich nichts weiter als der kleine Bruder.« Er schaute zu Douglas Jeffers auf und dachte, »für ihn werde ich nie etwas anderes sein.« Er richtete den Blick auf seinen Bruder, der erregt zu sein schien und offenbar bei jedem Schritt durchs Zimmer die Situation abschätzte. »Es ist nicht komisch«, sagte Douglas Jeffers in einem Ton, der nicht den leisesten Anflug von Humor erkennen ließ. »Wie man in eine derart komplexe emotionale Situation geraten kann und sich trotzdem wenig, wenn überhaupt, etwas zu sagen hat. Was willst du machen? Willst du mir erzählen, ich durfte nicht so sein, wie ich bin?« Die Bemerkung zog ein kurzes, trockenes Lachen nach sich. »Also«, fuhr der ältere Bruder fort, »dann sprich mit mir über was Bedeutsames, Wichtiges. Berichte mir von dieser Polizistin.« »Was willst du denn wissen?« Sein Bruder blieb stehen und richtete die Waffe auf ihn. »Glaubst du, ich würde auch nur einen Moment zögern? Meinst du, nur weil du mein Bruder bist, würde ich bei dir eine Ausnahme machen? Du bist hergekommen. Du hast es gewusst. Folglich hast du auch das Risiko gekannt.« Er schwieg. »Also komm hier bloß nicht um!« Martin Jeffers nickte. »Sie ist aus Miami. Sie glaubt, dass du ihre Nichte ermordet hast.« Er brachte es nicht über sich, zu sagen, woran er nicht im Geringsten mehr zweifelte. »Du hast ihre Nichte ermordet. Du hast ihr alle ermordet.« »Sie ist in deine Wohnung eingebrochen und hat die Fotos gefunden.« »Wo ist sie jetzt?« »Ich hab sie in New Jersey zurückgelassen.« »Und wieso?« »Weil sie dich umbringen will.« Douglas Jeffers lachte. »Naja, aus ihrer Sicht klingt das plausibel.« »Duck, bitte, können wir nicht...« »Können wir was?« »Marty, du warst schon immer ein Traumtänzer.« »Erinnerst du dich nicht?« »All die Bücher, die ich dir vorgelesen habe, als wir klein waren.« »Immer Fantasy-Geschichten, Abenteuer-Romane voller Helden, die für die gute Sache mit unüberwindlichen Hindernissen zu kämpfen hatten.« »Du konntest nie genug kriegen von Soldaten, die einen verzweifelten Kampf ausfochten, von Rittern, die es mit Drachen aufnahmen.« »Du hast immer die Bücher geliebt, in denen das Gute siegte.« »Und soll ich dir was sagen? Das tut es nie. Niemals. Denn selbst wenn es einmal siegen sollte, dann macht es sich die Hände schmutzig, um das Böse mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.« »Und das, mein lieber Bruder, ist eine viel schlimmere Niederlage.« »Das stimmt nicht!« Douglas Jeffers zuckte die Achseln. »Glaub, was du willst, Marty, ist auch egal.« Er schwieg einen Moment, bevor er hinzufügte. »Erzähl mir mehr von ihr. Ist die eine gute Polizistin?« »Wie heißt sie?« »Mercedes Barron. Ich denke schon, dass sie gut ist. Sie hat mich gefunden.« »Und du glaubst, sie findet mich auch?« fauchte Douglas Jeffers. Martin Jeffers nickte. Sein Bruder lachte, heiser und wütend. »Keine Chance, nicht die geringste. Es sei denn, du hättest dir verraten, wo sie hinkommen soll. Hast du doch nicht, oder, Bruder Herz?« Martin Jeffers schüttelte den Kopf. Douglas Jeffers machte eine finstere Miene. »Ich glaub dir nicht, verflucht.« Er überlegte. »Wahrscheinlich ist dir nur nicht klar, dass du es ihr verraten hast. Aber du hast es trotzdem. Ich kenne dich, Marty. Ich kenne dich so gut wie mich selbst. Das ist nun mal so, wenn man der Ältere ist. Der Ältere ist dazu verdammt, mehr zu verstehen. Der Jüngere ist nur zu gleichen Teilen Ehrfurcht und Eifersucht verdammt. Deshalb sage ich dir auf den Kopf zu, dass du vielleicht denkst, du hättest die abgehängt. Aber in Wirklichkeit hast du es wahrscheinlich nicht.« »Du hast irgendwas gesagt, weißt wahrscheinlich selbst nicht mal was.« »Clever, du hast es gesagt. Und jetzt ist sie auf dem Weg hierher. Besonders, wenn sie clever genug war, es bis zu dir zu schaffen. Aber wie weit ist sie schon gekommen? Da, Bruder Herz, das ist die eigentliche Frage. Steht sie schon vor der Tür?« Unwillkürlich huschte Martin Jeffers Blick zu der Glasschiebetür. Sein Bruder lachte wieder bedrohlich. »Oder ist sie noch ein bisschen entfernt? Vielleicht ein paar Stunden.« Er lächelte, aber ohne die Spur von Freude. »Weißt du,« fuhr Douglas Jeffers fort, »nach dem heutigen Abend verschwinde ich. Ich fand, dass Fingerpoint perfekt dazu geeignet ist, wiedergeboren zu werden.« »Und das nicht etwa in irgendeinem albernen, fundamentalistischen, religiösen Sinne. Uns verbinden, wenn ich mal so sagen darf, eine Menge Erinnerungen mit diesem Ort. Nicht wahr? Das war ein Witz. Na jedenfalls mache ich hier einen neuen Anfang. Und zwar ganz radikal. Zurück zum Ausgangspunkt. Vogelfrei, wie man so sagt.« »Wie willst du das machen?« Douglas Jeffers deutete auf die Fotografen-Tasche. »Halten wir uns nicht mit den Details auf. Sagen wir einfach, in dieser Tasche steckt mein neues Ich.« »Verstehe ich immer noch nicht,« sagte Martin Jeffers. »Du brauchst nur eins zu verstehen,« fuhr ihm Douglas Jeffers schroff über den Mund. »Mein neues Ich hat keinen Bruder.« Die Worte trafen Martin Jeffers bis ins Mark. Er hatte Angst, sich übergeben zu müssen, und versuchte, an den Armlehnen Halt zu finden. »Das kannst du nicht,« widersprach er. »Das könntest du nie.« »Mach dich nicht lächerlich,« gab Douglas Jeffers gereizt zurück. »Boswell kann dir bestätigen, dass ich noch nie die geringsten Skrupel hatte, jemanden zu töten.« »Stimmt's, Boswell?« Sie drehten sich beide zu Anne Hampton um. Sie schüttelte den Kopf. »Wieso sollte ich also zögern, meinen Bruder zu töten?« »Komm schon! Kein Erschlugabel, nicht wahr? Ist das nicht das abgründigste Geheimnis, das alle Brüder teilen?« »Wir wollen uns doch alle an die Gurgel.« »Das solltest du doch am besten wissen. Du bist der Seelenklempner. Jedenfalls, gibt es einen idealeren Weg zur vollkommener Freiheit?« »Solange du am Leben wärst, wüsste ich immer, dass du irgendwo da draußen rumläufst. Ein handfestes, unabweisliches Verbindungsglied zur Vergangenheit.« »Stell dir vor, wir würden uns eines Tages auf der Straße über den Weg laufen. Oder du würdest mein Foto irgendwo entdecken.« »Ich könnte mir nie sicher sein, weißt du? Nie wirklich sicher.« »Und soll ich dir sagen, was daran so komisch ist? Ich war bereit, dieses Risiko auf mich zu nehmen. Bis zu dem Moment, als du hier aufgekreuzt bist. Aber in dem Augenblick, als ich dich sah, wusste ich, wie falsch ich damit lag. »Duck, wenn ich weiterleben will, nun ja. Ich glaube, du verstehst mich, oder? Wenn du aber nicht mehr bist, na ja.« Er zuckte die Achseln. »Es scheint mir nur logisch.« »Duck, du wirst doch nicht... Sei kein... Was willst du...« Martin Jeffers fand keine Worte. Er war verwirrt und erstaunt. Er musste nur immer wieder denken. »Aber ich bin doch hergekommen, um ihn zu retten.« Mit einem einzigen, furchterregenden Satz durchquerte Douglas Jeffers den Raum und hielt seinem Bruder den Lauf der Automatik an die Kehle. »Kannst du den Tod spüren? Kannst du ihn riechen? Kannst du ihn auf den Lippen schmecken?« Konnten sie alle. Ausnahmslos. Vielleicht nur für einen Augenblick. Aber trotzdem. »Duck, bitte! Bitte!« Douglas Jeffers trat zurück. »Schwäche ist widerwärtig!« Er sah seinen Bruder an. »Ich hätte dich nicht zurückhalten sollen, dann wärst du auch gestorben.« Martin Jeffers schüttelte den Kopf. Er wusste sofort, wovon die Rede war. »Ich war ein guter Schwimmer. So gut wie du. Viel besser als er. Ich hätte ihn gerettet.« »Er hatte es nicht verdient, dass ihn jemand rettete.« Sie starrten einander an, während sie denselben Erinnerungen nachhingen. »Es war so wie heute Abend«, entsann sich Martin Jeffers. »Ich weiß«, stimmte sein Bruder ein, und unter dem Eindruck der Erinnerung verlor seine Stimme etwas von ihrer Bedrohlichkeit. »Es war heiß, und er wollte schwimmen. Er hat uns mit an den Strand genommen, aber du hast gesagt, es wäre besser, nicht ins Wasser zu gehen. Du hast diese unruhigen Kräusel gesehen. Ich entsinne mich.« »Ein paar Tage davor hatten wir ein Gewitter, weißt du noch? Gewitter bringen den Strand immer völlig durcheinander.« »Deshalb.« »Ich dachte, es könnte eine Unterströmung geben, und abends konnte man sowas nicht sehen.« »Deshalb wolltest du mich nicht ins Wasser lassen.« Douglas Jeffers nickte. »Aber der alte Mistkerl hat gesagt, wir wären Mem. Er hat bekommen, was er verdiente.« Martin Jeffers zögerte. »Wir hätten ihn retten können, Doug. Die Unterströmung war nicht schlimm, aber er hat dagegen angekämpft. Wir waren viel stärker als er, viel stärker. Wir hätten ihn gerettet, aber du wolltest es nicht. Du hast mich am Strand festgehalten und gesagt, er ist selbst schuld. Lass ihn verrecken. Ich erinnere mich genau. Du hast mich festgehalten, und ich hab gehört, wie er um Hilfe geschrien hat. Du hast mich so lange festgehalten, bis wir nichts mehr von ihm hörten.« Douglas Jeffers lächelte. »Das war wohl mein erster Mord. Gott, war das einfach!« Er sah seinen Bruder an. Im Grunde war es jedes Mal leicht. »Hat dich das dazu gebracht?« Wollte Martin Jeffers wissen. Douglas Jeffers zuckte die Achseln. »Frag Boswell. Steht alles in ihren Notizen.« »Sag du's mir.« »Wieso?« »Weil ich es wissen muss.« »Muss du nicht.« Martin Jeffers schwieg. »Das stimmte.« Nach einer Weile fragte er, »Was hast du also vor?« Douglas Jeffers trat zurück und richtete sich auf. »Habe ich dir doch gesagt, Marty.« »Ich hätte dich an dem Abend loslassen sollen.« »Dann wärt ihr beide ertrunken.« »So wäre es am besten gewesen.« »Das war das letzte Mal, dass ich Mitleid mit jemandem hatte. Weißt du das?« »Nein, das weißt du natürlich nicht.« »An dem Abend habe ich mich um dich gekümmert.« »Es war egal, wie sehr du gestrampelt hast und wie sehr er geschrien hat.« »Ich habe dich nicht ins Wasser gelassen, um den Mistkar zu retten.« »Ich habe dir an dem Abend das Leben gerettet.« »Ich habe dir all diese guten, schlechten, traurigen Jahre beschert.« »Du bist abgeschlagen, die Zeit ist um.« »Alles wird rauskommen. Das Versteckspiel ist vorbei.« »Ich tue im Grunde nur, was ich vor Jahren hätte tun sollen.« »Ich lass dich in dein eigenes Verderben rennen.« Er schwieg. »Mag sein, dass du ihn gerettet hättest. Er hatte es nicht verdient.« »Du vielleicht schon.« »Es wäre schön für dich gewesen, etwas Tapferes zu tun.« »Aber du hattest keine Chance.« Douglas Jeffers holte Tiefluft. »Du wirst auch keine mehr bekommen.« Er hob die Waffe und zielte auf seinen Bruder. »Wahrscheinlich hegst du die irrige, romantische Vorstellung, das wäre schwierig.« sagte Douglas Jeffers trocken. »Ist es nicht.« Er drückte ab. Das Echo des Schusses breitete sich über das schwarze Wasser aus und erhob sich in den Sternenhimmel. Detective Mercedes Baron rannte zum Ufer zurück und starrte in die tintenschwarze Nacht, zu dem Haus direkt ihr gegenüber, aus dem der Schuss gekommen war. Sie spürte, wie die kleinen Wellen ihr durch die Turnschuhe hindurch an den Zähnen leckten. Ihr drehten sich sämtliche Eingeweide um, und es schrie in ihrem Kopf. »Keine Zeit, keine Zeit! Es passiert in diesem Moment, ich weiß es!« Beim Anblick des Wassers stieg ohnmächtige Wut in ihr auf. »Ich kann nicht schwimmen!« »Oh mein Gott, ich kann nicht schwimmen!« »Vielleicht ist es ja nicht tief!« Versuchte sie, sich einzureden. Sie wusste, dass es gelogen war. Sie machte einen zögerlichen Schritt ins Wasser. Augenblicklich wurde ihr eiskalt in der Brust. Sie fühlte, wie sich eine schwarze Zentnerlast über sie legte und ihr die Luft wegblieb. Sie drehte sich um und blickte auf den langen Weg durch den Wald. »Keine Zeit!« »Ich bin hundert Meter vom Ziel entfernt,« dachte sie. »Es hätten ebenso gut Millionen Meilen sein können.« Die Mischung aus Entschlossenheit und Panik erfüllte sie mit Verzweiflung und dem glühenden Wunsch, es doch noch zu Ende zu bringen. »Ich komme darüber,« beschwor sie sich zwischen zusammengebissenen Zähnen, »koste es, was es wolle.« Aber sie wusste nicht, wie. Sie drehte sich erneut um und suchte das Ufer ab. Der Mond spiegelte sich in der sich kräuselnden Fläche und strich mit seinem fahlen Licht über bizarre Formen und Gestalten. Sie entdeckte etwa fünfzig Meter von ihr entfernt unmittelbar am Wasser etwas Langes, Schmales. Sie machte einen zögerlichen Schritt, dann einen zweiten. Sie wagte nicht der Hoffnung, einen Namen zu geben. Ein Boot. Gleichzeitig feuerte sie bereits Befehle ab, und ehe sie wusste, was sie tat, rannte sie schon hinüber. Mit jedem Schritt wurde dieses etwas größer, bis sie ganz sicher war, dass sie eine Jolle vor Augen hatte. »Ich komme,« dachte sie. »Danke, danke!« Sie hastete hinüber und packte das Boot an der Seite. Dann hielt sie jäh inne. Es gab keinen Motor, keine Ruder, nur einen einzigen Mast ohne Segel. Sie weigerte sich der Enttäuschung, die in ihr aufschoss Raum zu geben, und huschte an die Spitze des Bootes. Es war mit einer Kette an einem Pfosten im Sand festgemacht. An der Kette befand sich ein Vorhängeschloss. Sie sackte auf den Sand und konnte die Tränen nicht länger unterdrücken. Sie glaubte nicht, dass sie mit den Launen des Schicksals noch länger fertig wurde. »Alles geht schief«, stellte sie fest. »Alles. Von Anfang an ist alles gründlich schief gegangen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Gott, ich hab's wirklich versucht. Ich hab alles daran gesetzt.« Sie starrte erneut auf die Lichter jenseits des Wassers. »Er wird entwischen. Noch nie bin ich so nah an ihn herangekommen wie heute. Aber auch diesmal hab ich verloren.« »Ich hab verloren.« Sie legte den Kopf auf die Arme und lehnte sich gegen das Dollboard des Bootes. »Es tut mir leid«, sagte sie erneut. Das Boot schimmerte im weißen Licht und sie sah, wie in der Ecke des Rumpfs die Kante von etwas Weißem leuchtete. Neugierig richtete sie sich auf. Mit einem leisen Hoffnungsschimmer griff sie nach dem Gegenstand und sah, dass es sich um ein Plastikkissen handelte. Es hatte beidseitig eine Schlaufe. Ihre Hände zuckten. Ein Schwimmkissen. Sie blickte zum Haus hinüber, wo Douglas Jeffers zweifellos im Aufbruch begriffen war, um sich für immer ihrem Zugriff zu entziehen. »Und das wäre es dann«, stellte sie fest. »Das hier ist deine letzte Chance.« Sie starrte auf das Wasser, das sich bodenlos und in kleinen Wellenkräuseln vor ihr erstreckte. Sie dachte an ihre Nichte und daran, wie anmutig und furchtlos sie sich im blauen Wasser ihres Pools bewegt hatte. »Oh Gott«, stöhnte sie. Sie dachte an die grünen, aufgewühlten Massen, die rings um sie tobten, sie niederdrückten und die Luft aus ihrer Kinderlunge drückten. Sie dachte an den Schwur des kleinen Mädchens, den die Erwachsene bis jetzt gehalten hatte. Jeder Albtraum ihres Lebens stürzte über sie herein. Ihr ganzer Körper wehrte sich und brach ein heftiges Zittern aus. »Ich kann nicht«. Sie erinnerte sich, wie ihr Vater durch das dunkle Haus an ihr Bett getappt war, um sie zu trösten, wenn sie von einem Albtraum aufgeschreckt worden war. Er hatte ihr mit seinen großen Händen die Schläfen massiert und versichert, er würde die bösen Träume schon aus ihrem Kopf vertreiben. Nach einer Weile hatte er dann mit einer Hand hoch über ihren Kopf gegriffen, als hätte er den Übeltäter festgepackt. »Auf nimmerwiedersehen, schlechte Träume! Weg mit euch!«, hatte er leise gerufen, tief Luft geholt und die beängstigenden Kindergedanken fortgeblasen. Sie erinnerte sich, wie sie ihrer Nichte genau auf die gleiche Art die Stirn gestreichelt hatte, damit sie unbeschwert schlafen konnte. Sie holte tief Luft und atmete langsam aus. »Weg mit dir, Albtraum!« »Weg mit dir,« befahl sie. Sie trat näher ans Wasser. »Ich kann nicht!«, wiederholte sie. Trotzdem steckte sie die Arme in die Schlaufen des Gissens und schob die Pistole in den Gürtel. »Ich kann nicht schwimmen!« Sie spürte, wie das Wasser um ihre Knöchel schwappte. Während der ersten zwanzig Meter berührten ihre Zähne den Grund, und sie fasste Vertrauen. Beim einundzwanzigsten Meter stießen ihre Beine plötzlich ins Leere, und Panik erfasste sie. »Weiter!«, brüllte sie sich an. »Immer weiter!« Sie paddelte sacht mit den Armen und trat gleichmäßig mit den Beinen. »Du kannst es schaffen!«, versicherte sie sich. Eine Welle schlug ihr ins Gesicht. Sie verlor das Gleichgewicht und schwankte heftig. Sie zuckte, schlug wild mit den Armen um sich und versuchte, die Kontrolle wiederzuerlangen. Erneut traf sie eine Welle. Sie kam ins Rutschen und hatte das Gefühl, von ihrem Kissen zu gleiten. Blanke Panik wollte sie ergreifen, und sie setzte alles daran, die Oberhand zu gewinnen. Doch jede noch so kleine Bewegung machte es nur noch schlimmer, und sie tanzte haltlos auf dem schwarzen Wasser. Sie krampfte sich in das Kissen, doch es bäumte sich auf und drohte sie abzuwerfen. Sie wollte schreien und brachte kein Laut hervor. Eine kleine Welle schwappte über sie hinweg, und sie hatte das Gefühl, als ob ihr alles entglitt. »Nein! Nein! Nein!«, schrie es in ihr. In diesem Moment drehte sie sich wie eine Schildkröte auf den Rücken und sank unter Wasser. »Oh mein Gott! Ich sterbe!« Es war, als zerrten die Massen sie nach unten, und sie kämpfte dagegen an. Wie ein heimtückischer Liebhaber schloss das Wasser sie in die Arme, presste ihr die Luft aus der Brust, drehte und wendete sie, bis sie nicht mehr wusste, wo oben und unten war. »Wo ist Luft?« »Hilfe! Hilfe! Oh Gott, bitte, lass mich nicht ertrinken!« Allein in der Dunkelheit schlug sie um sich und kämpfte wie eine Löwin gegen den drohenden Tod. »Nein! Ich lasse es nicht dazu kommen! Nicht so! Susan! Gott, hilf mir! Susan, nein!« Plötzlich kam ihr der seltsame Gedanke, dass es vollkommen absurd wäre, so kurz vor dem Sieg zu starben, und in dem Bruchteil einer Sekunde, in dem ihr Verstand über die Panik siegte, dachte sie, »Gib nicht auf!« Und sie gab nicht auf. Im Vakuum der Angst schaffte sie es, sich in das Schwimmkissen zu klammern. Mit letzter Kraft und dem verzweifelten Wunsch zu leben, stemmte sie sich darauf. Sie kämpfte damit und merkte, wie es unter ihrer Brust festen Halt fand. Das Kissen drückte sie hoch, und im nächsten Moment stieß ihr Kopf durch die Wasseroberfläche. Sie begriff nicht recht, wie es passiert war, schnappte nur dankbar nach Luft und ruhte sich kurz aus. Ihr Blick war auf das Haus gerichtet. Es war näher als zuvor. »Ich komme nach wie vor«, drohte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Während sie sich voranarbeitete, bot sich ihr ein außergewöhnlicher Anblick. Sechs gespenstisch weiße Schwäne flogen kaum mehr als ein Meter über dem Wasser direkt über ihren Kopf hinweg, als wollten sie ihr die Richtung weisen. Sie beobachtete, wie die Vögel in die Höhe stiegen und mit schimmernden Flügeln über dem Haus abdrehten, um im nächtlichen Himmel zu verschwinden. »Susan«, murmelte sie wie von Sinnen, »ich komme.« In diesem Moment wurde ihr bewusst, dass sie dabei war, den Verstand zu verlieren. »Vielleicht bin ich ja schon tot«, dachte sie. »Vielleicht träume ich das alles bloß. In Wahrheit bin ich tot, irgendwo unter Wasser, und das hier ist die letzte Wahnvorstellung vor dem Eintritt ins Nichts.« Sie paddelte weiter und reckte sich mit jeder Muskelfaser dem rettenden, gefahrvollen Ufer entgegen. »Nun«, knurrte Douglas Jeffers schroff, »das ist hier wohl eine Leere.« Martin Jeffers starrte in höchster Panik mit aufgerissenen Augen geradeaus. Es roch nach Kordit und Pulver, und der Schuss heilte ihm noch in den Ohren. Er wagte nicht, sich umzudrehen und die Wand zu inspizieren, in die vielleicht dreißig, vierzig Zentimeter über seinem Kopf das Geschoss eingeschlagen war. »Jetzt weißt du es«, sagte Douglas Jeffers. »Jetzt weißt du es.« »Weiß ich was«, dachte Martin Jeffers. Er erwiderte nichts. Douglas Jeffers drehte sich um und trat an die Schiebeglastür, von wo aus er übers Wasser blickte. Er rührte sich nicht und schien die Nacht mit allen Sinnen aufzusaugen. Martin Jeffers blinzelte und holte tief Luft, als wollte er jeden Zweifel ausräumen, dass er noch am Leben war. Er betrachtete seinen Bruder. Er hat Recht. Er hat keine Wahl. »Ich würde dich nie verraten«, beteuerte Martin Jeffers. »Doch würdest du«, »Douglas Jeffers gab ein trockenes, schnaubendes Lachen von sich. »Dir bliebe gar nichts anderes übrig, Marty. Sie würden dich zwingen. Du würdest dich zwingen.« »Ich kann etwas für mich behalten. In meinem Beruf«, der ältere Bruder fiel ihm ins Wort, »das hier ist nicht beruflich.« »Aber es gibt eine Menge Familien mit einem großen, dunklen Geheimnis, das sie streng hüten. »Die Literatur ist voll davon. In Dutzenden Romanen und Theaterstücken. Wieso sollte ich...« Douglas Jeffers ließ ihn den Satz nicht zu Ende bringen. »Ich bitte dich, Marty«, seufzte er mit einem gequälten Lächeln. Er schwieg einen Moment, bevor er weitersprach. »Außerdem würde es sowieso dein Leben ruinieren. Denk drüber nach. Niemand könnte ein solches Wissen über den eigenen Bruder ewig mit sich herumschleppen. Es würde dir wie eine fiese Ratte an den Eingeweiden nagen. Nein, du würdest es jemandem sagen. Und dann würde sie mich finden.« »Wie denn?« »Das fiel ihr ziemlich leicht. Man sollte nie unterschätzen, wozu Wahnsinn und Rache einen Menschen treiben können.« Martin Jeffers sagte nichts. Er wusste, dass es stimmte. Schweigen legte sich über den Raum. »Und?«, fragte Martin Jeffers nach einer Weile. Er war vollkommen verwirrt. Er hörte seine eigene Stimme, doch es kam ihm so vor, als hätte jemand anders den Befehl erteilt zu sprechen. »Was redest du da?«, fragte er sich. »Was soll das eigentlich? Verfluch doch mal Schluss damit!« Doch seine Stimme fuhr ungerührt fort. »Dann wirst du mich wohl oder übel töten müssen.« Douglas Jeffers wandte den Blick nicht von der Tür. Sein Schweigen war seine Antwort. »Was ist mit Boswell?«, wollte Martin Jeffers wissen. Wieder reagierte sein Bruder nicht. Anne Hampton starrte die beiden Brüder an und dachte, das ist das Ende. Er braucht keinen mehr. Er hat die Notizbücher. Er hat ein neues Leben. Sie versuchte, ihren Körper mit aller Willenskraft in Bewegung zu setzen. »Lauf weg!«, dachte sie. »Versuch zu fliehen!«, doch sie konnte es nicht. »Ich weiß, dass ich es kann!«, beschwor sie sich in Gedanken. Sie biß die Zähne zusammen und ballte die Hände zu Fäusten. Sie senkte den Blick und sah, dass sich ihre Knöchel über dem Stift weiß verfärbten. Sie stieß ihn in die andere Hand. Eine Woge der Qual spülte über sie hinweg. »Noch bist du am Leben!«, schrie sie sich an. »Es tut weh, und du lebst!«, Sie warf einen Blick zu jedem der Brüder und langsam sagte sie in Gedanken. »Ich heiße Anne Hampton. Anne, mit einem E am Ende. Ich bin zwanzig Jahre alt und besuche die Florida State University. Ich hab meinen ersten Wohnsitz in Colorado und studiere Anglistik am Hauptfach, weil ich Bücher liebe. Ich bin ich!«, sie wiederholte das ein ums andere Mal. »Ich bin ich! Du bist du! Wir sind wir! Ich bin ich!«, Martin Jeffers betrachtete seinen Bruder und merkte, wie in ihm bei dem Gedanken an das, was er möglicherweise gleich tun würde, die blanke Angst aufstieg, und bei dem Gedanken an das, was aus ihm geworden war, die blanke Verzweiflung. »Duck, wieso bist du so geworden? Und wieso ich nicht?«, Douglas Jeffers zuckte die Achseln. »Woher soll ich das wissen? Vielleicht war es der Altersunterschied. Ein paar Monate können bedeuten, dass man die Dinge anders sieht. Es ist, als wenn du zehn Leute auffordern würdest, dieselben Ereignisse wiederzugeben, die sie alle miterlebt haben. Jeder wartet mit einer leicht verzerrten Fassung auf.« »Wieso sollte das bei Brüdern anders sein?«, er lachte. »Ich bin eben eine leicht verzerrte Fassung.« »Das tut mir leid«, sagte Martin Jeffers. »Du kannst mich mal, kleiner Bruder«, entgegnete Douglas Jeffers. »Meinst du denn, ich wollte nicht so sein, wie ich bin?« Er drehte sich um und blickte seinen Bruder an. »Ich gehöre zu den größten aller Zeiten«, er deutete auf Anne Hampton. »Sie kann es dir bestätigen.« Douglas Jeffers wandte sich wieder seinem Bruder zu. »Dich wird man vergessen. Mich? Niemals.« In Douglas Jeffers tobte es. Sein Bruder sollte nicht sehen, dass er hin- und hergerissen war, und deshalb kaschierte er den inneren Widerstreit mit den gemeinsten Worten, die er sich denken konnte. »Es ist alles verdorben«, dachte er. »Dabei lief bis zu dem Moment, als er vor der Tür stand, alles so gut.« »Er sollte es erst erfahren, nachdem ich verschwunden wäre. Verdammt! Diese verdammte Polizistin!« Er kehrte seinem Bruder den Rücken, damit der Jüngere nicht die Unsicherheit in seinen Augen sah. Ihn bestürmten plötzlich hunderte von Bildern aus ihrer Kindheit. Er dachte an die Nacht in New Hampshire. Er dachte an all die Nächte, in denen er zu seinem Bruder ins Bett gekrochen war, um den weinenden Jungen so gut wie möglich zu trösten. »Ob er es noch weiß?«, fragte sich Douglas Jeffers. »Erinnert er sich an all die Wiegenlieder und Gute-Nacht-Geschichten? Und daran, wie ich ihn in den Schlaf geschaukelt habe?« »Weiß er nicht, dass ich ihn im Sand festgehalten habe, damit er nicht ins Wasser läuft und stirbt?« »Der Mann hätte uns beide umgebracht, wenn es nach ihm gegangen wäre. Aber ich habe ihn beschützt. Ich habe ihn immer beschützt. Selbst wenn ich ihn aufgezogen oder mich lustig gemacht habe. Auch dann noch, als ich wusste, was für ein Mensch aus mir wird. Ich habe mich immer um ihn gekümmert, weil er immer der gute Teil von mir gewesen ist.« Er musste innerlich lachen. »Da irren die Gelehrten«, dachte er. »Selbst Psychopathen haben noch ein paar Gefühle übrig, wenn man nur tief genug gräbt.« Sein nächster Gedanke war »Oder auch nicht«, er legte für einen Moment das Leben seines Bruders und sein eigenes auf eine innere Waage. »Einer von uns fängt heute Nacht neu an. Einer von uns stirbt. Eine andere Möglichkeit sah er nicht.« Er starrte wieder hinaus über den dunklen Teich. »Weißt du, immer wenn wir im Sommer hier draußen waren, habe ich es geliebt«, erzählte er. »Es war immer so verdammt wild und schön. Er sah plötzlich etwas Weißes aufblitzen und einen Schwarm Schwäne über die Wasserfläche huschen. »Ist dir das auch aufgefallen?«, fragte er. »Alles ist wie damals. Sogar die Schwanenfamilie auf dem Teich.« »Nichts ist so wie damals«, widersprach Martin Jeffers. Doch sein Bruder hörte ihn nicht, da seine Aufmerksamkeit plötzlich von etwas anderem in Anspruch genommen war. Es fühlte sich an, als hätte ihm jemand einen glühend heißen Pflock durch den Leib gejagt. Douglas Jeffers erstarrte, als sein Blick sich in die Gestalt einbrannte, die sich dort in der Dunkelheit aus dem Wasser kämpfte. Eine Sekunde lang war er verwirrt. »Was zum Teufel ist das?«, fragte er sich. Im nächsten Moment wusste er es. »Sie ist da.« Er wirbelte herum und richtete die Automatik auf seinen Bruder. »Boswell, den Strick und das Klebeband!« Anne Hampton war nicht in der Lage, sich dem Befehl zu widersetzen. Sie packte die Tasche mit der Ausrüstung und brachte sie so schnell sie konnte zu Douglas Jeffers. »Marty, jetzt mach keine Dummheiten. Streck deine Hände aus, damit ich sie fesseln kann.« Martin Jeffers ahnte Schlimmes und fügte sich unwillkürlich wie jeder andere jüngere Bruder. Er spürte, wie ihm die Stricke in die Gelenke schnitten. Er wollte sich beschweren, doch bevor er ein Wort herausbekam, hatte ihm sein Bruder mit Klebeband den Mund verschlossen. Er sah auf und wollte ihm sagen, »Ich will nicht wie ein Tier in Fesseln sterben!« Doch sein Bruder war zu schnell und er konnte keinen Blickkontakt herstellen. »Boswell, bleib da stehen! Rühr dich nicht vom Fleck, egal was passiert! Rühr dich nicht vom Fleck!« Anne Hampton erstarrte und wartete. Douglas Jeffers sah sich noch einmal kurz um und schlüpfte zur Gartentür hinaus in die Dunkelheit, die in das Licht des Wohnzimmers drängte. Eine Sekunde lang blieb er auf der Veranda stehen und blickte zum Wasser hinunter, wo er die Gestalt gesehen hatte. Dann schaute er blitzschnell in alle Richtungen. Ihm kam eine Idee und er brachte sich in Position. Als sie mit den Zehen wieder Boden berührte, schoss eine Woge der Erleichterung durch ihren ganzen Körper. Sobald Detective Mercedes Barron begriff, dass sie das seichte Ufer erreicht hatte, drängte sie voran. Sie richtete sich auf und verweilte einen Moment, den Blick dankbar nach oben gerichtet, während die Tropfen wie nach einer Tränenflut von ihrem Körper perlten. Sie wartete durchs Wasser und versuchte, so wenig Lärm zu machen wie möglich. Dann warf sie sich in den Sand. Sie grub die Hände hinein und genoss es, dass die feste Materie ihr wie ein kostbares Gut durch die Finger rieselte. Sie gönnte sich einen kurzen Moment der ungezügelten Freude und Erleichterung. Dann holte sie noch einmal Luft und flüsterte. Das war der leichte Teil. Sie kniete sich hin und orientierte sich. Dann stand sie auf und lief geduckt bis an den Rand des Gebüschs, wo sie sich hinter dem dichten, knorrigen Geäst des Ufergestrüpps versteckte. Sie sah zwar Lichter im Haus, konnte aber von ihrer Position aus niemanden erkennen. Sie zog die Waffe aus dem Gürtel und machte sich auf den Weg. Sie kroch durchs Gebüsch. Die Nacht ringsum schien voller Leben. Sie hörte ein kleines Tier weghuschen, vielleicht ein Stinktier oder eine Besamratte, übertönt vom unablässigen, ohrenbetäubenden Zirpen der Zikaden. Trotzdem musste sie leise sein, um unbemerkt zu bleiben. Sie pirschte sich langsam und weiterhin halbgeduckt an das Haus heran. Sie blieb einmal stehen, um zu überprüfen, ob ihre Pistole einsatzbereit, also entsichert und vollgeladen war. Nicht zögern, befahl sie sich zum Abertausendsten Mal. Schieß, wenn sich die Gelegenheit bietet. Sie sehnte sich nach irgendeinem Geräusch vom Haus. Doch es blieb still. Sie schlich geduldig und stetig weiter. Der Tod hatte keine Eile. Er bewegt sich im eigenen Takt. Sie erreichte den äußeren Rand der Holzveranda und hob den Blick langsam über die Kante. An den Gartenstühlen vorbei konnte sie ins Wohnzimmer blicken. Sie sah, dass die Schiebetür einladend weit geöffnet war. Also gut, sagte sie sich. Dann wollen wir mal. Sie hiefte sich auf die Veranda hoch und hatte dabei das Gefühl, als müsste jedes noch so kleine Knarren wie Alarmglocken durch die Dunkelheit schrillen. Immer noch in der Hocke kam sie behutsam auf die Füße. Jetzt allerdings legte sie die Hände auf die Pistole und konzentrierte sich. Sie staunte selbst darüber, dass sie so wenig Angst empfand. Ich bin ruhig. Ich bin totenstell. Sie huschte neben die Gartentür. Sie holte Tiefluft. Dann spähte sie langsam um die Ecke. Sie war augenblicklich verwirrt. Sie sah Martin Jeffers, gefesselt und geknebelt, direkt gegenüber der Tür sitzen. Sie sah eine junge Frau, die nicht weit von ihm dastand und sich nicht rührte. Den Bruder sah sie nirgends. Sie machte einen zögerlichen Schritt auf die Öffnung zu. Und dann hörte sie die Stimme. Hinter ihnen, Detective. Ihr blieb nicht einmal mehr die Zeit, in Panik zu geraten. Ich bin tot, dachte sie. Dennoch wirbelte sie herum und zielte mit der Waffe in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Sie erhaschte einen kurzen Blick auf eine Gestalt, die auf einer der Liegen im Garten ausgestreckt war. Dann explodierte alles vor ihren Augen, als Douglas Jeffers schoss. Der Schmerz durchfuhr ihren ganzen Körper. Die Wucht, mit der der Schuss sie ins rechte Knie traf, ließ sie wie einen Kinderkreisel herumwirbeln und schleuderte sie rücklings ins Wohnzimmer, wo sie sich verzweifelt voller Qual am Boden wälzte. Ihre eigene Waffe war ihr aus den Fingern gerutscht und quer durch den Raum über den Boden geschlittert, während sie sich hilflos krümmte. Sie kniff die Augen zu und dachte, ich habe versagt. Sie öffnete sie wieder, als sie die Stimme über sich hörte. Ist sie da, Smarty? Boswell, nimm meinem Bruderherz das Klebeband vom Mund, damit er antworten kann. Douglas Jeffers stand über Mercedes-Baron. Ich ziehe den Hut vor Ihnen, Detective. Würde ich zumindest, wenn ich einen besäße. Holdoverholzer fluchte, als der große Ford den Feldweg hinunterholperte. Als er die Weggabelung erreichte, blieb er stehen und war drauf und dran, aufzugeben. Verdammt, dachte er. Welcher ist noch gleich dieser verfluchte Weg? Ach, muss der blaue Pfeil sein. Er nahm sich vor, alle Hausbesitzer am Great Pond von Tisbury davon in Kenntnis zu setzen, dass sie sämtliche Zufahrtswege klar und deutlich mit Namen und Adressen markieren müssten. Verdammt, fluchte er wieder. Alle zehn Meter änderte er seine Meinung. Was zum Teufel soll das werden, Hold, knurrte er. Nenn mir einen vernünftigen Grund, wieso du mitten in der Nacht hier draußen im Paradies der Reichen herumkutschierst. Yeses, Maria und Josef, kann nur hoffen, dass der Stadtrat nichts von diesem kleinen Ausflug erfährt. Du solltest schleunigst umkehren und nichts wie nach Hause, bevor du dich vollends zum Narren machst. Seine kleine Standpauke tat ihm gut. Er fuhr weiter. Als er den Wald hinter sich gelassen hatte und ins Freie kam, fühlte er sich noch ein bisschen besser. Na ja, so spät ist es ja auch wieder nicht. Und selbst wenn nichts ist, wird sie deine Sorge wahrscheinlich zu schätzen wissen. Verdammt, schließlich ist die Polizistin, sie wird es verstehen. Er lachte. Vielleicht. Er blieb stehen, stieg aus und blickte in die Sternen übersäte Nacht. Hoffen wir mal, dass du hier richtig bist, Hold, alter Knabe, sonst siehst du ganz schön alt aus. Er wollte gerade wieder in den Wagen steigen, da hörte er einen Schuss. Was? Was war das denn? Fragte er sich. Was zum Teufel war das? Er beantwortete seine Frage selbst. Das klang mir nach einer Handfeuerwaffe. Verdammt, verdammt! Was zum Teufel geht hier vor? Er stieg wieder ein und fuhr so schnell wie möglich weiter. Martin Jeffers fragte nicht, wie sie sie gefunden hatte. Er sagte nur, es tut mir leid, Merce. Er merkte, dass er sie zum ersten Mal beim Vornamen nannte. Es tut mir leid, dass sie uns gefunden haben. Aber schlau, sehr schlau. Verraten Sie mir doch, wie. Was war es? Wie sind Sie darauf gekommen? Warf Douglas Jeffers ein. Es war etwas, das einer von Ihnen gesagt hat, stöhnte sie. Einer von wem? Martin Jeffers beantwortete die Frage für sie. Sie muss mit meiner Gruppe gesprochen haben. Denen verdanke ich selbst die Idee, hierher zu kommen. Douglas Jeffers sah seinen Bruder an. Wir sind alle Lost Boys, meinte er. Dann wandte er sich der Polizistin zu. Schlau, wirklich schlau. Vor Schmerz wandte sie sich auf den Boden. Sie wünschte sich, sie könnte ihn trotzig ansehen, doch die Schmerzen, die ihr wie eine endlose Reihe von Stromschlägen durch den Körper fuhren, ließen tapfere Blicke nicht zu. Sie merkte, dass ihr Tränen in den Augen standen. Und sie dachte wieder, ich hab's versucht. Es tut mir leid, ich hab mein Bestes gegeben. Douglas Jeffers richtete seine Automatik auf ihren Kopf. Das ist, als ob man ein Pferd mit einem gebrochenen Bein erschießt. Er zögerte. Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekunden, Detective. Heißen Sie den Tod willkommen. Sie schloss die Augen und dachte an Susan, an ihren Vater, an John Barron. Es tut mir leid, sagte sie. Es tut mir so unendlich leid. Ich würde mich gerne von euch allen verabschieden, aber mir bleibt nicht genügend Zeit. Sie hoffte plötzlich, dass es einen Himmel gab und dass die Schmerzen sie direkt hinaufkatapultierten. Sie spannte die Muskeln an und sagte stumm, ich bin bereit. Der Knall erfüllte sie ganz. Ihr kreiste es rot und schwarz im Kopf und sie verlor jede Kontrolle. Ich starbe, dachte sie. Dann merkte sie, dass sie sich irrte. Sie öffnete die Augen und sah, dass Douglas Jeffers die Pistole im Anschlag, aber nicht abgefeuert, immer noch über sie gebeugt stand. Während sie zu ihm hinaufstarrte, schien er in Zeitlupe zurückzutreten. Wie im Fieberwahn ließ sie den Blick durchs Zimmer rasen. Die junge Frau stand nur wenige Meter entfernt. In den hochgestreckten Händen hielt sie Detective Barron's große Pistole. Boswell! Douglas Jeffers Stimme klang aufrichtig erstaunt. Ich fass es nicht. Er sah an sich herunter und entdeckte den roten Streifen an seinem Hemd. Der Schuss hatte ihn an der Seite getroffen und an seiner Taille das Fleisch zerfetzt, bevor die Kugel irgendwo draußen in der Nacht ins Leere flog. Er wusste sofort, dass es keine tödliche Wunde war. Schmerzhaft, ja, aber nicht lebensbedrohlich. Und im selben Moment wusste er, dass er ihn getötet hatte. Er wurde von einer Woge widerstreitender Gefühle erfasst. Ich kann nicht ins Krankenhaus, dachte er. Ich kann wohl kaum in die nächstbeste Notaufnahme hineinspazieren und sagen, »Hört mal, fliegt mir mal eben diese Schusswunde, aber stellt keine Fragen!« Wie der Blitz traf ihn die schlichte, beinahe lächerliche Erkenntnis. Es ist vorbei. Durch einen schlecht gezielten Schuss von einem verwirrten Kind. »Boswell«, sagte er freundlich, »du hast mich umgebracht.« Er hob die eigene Waffe und zielte auf Anne Hampton. Sie schnappte nach Luft und ließ Detective Barron's Waffe aus den Fingern gleiten, sodass sie scheppern zu Boden fiel. »Ich hab's versucht«, dachte sie. »Ich hab's versucht!« Detective Barron sah, wie die junge Frau die Hände sinken ließ und sich wie gelähmt in ihr Schicksal fügte. Sie sah, wie Douglas Jeffers zielte und jeden Moment abdrücken würde. Es war, als braute sich alles, was ihr widerfahren war, in dieser einen Sekunde zusammen und verbündete sich mit ihren letzten Kräften, um die Schmerzen zu überwinden. »Nein! Nein! Nein, Susan, lauf weg! Ich rette dich!« Und sie wusste, dass sie es diesmal konnte. Sie konnte es. Sie konnte es. Sie robbte so schnell wie möglich und mit jeder Spur von Muskelkraft, die ihr geblieben war, über den Boden. Sie griff nach dem Bein des Mörders, um ihn zu Fall zu bringen. »Lauf weg!« schrie sie wieder und war jetzt für alles unempfindlich. Sie spürte nur noch die Qualen, die ihr monatelang keine Ruhe gelassen hatten. »Susan!« stöhnte sie, als sie die Hände nach vorne warf und mit den Fingernägeln auf den Mann losging, dem sie so lange auf den Fersen gewesen war. Martin Jeffers warf sich, obwohl immer noch gefesselt, aus dem Sessel. Er schrie, »Nein! Nein!« Während er vorwärts taumelte, auf die Knie fiel, sich aufrappelte und wieder nach vorne stürzte, als sein Bruder mitten in seiner tödlichen Handlung so seltsam innehielt. Martin Jeffers warf sich vor die junge Frau. Dann drehte er sich zu seinem Bruder um. »Nein, Doug!« sagte er. »Es ist genug!« Die beiden Brüder blickten sich an. Martin Jeffers sah, wie die Augen seines Bruders vor Zorn aufflackerten und dann plötzlich erloschen. »Bitte!« Douglas Jeffers trat die Waffe immer noch auf Anne Hampton und damit ebenso auf seinen Bruder gerichtet zurück. Er sah zu der Polizistin hinunter, die am Boden lag. »Bitte!« Er hörte die Stimme und dachte an all die hilflosen Momente in ihrer Kindheit, wenn Martin ihn rief und ihn neben sich brauchte. Douglas Jeffers zögerte wieder. Er legte die Hand an seine Seite und hielt sie sich blutverschmiert vor die Augen. Er hörte das Wort »Bitte!« noch ein letztes Mal. Dann drehte er sich um und verschwand durch die Tür. Holt Overholzer kam die Einfahrt zum Haus am Fingerpoint heruntergeschossen und sah den Mann, der aus der Eingangstür stürmte. Er schaltete das Signallicht auf dem Wagendach an. Als Holt heftig auf die Bremse trat, sah er, wie der Mann sich umdrehte und gezielt in Schusshaltung überging. »Gesses, Maria!« brüllte Holt und duckte sich, als die Windschutzscheibe explodierte. »Heilige Mutter Gottes!« Er kramte nach dem eigenen Dienstrevolver, als ihm der schreckliche Gedanke kam, dass er dieses Jahr vergessen haben könnte, das verdammte Ding zu laden. Er hielt sich nicht damit auf, nachzusehen, sondern sprang die Waffe bedrohlich in der Hand aus dem Wagen und gab vier Schuss auf den Flüchtling ab. Der erste streifte die Motorhaube des alten Fort und machte dabei ein Geräusch wie eine rollige Katze. Der zweite schlug drei Meter vor dem Wagen in den Boden ein. Der dritte krachte in das Haus mit den Menschen, die er, ohne es zu wissen, zu schützen versuchte, und der vierte flog in die leere Nacht. »Du lieber Himmel!« fluchte Holt. Er versuchte mit aller Macht, sich ins Gedächtnis zu rufen, was man ihm in der Ausbildung beigebracht hatte, und endlich fiel es ihm ein. Er grätschte die Beine, ging ein wenig in die Knie, fasste die Waffe mit beiden Händen, bereit, in Aktion zu treten. Doch dafür gab es keine Notwendigkeit mehr. Vor ihm lag nur endlose Nacht. »Gütiger Himmel!« rief Holt. Er rannte zum Haus. Falls die Polizei Tisbury für derartige Vorkommnisse irgendwelche Verfahrensregeln kannte, so stammten sie mit Sicherheit aus Holtes eigener Feder. Doch sie hatte keine, und so stürmte er die Waffe schussbereit behatzt ins Haus. Was ihn dort erwartete, verwirrte ihn noch mehr. Anne Hampton hatte Martin Jeffers Hände befreit, und zusammen halfen sie Detective Barron auf die Couch. »Pimmelarsch und Zwirn!« entfuhr es Holt laut. Anne Hampton deutete auf das Zimmer hinter ihm. »Da drin ist die Familie Simmons. Helfen Sie denen!« Holt stürzte zur Tür und sah die Familie gefesselt und geknebelt. Er beugte sich zu Mrs. Simmons herunter und band sie los. »Befreien Sie Ihre Familie!« befahl er. Dann lief er wieder ins Wohnzimmer zurück. Anne Hampton und Martin Jeffers versuchten, Detective Barron's blutendes Bein zu verarzten. Holt sah das Telefon und griff hastig danach. Er wählte den Notruf und wartete, bis er Lizzie Barrys Stimme hörte. Sie erschien ihm nervtötend ruhig. »Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst?« sagte sie. »Yes, es ist Lizzie! Holt am Apparat! Hier ist was los! Ich sag dir Gott! Ich meine, er hat auf mich geschossen!« »Holt?« erwiderte Lizzie äußerst beherrscht. »Wo genau befindest du dich?« »Gott, ich meine, richtige Schüsse! Ich könnte tot sein! Ich bin unten am Fingerpoint, verdammt!« »In Ordnung, Holt, ganz ruhig. Ist das ein Notfall?« »Pimmel, Arsch und Zwirn!« verhaspelte sich Holt erneut. »Das kann man wohl sagen!« »In Ordnung«, meinte sie. »Die Staatspolizei ist in wenigen Minuten da. Brauchst du einen Krankenwagen?« »Gott, im Himmel, natürlich brauchen wir einen Krankenwagen! Wir brauchen alles! Die Küstenwache, die Staatskorps! Gott, wir brauchen die Marines!« »In Ordnung, Holt, die sind gleich unterwegs!« Lizzie Barry machte sich an die nötigen Telefonate und bald heulten Sirenen durch die Nacht. Martin Jeffers und Anne Hampton saßen links und rechts von Detective Barron. »Halten Sie es noch aus?« fragte Anne Hampton. »Hilfe ist unterwegs!« Detective Mercedes Barron lehnte den Kopf an die Schulter der jungen Frau. Sie nickte. Martin Jeffers wirkte einen Moment verwirrt. »Haben Sie das gehört, Boswell?« wollte er wissen. »Haben Sie gehört, was er gesagt hat?« »Er hat gesagt, Pimmel, Arsch!« Anne Hampton lächelte. »Ja, habe ich gehört«, antwortete sie. Martin Jeffers lachte und legte den Arm um beide Frauen. Sie sahen sich alle drei an. »Ich nehme an, es ist vorbei«, sagte Anne Hampton. Die anderen beiden nickten und alle drei rückten die Köpfe zusammen. Martin Jeffers liefen Tränen über das Gesicht, und im nächsten Moment weinten auch Detective Barron und Anne Hampton, und keine von beiden vor Schmerz, sondern vor unendlicher Erleichterung, die sie alle zugleich erfasste. Als Holt Overhoser die drei Menschen auf dem Sofa sah, war sein erster Verdacht, sie seien übergeschnappt. Sein zweiter Gedanke war, dass die Kollegin von der Kripo mit einer solchen Wunde für den Rest ihres Lebens ein Krüppel sein würde. Dass dies, auf alle drei zutraf, entging dem Chief. Douglas Jeffers ignorierte die Schüsse des Polizisten, der ihm den Weg zum Wagen abschnitt, und rannte über die Landzunge zu der Stelle, an der ein zum Haus gehöriges Boot liegen musste. Er entdeckte zwei Sailfischboote, die auf dem Sand heraufgezogen waren, und ein dunkles Schlauchboot mit einem kleinen Außenbordmotor daneben. Er packte die Ankerleine und binnen Sekunden zeigte das Boot mit dem Bug Richtung Meer. Er bediente die kleine Handpumpe an der Sprittleitung und zog dann am Startkabel. Der kleine Motor stotterte zweimal und sprang an, sodass er den Gang einlegen konnte. Ihm war bewusst, dass der Motorenlärm die Stille der Nacht empfindlich störte. Doch das war nicht zu ändern. Er steuerte das Boot blind aus dem Gedächtnis zu der Stelle, an der nur etwa fünfzig Meter flacher Sandstrand das stille Gewässer des Teichs von der tosenden Meeresbrandung trennten. »Ich hätte sie alle töten können.« Er lächelte. »Das ist Ihnen klar.« Unterwegs überprüfte er den Ladestreifen in seiner Pistole. Er hatte noch sieben Schuss in der neun Millimeter. »Sie hatte dieselbe Waffe,« dachte er für einen Moment. »Vermutlich kein Zufall.« Vor sich sah er einen matt-hell-schimmerten Streifen, der sich quer durch die endlose Nacht zog. Das Brausen der Wellen auf der Meeresseite war jetzt doppelt so laut. Er ließ das Schlauchboot auf den Strand auflaufen und spürte, wie der Sandboden an der Unterseite des dicken Gummis kratzte. Er stellte den Motor aus, damit die Schraube sich nicht in den Sand wühlte. Er stand auf und kletterte aus dem Boot an den Strand. »Es ist so, wie es immer war.« Vom unablässigen Krachen der Wellen am sandigen Ufer wie in Trance versetzt, stand er eine Weile reglos da. »Es ist so stetig, so mächtig,« dachte er. »Wir sind dagegen so klein.« Er bückte sich und packte das Schlauchboot am Bug, um es aus dem Wasser zu ziehen. Von der Anstrengung tat ihm plötzlich die Schusswunde in der Seite weh, die er Anne Hampton verdankte. Er nahm es gleichmütig hin. Mit Mühe zog er das Boot etwa drei Meter über den Sand. »Ich hätte nie gedacht, dass sie dazu fähig ist.« Absurderweise war er irgendwie stolz auf sie. »Ich habe immer gewusst, dass sie eine Menge Kraft besitzt. Sie musste nur noch lernen, sie zu gebrauchen.« Er zerrte das Boot über den Strand. Es machte ein schabendes Geräusch. In bestimmten Bilder von all den Orten, an denen er gewesen war, und von seinen Fotos. »Keiner konnte mir das Wasser reichen,« dachte er. Weit zurückgelehnt zog er das Schlauchboot unerbittlich auf die Brandung zu. »Meine Bilder waren immer die besten, ob in Farbe oder in Schwarz-Weiß. Machte keinen Unterschied. Ich habe immer den entscheidenden Moment getroffen. Sie sagten einem etwas. Sie schrien einem ins Gesicht. Sie erzählten Geschichten.« Als er das Meer erreicht hatte, sank er im seichten Wasser auf die Knie und hielt sich die Seite, während sich ihm im Kopf alles drehte. »Es tut weh, Marty. Es tut weh.« Er riss sich zusammen und stand auf. »Weiter.« Dann begann er zu singen. »Row, row, row your boat, gently down the stream.« Mit jenem Wort wuchtete er sich vorwärts und zog das Boot weiter in den schwachen Sog vom Strand weg in den Ozean. Sobald das Boot auf dem flachen Wasser schwamm, ließ er den Bug los und hielt sich nur noch an der Seite fest. Er sah einen großen Brecher langsam, aber sicher auf den Strand zurollen und eilte voran, um seine Schubkraft zu nutzen. Weißgrünes Wasser wirbelte ihm schäumend um die Hüfte, als er das Boot in die Wellen stieß. Er packte die Seite und schwang ein Bein hinüber. Mit dem anderen schaffte er sich Halt, während er den Bug nach vorne richtete. Dann stieß er sich vom weichen Sand ab und sprang bei der nächsten Woge hinein. Bei seinem Ritt den Wellenkamm hinauf erhaschte er einen Blick auf den Mond, der so tief über dem Wasser hing, dass er zum Greifen nahe schien. Im nächsten Moment tauchte er ins Wellental hinunter und merkte, wie das schäumende Wasser ins Schlauchboot schwappte. Er wirbelte herum und warf den Motor an, indem er am Startkabel zog. Er sprang augenblicklich an und Douglas Jeffers gab Gas, sodass er im richtigen Moment die nächste Welle erwischte, die sich vor ihm erhob und ihn an den Strand zurückzuwerfen drohte. Das Schlauchboot machte einen Satz nach vorn und ließ die brodelnde weiße Masse hinter sich. Er stellte den Handgashebel fest und das Schlauchboot schoss unaufhaltsam voran. Wie von Geisterhand glitt er von einer Sekunde zur anderen jenseits der Brandung über das tiefe, schwarze Wasser und entfernte sich unaufhaltsam immer weiter vom Strand. No Man's Land. Niemands Land, dachte er. Ich wollte schon immer mal nach No Man's Land hinüber. Er ließ den dunklen Streifen der Insel hinter sich und lenkte das Boot hinaus ins offene Meer. Er taxierte das ungefähre Zielgebiet und hielt den Bug in diese Richtung. Er blickte wieder in den Mond und fühlte sich getröstet. Die Eule und das Kätzchen, Juche, fuhren zusammen auf hoher See. Mit einem seligen Lächeln übersprang er ein paar Zeilen und sang weiter, und so tanzten sie Hand in Hand auf dem strahlend weißen Sand, und La-Li-Lu schien der gute Mond dazu. Er dachte an seinen Bruder. Marty hatte Reime geliebt. Er dachte an seine Mutter und fragte sich, was aus ihr geworden war. Aber ihm wurde bewusst, dass sie damals, als sie wegfuhr, in die Nacht hinausgeblickt hatte, wie er jetzt, und die Nacht hatte sie für immer verschluckt. Auf einmal hatte er seinen Adoptivvater vor Augen. »Ich komme, du Bastard!« brüllte er. »Ich komme!« Die Worte halten über die Wellen und wurden von der Nacht geschluckt. Er dachte an das Ende von dessen Kampf mit der Unterströmung, die so beängstigend an ihm gezogen haben musste. Er muss vor Erschöpfung aufgegeben haben. Es war vermutlich so, als fiele er in einen tiefen, schmerzlosen Schlaf. Douglas Jeffers fühlte wieder das Blut und das zerfetzte Fleisch. »Es tut weh«, sagte er. Dann tröstete er sich. »Bis bald vorbei.« Er hatte den Küstenstreifen weit hinter sich gelassen und schloss die Augen. Das Motorengeräusch lullte ihn ein, und das Schaukeln auf den Wellen erinnerte ihn daran, wie man ein Baby wiegt, damit es schlafen kann. »Ich bin müde«, dachte er. »Furchtbar müde.« Es war überaus friedlich, und ihm kam eine Zeile aus einem anderen Kinderreim in den Sinn. »Du bist ja schon müd, deine Flossen tun weh.« Er ließ den Kopf nach hinten sinken und merkte, wie ihn eine große letzte Erschöpfung übermannte. »Schlaf ein in den schützenden Armen der See«, summte er leise. Ihm kam ein Gedanke, der ihn mit trotziger Befriedigung erfüllte. »Sie haben mich nie geschnappt«, stellte er fest. »Konnten Sie nicht.« »So sollte es sein.« Er schaltete den Motor aus und lauschte dem Rauschen des Ozeans. Dann nahm er seine Pistole und zielte zwischen seine Füße. Er feuerte siebenmal. Das Schlauchboot erzitterte. Schwarzes Wasser sprudelte hoch. »Es ist warm«, dachte er in kindlicher Freude. »Es ist warm.« Er breitete die Arme aus und hieß die kohlschwarze Nacht willkommen.